Assalamu alaikum It's me, peanut smooths Breckskacke, Arschlöcher alles, Wichser Er hat mich angerufen Oh oh Chef, ne, das war gestern Abend Den rufe ich an Arschlöcher Es ging aus Brrrrra Es ging aus Brrrrra Bum, 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 bum Du hast mich angerufen Äh, hab ich? Ja Was willst du von mir? Dass du fleißiger arbeitest Ich wurde gestern befördert Oh Ja Hast du, hast du Hast du In den Mund genommen, oder? Du kriegst gleich weit in den Mund Du Arsch Selber Arsch Warte mal Du hast Ist das dein Klingelton, was ich gesungen hab? Ja Ja Ich Du kriegst Ich melde dich Ich Erwarte die E-Mail, Kollege Ja Ja Ja, okay, ich erwarte sie Aha Du Dieb Fuck are you, ne? Ja, 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 ja Gleich pockst ich durchs Telefon Komm noch Ich Wir werden uns sehen You're not prepared, Illidan Oh Okay Ich lege auf, das wird zu teuer Ja, tschüss Gerade bei Oh It's me you're looking for Komm her und gib deinem Dicken eine Umarmung Los jetzt Ja, was ist denn bald, dass du Hey Ich entzieh dir das Herz bei Knudels, wenn du wegrannst Du kriegst nie wieder eine Rosepinsel Ich lösch dich aus meinem Mehlverteiler Ja Ja Ich dachte, du hast mich lieb Pinsel Pinsel Heute was von der Schokolade Willi Komm schon Was macht der? Oh, der sprüht Der malt dann Willi sein Haus im Schwanz Ach, der Toni Ach, der Toni Ach, der Toni Was geht? Was geht? Wie reicht Stankschrift für den Wissen mein Reis? Hukulu Frieda. Ich habe in Hose gemacht. Boah. Ich hatte dich und dein Leben. Na, guck mal da. De Tony Penzl. Twinkie. Boah. Boah, der hat aber immer Probleme mit seinem Teamspeak, ne? Unfassbar. Ja. Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja. Boah, du hast seit fünf Tagen das Gleiche an. Wir müssen dir mal angeklamotten kaufen. Das war der Plan. Ja, nee, das sieht scheiße aus. Okay. Entschuldigung. Siehst du das? Was ist das? Identifizier, was ich gegessen habe heute. Ich finde, sie hat gekocht. Ei. Ja. Nudel. Nee. Ei mit weg. Vielleicht. Und Kartoffels. Was? Kartoffels. Nebelkotelett mit Luftsoße. Ich habe Hunger. Ich habe nur gar nichts gegessen. Nebelkotelett mit Luftsoße. Ich habe in den Hosen gemacht. Und die hast du auch schon länger an, glaube ich. Was denn? Die Hose? Ja. Na, ich habe 16 Stück davon. Den tagt sie sich neu an. Oh. Aber dann... Du hast im Rabatt. Ja, ich habe auch ganz viele Sachen. Du musst dich mal umziehen. Du stehst auch ein bisschen, ne? Ja, aber ich wollte es jetzt tun. Dich umziehen? Ja. Ich glaube, Twinkie macht noch Haie. Auf jeden Fall hat sich sagen gehört. Hat geschneicht oben. Willst du hier warten? Nö. Oh Gott. Bab, was? Das ist griechisch. Seitdem kannst du türkisch. Oh. Du hast brrrr, hat er gesagt. Ich dachte, das ist griechisch. Ach so. Komm. Ja, mach ich. So mit zum Kleidladen. Aber ich... Ich habe ganz viel im Detail. Du kannst mir helfen. Kannst du mir T-Shot leihen? Okay. Ja. Arbeiten wir heute? Oder machen wir frei? Ähm. Wo soll ich hinfahren? Wir können ja... Äh, so die... Die Würfelpark. Was sitzt denn da? Das sind meine Klamotten. Am Würfelpark? Ja. Im Auto. Guck mal, der schreibt Falschpark auf. Oh. Was ist denn los? Ich kacke Rote Linie. Oh. Was ist? Was? Was? Nix. Komm. Psst, psst. Moni. Oh Scheiße, weg. Boah, du bist aber bekannt, ne? Du Arschloch. Oh, Arschloch. Oh, hey. Du Arschloch. Den holst du uns. Ja, die Nummer schill. Komm, sofort den Nummer schill. Sag mal, hast du... Hast du was getrunken? Mach weiter. Wie, sind wir schreier? Verfickter Hobbygangster. Was schillt hinten drauf? Egal. Oh, oh, oi, 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 oi. Chef ruft an. Ja, Chef? Sag mal, arbeitest du eigentlich gerade? Nee, ich bin gerade aufgestanden. Ach so, ich dachte, du bist schon wieder mit Big Chub unterwegs. Big Chub. Man's not hot. Ja, äh, fährst du denn heute noch, oder? Also mit dem großen Ding, äh, Taxi? Oh mein Gott. Geht dich gar nichts an. Das hat sich fast nach Nein angehört. Weiß noch nicht, ob ich... Chef, ich hab Bauchschmerzen, hab Kakao getrunken. Kakao? Déjà vu. Boah. Äh, okay, jetzt hier eine wichtige Frage. Ich hab dich, was Milch angeht, oder was? Eigentlich nicht. Ich wollte eine Ausrede finden. Ich bin Televerbindung. Aber, Chef, die Verbindung ist nicht so... Ich bin im Tunnel drinne. Ach so, ja. Ich weiß genau, wie du das machst. Wo ist dein Auto? Oh, guck mal, hier, Tommi ist da. Oh. Wo ist dein Klamotending? Ähm, am Parkplatz. Welcher? Ähm, hin, links, rechts. Hinten. Unten. Rechts. Ähm, zurück. Du musst zurück. Only... It's only game. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Und... Da rechts. Ach da. Äh, hin, man. Ja. Perfekt. Geht nicht hoch. Verrüber. Ist geschlossen. Monstertrack. Nein, dann macht man das kaputt. Das kostet alles Geld. Ja. Siehst du, hier geht auf. Welches davon ist dein Bunker? Ähm, geradeaus. Und... Ich muss... Oh je. Ja? Ja. Ja. Oh, mein Hals. Wasch mit deinem Hals. Aua. Soll ich dir vom Kielkopf treten? Ja. Du... Den... Hat dein Mund gerade gefingert? Du Schwein. Ich hab sie mitgenommen. Okay. Du deinen Leckmuschel. So, hier. Hallo, Haki. Hallo, Project. Hallo, Ghost. Hallo. Da ist heiß drin. Was ist da drin? Ah, nicht. Oh, Hosen. Gar nicht. In der Tasche. Ach, in deiner Tasche. Ja, die fällt nicht auf, ne? Ne, hab ich nicht gesehen. Okay. Was... Du sagst, was ich anziehen soll? Äh, Entschuldigung. Ja. Hast du was? Cool. Komm, wir laufen mit einem Partner... Boah, wir machen Partnerlook. Okay, dann... Gutes T-Shirt, Fischehut. Ja, komm, wir gehen in den Kleidungsladen. Ja. Wie war das Partner drauf? Warum sind wir da nicht eher drauf gekommen? Warum? Kacksam. Warum sind wir da nicht eher drauf gekommen? Wir sind doch die bestesten Freunde. Ja, stimmt. Die allerbestesten Freunde. Keine Zeit zu wagen. Aber ich will nicht da vorne einkaufen. Da sind... Da sind die Assis. Ja. Aber egal, ich hab jetzt ne... Dings... ...ne Stange zum Hauen. Okay. Ich mach heute ne Anzeige noch gegen deine Oma. Und wir müssen mein Leseschwerder noch holen. Ja, geben die doch eh nicht ab. Müssen wir sie verboxen. So läuft das hier. Wir sind hier... Nein, du kannst den Sheriff nicht kloppen. Warum? Weil du dann ins Gefängnis kommst und den Job verlierst. Aber die dürfen auch heiß. Ja. Ich hab heute ein bisschen Halsweh. Ja. Du hast immer noch keine Gesangstapette gekauft. In was? Eine Gesangstapette... Nee. ...must du kaufen. Okay. Jetzt mal gucken. Hose. 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 Ich liebe das. Nein. Du musst rot finden. Rot? Boah. Was für rot? Ja, ein rotes T-Shirt. Oh. Oh, guck mal. Hübsch, ne? So ein blau an? Nee. Das sieht gut aus, aber das ist zu eng. Das kann ich nicht tragen. Rot, rot, rot. Viele, liebe. Du musst diesen T-Shirt stehen. Guten Tag. Oh je. Guck mal nach so Jersey. 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 Ja, Jersey. Jersey. Pio, Paul, danke schön. Du bist da dran. Sag mal das. Und Taki, danke schön für den Prime und Science. Du musst nach Jersey gucken. Jersey. Jersey. Was? In dem Katalog. Jersey. Das war ich nicht. Oh, nee. Das war die Verkäuferin. Oh, oh. Da kommen alles. Da. Nee, Jersey. Jersey. Das ist doch Jersey. Nein, Jersey. Aber das. Du musst was Rotes finden, okay? Okay. Okay. Du ziehst dich aber schnell rum. Ja, habe ich auf Hock was gelernt? Was Rotes. Muschtabier mir Jersey. Nein, Jersey. Okay. Da. Das gibt es bestimmt in Rot. Das hemmt. Aber ich. Nö. Nee? Da doch sowas gibt es bestimmt in Rot. Aber die wollen mich mal abstechen. Nein, stehe ich keinen ab. Doch. Gibt es das nicht in Rot? Da. Da. Ja, aber du. Warum hast du nur einen Knopf oben? So, bist du doof? Ich hatte keinen Bock weiter zu schummern. Ja, aber das ist doch doof. Aber eigentlich passt das. Das sagt gut aus. Zieh davon. Das rote Heft. Ja. 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 Das ist doch gut. Mhm. Ich? Jetzt brauchst du eine Fischermütze. Okay. Und eine Tasche. Warum eine Tasche? Die Ausgründen. Tja. Ach so. Weil du das hemmliche in die Hand denkst. Okay, Fische. Hallo, Pudding-Teilchen. Oh. 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 Der? Ja. Guck mal, ob es noch die Hingernbeige hat. Bist du auf dem Klo, Pudding-Teilchen? Nein, ich mach Frühsport. Ach so. Ich, ich hab, ich bin mit dem Pinsel gerade. Wir kommen nicht gleich abholen, okay? Wir haben eine Überraschung. Oh Gott, nicht schon wieder eine Überraschung. Aber woher? Oh. Das ist ja alles für Überraschung. Oh mein Gott. Oh. Was für einen Sport machst du? Sport eben. Sport. Ja. Aber was für einen Sport? Da. Da pinseln wir auch noch. Dich? Ja. Was für einen Sport machst du? Machst du Sitter? Oh ja, alles. Right round. You spin my head right round, right round. When you go down, when you go down, down. Go down, down. Oh Gott, ich kann nicht mehr down gehen. Guck mal, Katalog, letzte Seite. Da sind, da ist mein, da ist mein Hohesang. Weißt du viel? Letzte Seite. Ich hab kein Katalog hier. Oder meinst du den mit dem Badezimmer? Oder das? Die. Nein, schrieb mit dem Pinsel, Pudding-Teilchen. Okay, sorry. Wir haben eine Überraschung für dich. Was ist denn für eine Überraschung? Die. Nein, eine hellere. Nicht die. Du hattest die doch gerade schon gefunden, Pinsel. Aber du sagtest nein. Nein, wie? Ja, meine ist nur dunkler, weil die dreckig ist noch vom Spielen und vom Kinderpilplatz. Okay. Peter, danke schön für die WeSupp 17. Ich schau mir jetzt nicht, ich zieh dieselben Sachen an. Nein, wie kommst du darauf, Türkin? Na, weil, naja, du redest von deiner Hose, glaube ich. Und ihr redet von einem Katalog. Kleidung. Nein. Ach ja. Du bist einfach so schlau, Mann. Kann dir nichts vormachen. Ja, ich hab halt einfach einen Durchblick. Ja. 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 Bin sie bis dahin geschlafen? Ja. Du brauchst noch coole Schuhe. Hm. Pa. Ja, die muss sein, Kuh. Ich? Pass auf, Kuh, 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 Kuh. In mir hat befelltes Ärger. Da. Nee. Oh, warte. Warte. Da, die. Die sind cool. Okay. Boah. Boah. Aber das... Ich mag keinen Sport mehr. Ich laufe gerade in die Stadt. Oh Mann, oh. Hoff ich. Ich suche doch... Jusi. So ein Spaziergang tut auch mal gut. Nein, nicht laufen. Bisschen Bewegung. Wo gehst du denn hin? Wo sollen wir dich abholen? Äh, ich... Das ist eine gute Frage. Ja, sag doch mal wo. Da hinten ist ein gelbes Haus. Ich glaube in dir... In einem gelben Haus kann ich nichts anfangen. Ja, was soll ich dir denn sagen? Schrei mich nicht an. Ich habe dich auf Lautsprecherpinsel, höre ich auch. Hallo, Pinsel. Ich bin's. Ich bin's. Oh Mann. Pinselbeheilung. Yo. Ja, bitte, yo. Ich bin doch fällig. Was hast du, was hast du? Oh, oh, ich gehst ganz schnell runter. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Hast du die Pinsel? Bin ich. Ein bisschen. Bin vorsichtig. Pass auf. Ich höre sie brüllen. Ja, die brüht mich immer an. Oh. Jetzt bin ich wieder auf Sicherheit. Ich bin gerade im Boot. Die hat mir gestern Topf hinterher geworfen. Ich habe gar nichts gemacht. Pass auf. Oh nein, ich sterbe. Nein, du stirbst nicht. Ich bin fast überfahren worden. Ich habe keinen Bock mehr. Los, Pinsel, los. Ja. Das passt. Das passt super. Das passt super. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Okay. Okay, let's go. Wo bist du? Wir holen dich. Ich bin bei einem gelben Haus. Ja, was für ein gelbes Haus. Oh, guck mal. Ich habe ein Junge schon. Da steht auch Parkere. Boah, ich falle jetzt nach Hause. Du bist da irgendwo in der Nähe. Pinsel, du musst dich wieder umziehen. Wo bist du, Twinkie? Bei einem gelben Haus. Ich kenne aber kein gelbes Haus. Aber hier ist er. Hier steht. Hier sind noch andere Häuser. Ähm. Und Werbeschilder. Die sagen, Winko, Digital Den, Laserprints, Deep Coffee, Customer Parking. Was heißt das? Weiß ich auch nicht. Dickie, Lala. Ah, dazu kenne ich. Bleib da stehen. Oh, aber ich stehe voll auf der Straße. Nein, geh auf den Bürgersteig. Oh, wer ihm? Den vor mir, den hinter mir rein. Geh vor diese Bar. Oh, diese Bar. Oh, die Straße, Winko. Oh, bitte. Bitte, Gott. Lass mich nie sterben. Du stirbst nicht. Oh, Gott. Bitte. Wir kommen. Wenn du wüsstest. Oh, mein Gott. Meinst du, das war offen? Oh, ich bin in Sicherheit. Da steckt eine Frau. Du rettete, tete, tete, tete. Du rettete, tete, tete. Wir sind jetzt da 20 Sekunden. Ja, wie kann man sie dann küsst? Ja. In die Apotheke. Ja. Ich brauche eine Heißmeth-Tablette. Ja, Heißmeth-Tablette. Oh, hier ist die Zucker auf. Oh, das ist krass. Hallo, hier ist die Twinkie. Gibt's hier Essen? Deja vu. Hallo? Bist du da drin? Hallo, Twinkie hier. Ist hier jemand? Ist da drin, Pimpel? Ich hab Hunger, bitte. Oh, du bist du. Ich höre die Pfanne ausbrüllen. Hallo? Hier jemand? Ist auf. Ich komm jetzt runter, okay? Ich komm jetzt hier rein. Oh, bist du. Oh, Söhn. Oh, Söhn, 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 ja. Oh. Hallo? Ich komm jetzt runtergelaufen. Bist du hier, Twinkie? Weißt du hier schon mal? Nö, die hat aber gesagt, ich glaub, ist hier unten jemand. Hallo? Oh, hallo, willkommen. Guck mal. Hallo? Ja. Wer ist Peanut und wer ist Pinsel? Oh. Also, ich denke, die dickere von euch ist Pinsel. Ja? Und das bedeutet, du kannst nur mein Speckchen hier sein. Hallo? Komm her. Guck mal, Fritteuse. Wir dürfen hier nicht unten sein. Oh ja, hier war niemand, der mir das verboten hat. Und ich hab sogar gesagt, ich komm jetzt runter. Boah, die haben sogar Quantifte Auto 5 hier. Ich schocke. Und? Hast du schon verloren? Ich hab keine Münze. Das ist keine Münze. Morgen bin ich dran, mit Pinselpartner-Lux zu haben. Morgen bin ich dran. Das wird super, Pinsel. Okay. Morgen hast du Partner-Lux mit Twinkie. Okay. Was ist ein gelbes Tank-Tabanzi? Das wird super aussehen. Glaub mir. Gibt's auch Haarreifen für Männer? Stimmt. Wir suchen dir auch eine hübsche Frisur raus. Ja. Das wird super, Pinsel. Ich freu mich jetzt so. Stimmt. Ach stimmt, du hast keinen Afro. Wir müssen den Afro machen. Na dann los geht's. Ja. Ja. Ich pass mich auch jetzt an. Oh mein Gott, das ist mir. Oh, Bob. Hey, so laufe ich gar nicht. Aber ich. Ich kann's denen besser nach, Mann. Auf jeden Fall. Habt ihr gelesen? Das Gewerbeding ist erreichbar. Ja und? Ach, wir wollten uns noch beschweren, ne? Genau. Wegen den Actionfiguren. Die Actionfiguren. Oh ja. Ist richtig. Dann lass uns mal dahin fahren. Wo ist denn das? Fährst du? Ich war. Oh mein Gott. Bands. Oh, sorry. Okay. Dann fahren wir zum Friseur erst. Ja, Ridi. Pinsel brauchen eine Afro. Zum Friseur. Ja. 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 Ohrwurm. Ich hab auch immer Ohrwurm davon. Boah, heute aber wirklich ruhig, ne? Ja, ich hab Kopf aufgeschlagen. Ja, ich auch. Hallo, Juri. Geht's brechen? Stefan. Was hast du gestern nur mein Geld bekommen von den Leuten? Ich? Ja. Naja, also 60.000. Ich hab noch 5.000 bekommen. Von diesem Anwalttypen. Ja, super. Ja, super. Oh, sieh mal. Hm. Äh. Was? Äh, so gut. Hast du noch nie geparkt? Ja, was? Stimmt, ne? Aufgerollt. Twinkie, was geht da bei dir? Ja, ja. Wow. Boah, damit hätte ich nicht gerechnet. Oh. Hallo. So. Sind Sie die Friseurmeisterin hier? Nee. Nee? Kannst du Haare schneiden? Nee, kann ich auch nicht. Kannst du den Pinsel nach oben machen? Bitte. Kann ich weiter nicht. Dann macht Twinkie das. Ja, komm, setz dich, mach dir eine Dauerwelle. Auf welchen Stuhl? Na, such ihn dir aus. Okay. Brauchst du Vaseline, Twinkie? Vaseline, warum? Ja, um seinen Kopf zu machen. Der braucht doch viel mehr Volumen. Das geht schon, Alter. Okay, so. Hast du Hunger wieder? Ja, auch. Ja. Ich bin, ich bin heute ganz schön, ein bisschen, ich bin ein bisschen schon hungrig. Ja. Ja. Okay. Ja, dann zauber mal. Ich soll zaubern, natürlich. So, dann schauen wir mal hier. Und da ein bisschen. Nee, das ist nicht. Nein. Aber so ähnlich. Fast. Da muss ein bisschen mehr Dauerwelle rein. Ein bisschen mehr Dauerwelle. Okay. Oh, shit. Was war das für eine Frisur? Was war das denn? War das eine Lesebrille? Ja. Das war meine, Entschuldigung. So. Fast. Ja, ich glaube, fast. Wie besser? Wir kriegen es anders nicht hin, du. Mal schauen, mal schauen. Oh, die kannst du dir schon mal gemorgen mehr. Das ist der Peanut. Oh ja. Das sieht ja auch schon hell. Das ist der Peanut. Das sieht bei Peanut auch so aus, wenn das frisch geschnitten ist. Okay. Das ist einfach mein Nebenbild. Du musst Peanut cosplay. Wow. Boah. Und dann? Wir sehen echt gleich aus. Du hast nur kein Rucksack. Egil, vielen lieben Dank für sieben Dollar. Tänkepäckchen für alle. Auch. Ich kann Tänkepäckchen nehmen. Egil hat ein neues gegeben. Nochmal. Ach. Ja, toll. Jetzt habe ich meine Perücke wieder abgesetzt. Ja. Ja. Wir wollten zu diesem Abendding uns beschweren. Ja. Wo ist das? Wo ist das? Pinsel, wo ist das? Wer? Pinsel, du musst uns den Weg leiten. D.U.J.? Nee, das ist, glaube ich, ein anderes Amt. Gewerbeamt. Ich ruf mal an. 1, 1, 1. Oh. Tu. Ey. Was? Geht keiner ran. So ne Scheiße. Ich ruf den Sheriff an. Und er lässt da hin. Ich brauch ihn an, mein Lese-Schwert. Ja, ich ruf den Sheriff an. Hier. Wie heißt das Amt? Gewerbeamt. Gewerbeamt. Der ist Fidotraktor Bennett, mein Name, wie kann ich helfen? Hallo Herr Bennett, ich habe eine Frage. Ja, fragen Sie. Wissen Sie, wo das Gefährbeamt ist? Das Gewerbeamt hält sich normalerweise im Rathaus auf. Oder Sie erreichen das, glaube ich, unter 1, 1, 1. Wo ist denn das Rathaus? Äh, mitten in der Stadt. Das ist dieses große, weiße Gebäude mit dem supergroßen Vorplatz. Großweißes Gebäude. Ja, ja. Super Vorbau, wie mein Twins. Wenn Sie, you know die, äh, wenn Sie vor dem LSC stehen, dann einfach links rum und dann geradeaus weiter. Da kommen Sie dann direkt drauf zu. Okay, danke. Kein Problem. Bye, have a good time. Tschüss. Ähm, vor dem LSC. Bei dem LSC. Wo ist das? Ja. Das ist doch dieses Tuning-Ding da. Wo war'n das? Hier mitten im Schlatt, rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Und so weiter. Wow. Ich will auch einen Job beim Gewerbeamt. Was denn? Und warum? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Waffa, cool. Oh Gott. Hättet ihr das? Nein. Nein, wir hätten hier rechts abbiegen müssen. Ach, warum sagst du das denn nicht früher? Aber nicht hier. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hättet ihr schnell. Chris, danke schön für die Wieser beim 16. Stufe 2 sogar. Vielen Dank. Wenn wir gerade rechts mussten, müssen wir jetzt links. Es hinkt auf Buh, 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 Buh. Oh. Links. Links. Skibidi-Bab, Buh, 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 Ripp. Das ist ein großes, weißes Gebäude mit einem Riesenvorplatz. Hier ist eins. Nein, das nicht, ich weiß. Nein, ich schick. Das ist ein Hotel. Oh. Oh. Leo. Da, da, da können wir fragen. Hallo? Hallo. Hallo. Hallo? Hallo? Wissen Sie, wo das Gewerbeamt ist? Äh. Das Gewerbeamt? Äh, Christoph Mund mal auf. Sag mal, Freundchen. Ja, äh, mit äh, können wir nix anfangen. Ja, dann tun wir weiter, jetzt habe ich dir nicht verreinert. Bitte, 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 bitte. Seid nicht so frech. Wo sind meine Fotos? Ja, ich hab schon eins gemacht. Eins. Ja, was kann ich dafür, wenn ihr keine Einsätze macht? Hatten Sie in den letzten so einen Busch auf dem Kopf? Ja, das ist meine Perücke. Achso. Du machst Pinsel und ich mach' ein Cosplay. Cosplay? Die Finger weg. Hallo? Krieg ich hier gleich sonst wohin? Oh mein Gott. Hallo, das ist mein Jojo. Ähm. Hör. Da geht auch für die Fahrerin. Na, dann sagen Sie uns doch bitte jetzt. Hören Sie jetzt auf, den Bildfinger zu zeigen. Tun Sie nicht mit dieser geile Pistole aus. Du hörst aber auf, was ist das denn? Wir wollen doch nur freundlich fragen. Jetzt hören Sie auf, den Bildfinger zu zeigen. Also passen Sie auf. Das dürfen Sie nicht. Doch, das darf ich. Ich habe es gerade mal klar geschickt. Komm her, meine Können. Komm her. Komm her. Oh mein Gott. Raus auf mein Auto. Ich bin nicht auf hier hinten. Ich bin nicht auf, du. Oh mein Gott. Ich komme nicht so aus, dein Arm fängt. Fahr. Fahr, Twinkie. Ich steig hier ein. Warum auch immer. Hau ab. Meine Frau schlägt mich. Hau ab. 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 Nein. Wann ist das denn bei uns? Der hat deine Brusthaare in mein Gesicht gesteckt. Nein. Aua. Warte, Twinkie. Warte auf mich. Twinkie. Warte. Komm mal. Jam. Ich habe nichts getan. Was hat er gemacht? Nichts. Ich kenne die Handschellen an. Der hat seinen ganzen Oberkörper. Ich hatte die Männertitten in meinem Gesicht. Gar nicht. Jetzt entschuldigen Sie sich bei meinem Chef. Kommen Sie mit. Wenn ich Handschellen mache. Ohne Wortschellen am besten. Ich will nicht verhaftet sein. Ich habe gerade von den Dicken die Brüste ins Gesicht bekommen und da waren Brusthaare dabei. Kommen Sie mit. Wo ist meine Frau? Ne. Die hat einen 31er gemacht. Spontan nicht. Ich habe nichts getan. So, passt 9. Cody ist halt auf. Ich denke mal, die ist in die Richtung. Ja. Wir wollen zum Gewerbeamt. Also, was ist jetzt mit den Fotos? Ich habe eins gemacht. Warum nur eins? Echt? Ja, weil ich nur einen Einsatz erlebt habe. Ja, aber ich dachte, du kümmerst dich da wirklich drum. Der Herr hier auf dem Bild ist da drauf. Starke Mann. Du enttäuschst mich ein bisschen. Was soll ich machen, wenn die nicht arbeiten? Ich meine mal, die Hand scheint los nicht, dass wir keine Luft mehr kriegen hier. Ich habe nur einen Ansatz gesehen. Dann müsst ihr mehr arbeiten. Also, wenn man die Hände nach hinten macht, dann spannen die Brüste immer so am Shirt. Das ist kein Rohrzange. Was denn? Damit mache ich meine Ravioli-Dosen auf. Was sind das für Dosen, Alter? Die 2-Liter-Fässer. Ja, und? So ein Ölpast-Ravio hier. Ich habe ein gutes Foto. Ja? Ja. 10.000 gibt es für Judo-Fotos. Ja. Dann müsst ihr mich anrufen, wenn ihr einen Sätze habt. Ja, ich denke... Können wir dich nochmal selber drum bischen? Ich wurde gestern überfallen. Da haben wir den anderen Fotos geklaut, oder was? Nein, der Opa Jutta hat mich verkloppt und mich überfallen. Jutta? Jutta, der Mann von Herbert? Ja, genau. Wie die Frau. Wir haben den zur Verwahrstelle gefahren, der ist einfach weggerannt. Dann hat er mich verkloppt. Also, pass auf. Hast du nicht die Rundmeldung vom Gewerbeamt auf deinem Mobiltelefon bekommen? Nee, ich war am Essen. Einmal 1-1-1. Die sind mobil unterwegs. Du musst die 1-1-1 anrufen. Okay. Ansonsten, wenn jetzt... Telefon! Wo die Fahrzeugschnauze in die Richtung zeigt, guckt. Da, ne? Da. Ja, Pudding-Tachi. Ja, hallo. Da ist Rathaus. Du bist einfach abgehauen. Du bist weg gewesen. Nein, ich bin aus Versehen erst angekommen. Du hast gesagt, dass ich dich schlage. Du schlägst mich auch. Du, ich freu' nicht. Und du schlägst mich an. Da sind Streicheeinheiten. Ach so. Ja. Kannst du mich wieder abholen hier? Ja, warte. Die haben gesagt... Und die haben gesagt, das Gewerbeamt ist nur telefonisch zu erreichen. Okay, dann rufen wir die an. Ja. Okay, ich versuch die wieder zu finden, ja? Okay, ich warte hier. Los, Fischer, komm her. Okay. Okay, bis gleich. Ihr fahr. Okay. Oh mein Gott. Hallo. Oh Gott. Oh, das Auto direkt zu nah gegangen hier. Oh, das war... Die Beulen waren schon. Oh. Oh Gott. Hey. Fischer, Handbremse. Geht ihr jetzt weg? Fischer? Können wir nicht nur auf den Schwarz genug? Ja, der hat eh Kopfschmerzen. Könnt ihr... Haha. Wer sagt das? Ja, was machst du denn in der ganzen Zeit? Hey. Jetzt bin ich ganz alleine. Da rechts von dir kommen sie. Wo? Gar nicht. Da kommt die Dicke. Das ist keine Dicke. Das ist mein Puddingteilchen. Twinkie, die haben dick gesagt zu dir. Ich bin nicht dick. Die ist nicht dick. Ich habe heute Frühspart gemacht. Guck mal, Pinsel macht Peanut-Cosplay. Hallo. Ach so, der soll... Ach so, der soll dich darstellen. Ja, wir sind bessere Freunde. Ja. Und morgen macht der Twinkie-Cosplay. Das wird super. Hallo, Dini. Fischer, ich bin hier weg. Habt ihr gesehen, wie ich den verkloppt habe? Ja. Ach so, ja, doch. Ich habe den noch mit dem Finger im Mund gesteckt. Ach so. Ach so. So, also können wir die nur anrufen. Ja, richtig. Ja. Also, wohin nun? Parken. Parken. Parken? Und anrufen. Nein, nicht hier parken, Dicke. Doch. Warum nein, nicht auf Straße? Haben wir vorhin auch gemacht. Gefährlich. Das geht voll klar. Ich denke, wir können da winken. Die sehen uns. Ja. Nein, das ist gefährlich. Na schön. Mann. Erst parken, dann nicht parken. Das ist echt schwierig. Und euch heute... So, okay, wohin? Habt ihr nur mal versucht, da anzurufen? Nein. Dann versuche ich noch mal. Oh, klingelt. Ich hab jetzt Panik aufklickt. Gross-Gewerbeamt, hallo? Mmh. Ja, hallo, Herr Gross. Gross, hallo. Hallo, Herr Gross. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mich gern beschweren. Worüber? Der Bürgerleiden hat gesagt, dass er keine Actionfiguren hat. Du musst wüten, Herr Kling. Wüten. Wie Ihnen. Sei wüten. Oh. Und jedes Mal kaufe ich da ein großes Menü und kriege kein Actionpüppchen. Ja, was machen wir denn da? Können wir nicht was machen? Hm. Kann man nicht... Kann man das nicht so machen? Naja, ich gehe ja davon aus, dass das seine Gründe hat, warum das scheinbar damals nicht möglich war. Oder nicht gemacht wurde. Hm. Ich bin jetzt aber noch nicht so lange dabei und weiß gar nicht, warum das so war. Oh, da ist ein Bauch, da können wir gleich mal ein paar... Aber prinzipiell können die Besitzer natürlich nochmal anfragen und drüber sprechen, ne? Ja. Ja. Okay, dann sag ich dem da. Okay. Oh, warte mal was hin, das? Okay. Super, alles klar. Schönen Abend noch, tschüss. Wo haben die... Was ist denn das, Twinkie? Big Bum? Was ist Big Bum? Ich weiß nicht. Was ist da drin? Guck mal, hier gibt's... Ich weiß nicht, hier gibt's Bies oder ne Burger. Was gibt's hier? Bies und Burger. Gar nicht. Aber das steht auf der... Wir haben geschlossen. ... auf der Scheibe. Ne Big Bieswäsche. Was sind denn so Honeymobiles? Was ist das hier? Was meinst du? Weiß ich nicht. Na, das ist noch zu vermieten. Ah. Was ist denn so Honeymobiles? Ich habe Hunger. 5, 5, 0, 1, 6, 1. Spätschirn Bies für ne Burger. Geht keiner raus, was mich weiß, war ein. Rings of Fire. Ja, schade, der Schummer hat nicht auf, wie's aus. Das sieht so aus, als hätte er noch nie aufgehabt. Ja, au. Als könnte man da nicht rein. Der hat wohl einer in der Miese Geschäft gemacht. Ist wohl ein nicht begehbarer Schuppen. Der von diesem Abend war doof. Warum? Weil der hat gesagt, ja, da müssten wir Besitzer kommen und dann kann man auch nochmal drüber reden. Welche Besitzer von den Figuren? Vom Börgelein. Ach so. Ruf du auch mal an, Twinkie, und beschwer dich. 1, 1, 1, richtig? Du kannst viel besser meckern als ich. Mach's hier rund. Mach's hier fertig. Oh. Das machen die doch absichtlich. Das haben wir gesehen, dass du anrufst. Das haben die extra gemacht. Das ist doch einfach unverschämt. Das haben wir gesehen. Oh Mann. Aber die sind nie da und jetzt sind die und der Move. Wir könnten zum Park fahren. Oder wir fahren zur Arbeit. Wir sind jetzt festangestellte Taxifahrer. Wir sind oft mit der Kollegen, alle. Ja. Das ist doch was Feines. Oh, hier ist Börge schuld. Kann man da rein? Oder ist ja so. Ist abgeschlossen. Nee, oder? Doch. Tabasco, dankeschön für mich satt. Im 19. Huckelu. Wow. Life is life. Na, 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 na. Life is life. Ist heute wieder Feiertag? Feiertag. Wieder so kraftig, deftig, wütig, gut. Habt ihr einen Traum? Ja. Einen Traum? Ja. Was meinst du, ob ich nachts träume, oder? Nein, habt ihr so den amerikanischen Traum, was ihr mal werden wollt? Ja. Oder was, was dann? Ich wär gern Fußmodel. Fußmodel? Ja. Ich wär gern einen Bauer auf einer Ranch. Ich wär Kühe melken. Oh mein Gott. Was war das? Trinky? Soll ich dir ein Lied spielen auf der kleinsten Violine der Welt? Ja, eingeschlafen. Du bist eingeschlafen. Boah, was ist das für ein Ding? Hallo, lass uns in Ruhe. Genau, verschwinde. Was ist mit... Hallo? Du willst nichts überfallen. Ich ruf gleich bei den Jungs. Ich ruf bei den Jungs. Ich ruf bei den Jungs. Stehbleiben. Geh weg. Geh weg. Was wirst du? Geh weg. Was machst du? Bist du wahnsinnig? So. Jetzt sag mir, warum zeigst du mir Mittelfinger? Weil du... Weil du stehst. Stehbleiben. Offensichtlich. Bleib stehen. Halt deine Klappen. Halt deine Klappen. Halt deine Klappen. Halt deine Klappen. Ich geb dir gleich schon mal voll auf die Fresse. Halt deine Klappen. Boah. Jetzt... Jetzt ist... Jetzt reicht's aber wirklich. Ich hab deine Nummernschild. Na dann komm doch. Ich hab deine Nummernschild. Ich hab immer nie auf dem Weg zur Polizei. Ja, doch. Pass auf, dass du nicht auf dem Weg auf die Fresse fliegst. Mach doch mal die Scheibe runter. Wenn du dich traust. Ich hab ne Schusswaffe. Mach dich weg oder ist bei dir dein Schädel weg. Mach doch noch deine Scheibe runter. Genau. Ich versteh kein Wort. Wieso soll ich meine Scheibe runter machen? Ich hör nix. Das ist alles so stumpf. Wie zeigt er? Weiß ich nicht. Leider geht die... Jetzt hat er Angst. Leider geht die Scheibe nicht. Ja? Soll ich dir zeigen, wie du euch Angst hab? Jetzt hat er Angst. Der hat richtig Angst. Der hat's voll eingemacht. Ich werd' euch heute noch... Ich schwöre euch, ich werd' auf euch schießen. Ja, 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 ja. Das ist doch gerade die Folie. Was? Was für ein Lutscher? Aber der hat uns jetzt gedroht, ne? Ja. Wir müssen uns bewaffnen. Ohne neue Anzeige. Und wenn er sagt, er wird uns finden, dann bin ich mir sicher, dass er uns irgendwie finden will. Der wird uns finden. Ja, ich schwöre auch. Der guckt eigentlich einfach mal auf sein Handy. Alter, so ne App. Wie heißt die? Witch. Wie ne Hexe. In der Farbe Blau. Gehen wir da durch? Nein, nein, nein. Das sind Betondinger. Aber wie lange noch? Monate. Monate. Ich hab dein Nummernschild, ne? Oh, dann zeigen wir den gleich mal an, oder? Ja. Travis? Travis. Okay. Ja. Wir zeigen uns diesen Travis jetzt mit unserer, mit unserer zivilistischen Macht. Nämlich der Polizei. Nö, ich geh einfach zu Gangstern und kauf mir Schutz. Warum? Wir haben kein Geld, wir müssen ein Haus abbezahlen. Wir zahlen Miete. Oh oh. Ja, wann? Jeden Monat. Hallo? Aber bald an die anderen, ne? Ja, bald an die anderen. Wann gehst du da? Ja. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht. Oh oh. Okay. So. Nein, Bagheera. Hör auf, Bagheera. Aus. Nein. Lass es sein. Katze. Nimmst du die Tasche mit den Tacos mit? Mein Taco. Okay. Natürlich. Sie ist weg. Auf uns will jemand schießen. Ach. Deswegen kommst du voll hysterisch grad hierher gerannt? Ja. Wir wurden grad bedroht. Von wem? Von wem? Von so nem weiß nicht, der hat sein Fensterwandschwarz. Der hat uns angehalten und dann meinte der, wir sollen stehen bleiben und dann sind wir ausgestiegen und dann meinte der, ich werde euch heute noch finden und ich schwöre, ich werde auf euch schießen. Was für ein Auto war das? Bündig. Das war so ein SUV. Das Nummernschild war glaube ich TR4VIS Travis. Warte, warte, warte. Nicht so schnell. VI5. Der will uns abknallen. TR? TR4. Ja. V1S oder IS. Oder I5. Nein. Nein. Ah. Ah. Ich wollte das gar nicht überprüfen. Der will uns abknallen, hat er gesagt. Wo ist O'Brien? Wir brauchen Hilfe. Ja. Das war ein älterer. Kann das sein? Ja. Das war ein älterer. Ja. 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 Den hatten wir eben in der Kontrolle. Das ist so ein Opa. Der will uns töten. Wir brauchen Schuss. Wir brauchen Polizeischuss wie Bushido. Ja. Der ist am Freikampf aus Japan. Der kann jeden Moment kommen und Drive-In machen. Punkt Check. Drive-By. Oh Scheiße. Begnügen. Drive-By. Aktuell eine Fahne rausgeben an den Herrn. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er das hat für uns. Ja. Ich hab schon gemalt. Ich hab auch gemalt. Da suchen 1.000 Leute noch und das geht auch nicht. Meinst du der ist Travis? Okay. Ja, also wir haben eine Befahndung rausgegeben. Ähm, sie wissen ja... Oh Gott. Hat jemand was zu Glückern von euch? Ja. 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 Ich hab mein Döschen Fetschki dabei. Bitte schön. Heute gibt's sogar zwei Dinger kostenlos dazu. Hashtag Werbung. Du bist so ein kleiner Auffahr, ne? Du bist so ein kleiner Auffahr. Oh mein Gott. Optimus Prime ist er gekommen. Ich werde mein ganzes Leben dafür widmen, dass ich diese Person finde. Dankeschön. Und wie sollen wir uns jetzt verteidigen? Passen Sie auf, das ist ein ähm älterer Mann, der ist ein bisschen kaputt im Kopf. Klatsche. Er hält sich oft am Würfelpark auf, ja? Ich hab den Namen und das Nummernschild jetzt mal durchgegeben. Ähm, O'Brien hat ja ihre Nummer, ne? Wegen dem Todrust. Dann rufen wir einfach sie an, wenn wir den haben zur Gegenüberstellung. Ja. Ich weiß nicht, ob er meine Nummer hat. O'Brien hat ihre Nummer, glaub ich. Ja, okay. Oder? Und wenn der kommt und auf uns schießt, was sollen wir tun? Nein, ich kann ja auch einen speichern. Können wir meine Pumpgun? Nein. Können wir unsere Laserschwerter wieder haben, zur Selbstverteidigung? Ja bitte. Ja, die müssen sich bei der Apotheke holen, die Laserschwerter. Wie ist denn ihre Nummer? Was? Gar keine Apotheke. Fünf, fünf, fünf. Ich selber gebeischen. Halbe acht, halbe acht. Ja. Sieben, sieben. Ja. Eins, null, fünf. Aber die halbe acht ist eine drei, ne? Falls ihr den Witz nicht bestanden habt. Ja, das ist richtig. Ich hab mit einem Freund, der buchstabiert die ganze, äh, buchstabiert Zahlen. Ja, moin, Alter. Der gibt seine Zahlen immer so durch. Ähm, gut. Ich ruf mal kurz zurück. Wenn der auf uns schießt, was soll man machen? Zurückschießen. Oder wegrennen und Polizei rufen. Wir haben keine Pistole. Haben Sie gar nichts? Aber Sie haben doch Ihren Ravule öffnen, oder? Ja. Einmal ausholen. Ähm. Hallo! Ich glaub, das war alle, der hat mich angerufen. Nein, das war ich. Ach so. Wie hieß der Name? Fischer. Didi. Didi? Ja. Dieter Fischer. Aber schreib einfach Fischer. Müssen wir dann zur Stimmidentifikation hierher kommen? Äh, Sie haben den Herrn ja nicht gesehen, ne? Ja. Oder haben Sie ihn gesehen und waren da vertügelt? Ich hab den nicht gesehen. Sieht sich aus wie der da drüben? Nee, der war... Ja, genau. Nicht so. Er hatte verdunkelte Fenster schreit. Ach so, also Sie haben ihn gesehen. Ja gut, dann werden wir Sie anrufen zur Identifizierung, ne? Okay. Ja, supi. Ja. Kriegen wir unsere Laserschwerter? Bitte. Den Pinsel wurden Laserschwerter abgenommen. Pinkes und blaues. Aber meins ist ein Familien... Vorgestern. Okay. Passen Sie auf, ja? Bei der Anzeige. Danke. Warum hatten Sie das Laserschwert dabei? Das ist Familienerbstück. Oh. Und wo ist meins? Das ist dein Ziel. Du bist Padawan. Du kriegst noch nichts. Danke. Nein, nicht Padawan. Der hat Kinder getötet. Ach nee, das war... Das war das Luke Skywalker. Das war der Annie. Annie, Annie! Ja, Annie Kek war das. Mit Tibbers. Du bist Jaja. Ich? Ich bin Jaja Binks. Ich bin Java. Ich bin Java. Ich würde jetzt hier einen guten Spruch von Java. Ich würde jetzt hier einen guten Spruch von Java. Oberhaut. Und Lea hat ein kleines Abo von Magis, ne? Was? Was? Ja, ist egal. Oh, das ist er. Das ist er. Das ist er. Oh, oh. So. Mal die Flossen hoch da, Opa. Oh, mein Gott! Mhm! Umdreh den Flossen hoch! Licht hin! Was hab ich getan? Hä? Ääh, ääh, Fischer! Ich dacht doch das witz! Ist das eigentlich okay! Das ist so! Hold down, Fischer! Oh ja. Was? Ja, ist doch gut. Hey, wie hab ich die alsäuse fest? Meinst du, der hat in der App geguckt? Halt die Klappe, bitte. Halt die Klappe. Was ist denn negativ? Ich wollte gerade selbst hierher kommen. Na, da. Hättet ihr, was ich bedroht? Na, da. Ihr seid vor meinem Auto mit einer Rohrzeige. Du hast uns angehalten. Du droht mir, dass ihr mich umkloppen wollt. Du hast uns angehalten. Du hast uns beleidigt. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwelche Waffen dabei haben. Ich weiß nicht, Herr Fischer. Willst du mir jemanden hochhelfen? Mörder. Oh, der ist hart wie Stein. Das kann als Waffe gelten. Ich habe nur ein Messer dabei. Du, die kommen dann helfen, diese Frau hier hochzuhelfen. Ja, wir brauchen nur ein paar Leute. Achso, Pinsel hilft mit. Ein, zwei, drei. Alter, da gibt es eine Bandscheibe, du. Ui. Herr Fischer, ich kann euch das alles erklären. Gut, Glückwunsch. Wir sehen uns wieder oben. So, okay. Schon besser. Dann erzählen Sie mal, was los ist. Ich glaube, das kriegen wir so geklärt, ohne jetzt niemanden hier verhaften zu müssen, oder? Ja, aber hands down, mein Freund. Ja. Ja. So. Ähm, und zwar, Herr Fischer. Ich bin langgefahren, Richtung Ostheim Bay. Und dann kamen die und haben irgendwas geschrieben. Liege, Versicherung. Jetzt hör mal auf zu schreien. Äh, ja. Dann bin ich dann langgefahren. Und dann haben die irgendwas gefaselt. Dann habe ich denen gesagt, dann ist ja euer Problem. Und dann habe ich mich vorlieg gestellt, um das zu klären. Dann kam mir gesagt, dass man ja auf einmal so angesprochen wird. Und dann haben die mich bedroht, sind ausgestiegen, kam der Dicke da mit einer Rohrzange auf. Keine Beleidigung. Beleidigung. Ja, das ist nur eine Personenbeschreibung. Achso, ja gut. Nein, ich bin Paladin Level 11. 12. Glauben Sie mal, der FIB sind Paladiner. Okay. Bei der letzten 10. 10. Judgment, die wir reingerichtet haben, mit ihrem Richturteil von der Seite weggepittelt, glauben Sie mal. Ja. Auf jeden Fall kam denn der und und hat mein Kennzeichen erst mal und dann kam der mit einer Rohrzange zu mir und meint, ja komm, jetzt hast du Angst, jetzt traust du dich nicht. Machst Fenster und so. Dann bin ich weggefahren. Das komische ist, ich weiß, dass die eine Rohrzange besitzen, also ein Ravioliöffner. Also so gelogen kann die Geschichte ja nicht sein. Das stimmt, ich bin mit der Rohrzange ausgestiegen, aber jetzt frag dich mal, Dieter, warum ich sein Nummernschild fotografiert habe. Warum sollte ich das tun? Wenn du uns vorher nicht bedroht hast, das ergibt ja keinen Sinn. Mit was hat der Herr bedroht? Ich habe gesehen, was er in der Tasche hatte. Der hat es nicht ausgestiegen, der hatte, wir sind am Hotel bei uns vorbeigefahren. Also nur verbal gedroht. Ja, genau. Und dann hat er gesagt, hey, was habt ihr denn da für ein Auto? Und wir haben gesagt, Fahr, da habe ich zu Twinkie gesagt, Fahr, da fahr, du willst uns bestimmte befallen. Dann hat er uns, doch, hast du wohl, wolltest du. Nein, wolltest ich nicht. Du hast uns angehalten. Und dann saßt wir im Auto. Wir haben mit dem unser Auto gefahren. Genau, dann hast du uns gepettelt. Nein, ich habe mich vor ihr Auto gestellt, damit ihr anhalten. Ja, das stimmt. So sieht es aus. Genau. Und dann hast du gesagt, du kommst mit all deinen Freunden. Ich habe nur vor ihr Auto gestellt, um mit euch zu reden. Nein, du hast gesagt, du holst all deine Freunde. Dann haben wir angehalten, dann sind wir ausgestiegen. Ich habe sofort deinen Kontakt. Warum juckt nicht? Wir wissen auch nicht, wer da im Auto sitzt. Ich habe in meinen Kontakt. Dein Kopf sieht aus wie ein Schmarrer. Die Herr Bench Ruf, dann habe ich vom Obermeister Dieter Fischer und Hertha Hans und Bobby und mein Ja, wie soll ich denn holen? Sag mir das. Ist doch egal. Du hast mich von der Straße abgedrängt, du hast uns all deine Freunde und wir sind ausgestiegen. Ich habe sofort dein Nummernschild fotografiert. Wir machen ein Wettbewerb. Okay. Wettbewerb wäre unfair. Ja. Sagen Sie, so oberflächlich sind Sie. Okay, dann machen wir es anders. Wir machen ein Wettessen. Boah. Ich gebe... Ich werfe Twinkie in den... Haben Sie Hot Dogs? Die kann ich mir richtig gut reinschieben. Wir gehen ins Bisco. Ich gebe Ihnen jeder... Jeden von Ihnen gebe ich Ihnen zehn Donuts. Und wer zuerst die zehn Donuts aufgegessen hat... Halt ich! Haben Sie Hot Dogs? Die kann ich mir richtig gut reinschieben. Die atme ich ein. Können wir einfach diesen Twist nicht mit dem Essenswettbewerb auflösen? Und denn? Ja. Dann sind Sie aber hoffentlich so träge und fettgefressen, dass Sie keinen Bock mehr haben, irgendjemanden zu bedrohen oder wegzutun. Nee, jetzt macht sie nichts mehr aus. Du hast dann, als du weggefahren bist, gesagt, du wirst uns heute auf jeden Fall finden und auf uns schießen. Um mit euch zu reden. Um zu schießen. Auf uns zu schießen, hast du gesagt. Ich geh auch jagen und ich hab auch Messer dabei, um zu wandeln. Ich. Du lügst. Du bist ein Lügen. Was hast du gesagt? Und ich möchte Wind schießen. Du lügst. Sie fallen aus. Weil ich hau es fallen ab. Alpizine hat nicht geholfen. Wer sollst das auch nicht saufen? Ich hab das nicht gesoffen. Du bist ein drecklicher Morddrohungmacher. Ja. Oh, Beleidigung. Ich hab's zu sehen. Hey, ich weiß nicht, wovon du redest. Also es ist wirklich das auf jeden Fall nicht so lauer. Nur damit du ein Recall kommst. Teil der Kuh. Der wurde rausgeschmissen. Vier mal nein. Teil der Kuh. Teil des Schiffs. Teil der Kuh. Und was ist denn? Ich hab das nur, oder was? Teil der Kuh. Teil des Schiffs. Habt ihr nur ne WhatsApp-Kuh? Teil der Kuh. Teil des Schiffs. Teil der Kuh. Teil des Schiffs. Teil der Kuh. Teil des Schiffs. Ich hab so viele Fragen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Oh Gott, oh Gott. Du stimmst. Kann ich an dem heiligen Finger? Du kannst der Kuh beitreten. Ich geb dir gleich zu und den einen, wenn du jetzt nicht gleich aufhörst. Das gleiche mache ich gleich mit dir und er benutzt dich als Hampe, du Schwanzkorb. Ja, Schwanzkorb. Ach, wissen Sie, was? Schlagen Sie sich doch. Nein, schwimm ich nicht. Hallo. Das ist Daltenschutz. Das ist das Foto für vorher. Hallo. Nein. Das will nicht. Das Foto soll gelöscht werden. Das ist schon auf Switcher. Außerdem ist das eine Sofortbildkamera. Hallo. Die soll das Foto löschen. Das geht nicht so. Geht nicht. Das ist eine Polarold. Hier ist ein öffentliches Gelände. Hier kann jeder fotografiert werden. Aber nicht ich. Ja, dann gehen Sie hier nicht hin. Ey, ich schieb dir gleich aber was rein. Ey, das schwöre ich dir. Der macht dich aber kalt. Vielleicht. Ah, der hat gesagt, der will mich kalt machen. Ja, ein paar Mal drohen. Ja, ja. Sie sind ein ganz schlimmer Finger. Ich sehe das. Ja, ey. Du bist einer. Nase. Aha. Nase. Soll ich den noch breiter machen? Du mit deinen Fallschirn. Du siehst du, dass du angewinnst. Wann? Ja, wie watt? Watt ist eine Steckdose. Watt Steckdose. Ja. Gleich mach ich doch noch Schock, ne? Aber hier. Siehst du, ich messe noch breiter. Ja, genau. Willst du das so? Willst du reingucken? Willst du, ob der Rathans Gold ist? Das ist so irre, der Kerl. Deshalb hast du auch keine Freunde. Ich hab Freunde. Ja, wenn. Aha. Dein Handy vibriert nur, wenn dein Akku fast leert. Genau. Nee. Ich hab mehr als genug. Glaub mir. Ja, ja. Deshalb hast du auch lange. Kontakte bis in die Unterwelt. Heißt du denn gerade eben gesagt, du hast keine Freundin, die du anrufen könntest? Eben. Gerade siehst du. Lüge. Lüge. Von Freunden. Du bist der Lügenlord. Ein Schauerbärer, du. Du lügst und bist so dumm, es zu merken. Du Lügenlord. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Wenn ich dich gleich angucken, du hast bestimmt Kondom in der Größe XS. Ich? Ja, genau du. Ja, und trotzdem noch deine Frau mit dem Fremd. Was? Für dich gibt's nicht mal ein Kondom. Du benutzt die Verpackung von der Beefy. Boah, schau. Hey, jetzt pass mal auf, wie du redest. Sag mal, mutiert sie, oder? Ich lüge nicht. Sie drohen mir die ganze Zeit. Hey, es reicht ja wieder langsam. Mama, den Knopf so. Wie lüge ich aus? Hopp. Oh, mein Wachchen, Gereo, Nani, Ui, A, BAM. Hallo. Du kannst nur sein, dass ich verfehlt habe. Hätte ich voll aus dem Bild getreten. Du hast meinen Elmbo getroffen. Die Klappe. Wir gehen jetzt. Wir haben nämlich im Gegensatz zu dir einen Job und Freunde. Genau. Wie viel verdienst du denn am Tag? Die Loser haben wir bedient. Wie viel verdienst du denn am Tag, du Arschloch? Aha. Wie viel verdienen Sie am Tag, Herr Fischer? Man, was ein Kacklob. Willst du jetzt mit deinem Gehalt angeben, du Erdbeerfeldprofi, du? Finn, das ist ja mal durchgespielt. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Den haben wir so voll gezeigt. Ja, ich auch. Der wurde bedient. Entschuldigung. Komm mit, Opa, wer auch immer du bist. Ja, komm mit, steig ein. Ey. Was sind das denn für erotische Prachtmassel? Ja, geil, oder? Ja, das ist meine Frau. Ja. Ja, nee, ich meine Spätel. Hallo. Multipliziert. Pass auf dich. Oh, Beleidigung. Fuck you. Fine and ugly. Ja, ja. Ja, komm, ich hab Pamke dabei. Komm. Kissenbreit. Breit. Ich hab keine Beifahrschnell. Kissenbreit. Warum bist du denn? Hey. Ich kann unterdrücklich fahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pass auf. Ich will nicht sterben. Das ist du Arschloch. Ist der dumm? Bleib schnell, du Pixer. Verpiss dich. Such dir Warnersfreunde. Oh Gott, wo bin ich denn schon wieder reingeraten? Hallo, freut mich übrigens. Mein Name ist Kasner. Schneid euch an. Schneid euch an. Der will's auf die harte Tour wissen. Oh Gott. Genau, steig. Sofort an Chris. Hilfe. Schrift den Sheriff. Habt ihr eure Pokébälle bereit? Wir können so einen aggressiven Gebrauchung. Wir brauchen Hilfe. Der rammt uns die ganze Zeit. Der rammt euch. Der schießt. Fahrt, 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 Twinkie. Pass mit dem Sheriff. Nein, der schießt nicht. Oh mein Gott. Der rammt uns hier komplett weg. Das ist ganz komisch. Hast du eine Waffe? Nein, hab ich nicht. Lassen Sie uns in Ruhe. Ich hab keinen, Dieter. Komm in Richtung, Pity. Fahrt, Twinkie, fahr. Nein. Warum haben du das hier? Der rammt uns die ganze Zeit. Fahrt zum Sheriff, Schumpo. Welche Höhe seid ihr? Vom Krankenhaus direkt. Oh Gott. Fahrt zum Sheriff. Der pittet uns. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Scheiße. Guter Trief. Aua. Das musst du sehen, Dieter. Der ist wahnsinnig. Der ist richtig wahnsinnig. Aua, schau wieder. Ich seh noch gar nicht. Wir fallen gerade Richtung euch wieder. Du bist so wunderschön nicht hässlich. Du hässlich. Nimm dann gar keinen Sinn. Aua. Ich mach dich fett. Wir haben auch hier einen Opa dabei. Der ist Zeuge. Ja. Hallo. Oh mein Gott, schau wieder. Aua. Ich seh es. 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 Ja, wir nehmen ihn hoch. Au. Ja, der Wäppler. Aua. Was ist mit dem, Mann? Lass aus der Scheißkarre. Oh Gott. Kann ich ihn daher? Nee. Sag mir nicht. Nein. Ach du Scheiße. Ich glaube, der braucht Urlaub. Ach du Scheiße. Der braucht definitiv Urlaub. Was ist denn? Seht ihr? Wir haben nicht gelogen. Aua. Geht's euch gut? Ich fahre erstmal ran, Luki. Ich hab Hunger. Das ist bei dir auch kein Wunder. Oh Gott. Geht's euch allen gut, ja? Ja. Aber das Auto. Das Auto ist ganz schön im Arsch. Geht's euch gut? Sag mal. Geht's euch voll. Oh nein, diese Beule. Bist du der Roni? Ja. Guck mal das Auto. Sag mal, wie siehst du denn aus? Nein. Partner, look. Hey. Was? Baut auf, bohschessen Fetschki. Wollt ihr auch rein? Ja bitte. Wie macht ihr Fetschki? Danke. Da, nimm deinem Fetschki. Was für ein Psychopath, der hat unser ganzes Auto kaputt gemacht. Ja. Was für ein Dreckseck wirklich. Wer seid denn ihr, wenn ich fragen habe? Ich bin die Twinkie. Hallo Frau. Was? Ich bin Peanut. Wir sind Twinkie Peanut. Du bist Peanut? Hi, ich bin Peanut. Ich. Normal, ich bin Peanut, verstanden. Hör auf, das zu sagen. Peanut. Ich dachte nicht. Erdnuss. Ah, du bist eine Erdnuss. Ja. Ja. Ich bin Twinkie. Und das ist Pinsel. Hallo. Genau, das ist mein bester Freund. Und meiner. Weißt du, Dattie ist runter. Der war im Krankenhaus und hat sein Hirn verloren. Gar nicht wahr. Doch. Das ist so schlau. Und der war mal im Taxi, als sie mir nicht schuldig ausnahm. Ich habe gute Steuer übernommen. Was ist das denn? Wir brauchen noch einen Bus. Warum haben wir sowas nicht? Genau, Pinsel. Warum haben wir sowas nicht? Wird die Frau von dem Bus abgeholt? Ich glaube, wir müssen auch mit dem Bus fahren. Unsere Autos abholen. Aber der Bus ist schon weg. Oh ne, er kommt wieder. Oh, jetzt wird die nur von dem anderen Bus abgeholt. Die baut aber viele Busse. Ist sie klausch? Na, Freddy. Ah, ja, sowas. Egal wie sehr du Curry magst. Freddy mag mehr Curry. Nein. Oh nein. Aki. Ach. Ach. Wir müssen uns eine Pistot gezogen. Gib mal deine Nummer, Schönheit. Nein, du kriegst die Nummer für meine Frau nicht. Ja, ist mir egal. Kriegst du nicht. Das macht ja der Reiz. Ach so, aber ich glaube, ich bin nicht so auf den Reiz aus. Also ich dachte, mein Peanut hier ist das Maximal, Alter. Du hast die mindeste Ablaufdaten schon überschritten seit 70 Jahren. Ja, ist mir auch letztens passiert. Ich wollte einen Joghurt aus dem Kühlschrank holen, fallen gelassen. Er war nicht mehr haltbar. Boah, die schnappen den, ne? Oh Gott. Die schnappen den aber voll. Oh mein Gott, was ist denn jetzt? Oh mein Gott, too fast. Too furious. Act the fool. Too furious. Guck mal. Da ist Winddiesel drin. Was? Da war Winddiesel drin in dem Auto. Wie sind die? Hey, Erdnuss. Ja, Opa. Oh nein. Was denn? Das hast du nun davon. Das ist meins. Finger weg. Du weißt anderen hinterher, ja? Nein, ich hab dir gepfiffen. Nein. Ja, ja. Ich wollte Konterpfeifen machen. Ich hab dir hier im Auge, mein Freund, im Auge. Weiß ich doch, Twinkie. Und das tut ganz schön weh. Ich soll ihn tragen. Oh, was? Wie gesagt, Entschuldigung. Oh, oh, oh. Der kommt, der kommt. Werf das Guzifix auf den Boden. Nee, nee. Das ist eine Klatsch. Huch. Kennst du das eine Lied, Manna, Manna? Wenn die aus dem Mildtonhaus kommen? Hört mal zu. Oh, oh. Wir müssen uns wehren können. Oh, Versicherung. Oh, voll angefahren. Oh, ich glaub, der ist ein Wüsch. Ich hab ihn wohl geschnappt. Ist ein Wüsch? Ja, das Auto gewechselt. Guck mal, alles kaputt, unser Auto. Der hat uns bestimmt 25 Mal gepittet. Ja, ist an sich Sache. Alles kaputt. Der hat uns bestimmt 25 Mal angefahren. Ja. Das ist ein Verrückter. Können wir gleich eine Anzeige machen? Ja, drinne. An einer Leichtstelle. Und gegen Herr Jutta. Okay. Ja, ähm. Den Schorn nicht bezahlt haben. Siegfried Klausen. Siegfried Klausen. Das ist der Name, ja. Okay. Okay. Ja. Wir haben auch eine Fahndung nach ihm ausgegeben. Das Auto wird auch gesucht. Er wird auch gesucht. Also, die Streifen gucken jetzt. Wir müssen uns bewaffnen, damit wir... Das habe ich nicht gesagt und das erwähne ich auch nicht. Aber zur Selbstverteidigung darf man, oder? Ja, ja. Brede genommen. Okay. Gib ein Brettprüsch von rechts. Alles gleich, Bärchen. Dann komm rein. Gute Kicker. Schön mit Rolle vom Dach. Komm, wir gehen an. Siegfried und Roy heißt der, ne? Ja. Was lernen wir von Siegfried und diesen Roy? Klausen. Dass man nicht mit dem Weißen spielen soll. Boah, das war... Das ist Freddy... Das ist Sacki, besser nix. Hey, Big D. Nein, Peanut. Warum bist du dann schon wieder frei, du Sau? Hä? Ich war doch lang genug drin. Was ist da? Hallo. Hallo, Mr. Polizei. Wir hätten gern eine Anzeige. Wir machen eine Anzeige. Wir machen eine Anzeige? Ja, der Dieter hat gesagt, Sie sollen es mich rum. Dann einmal bei den Kollegen hinter Ihnen melden. Okay. Wie hieß der noch? Musik für die Klausel, ne? Ja. Ja. Hallo, Charis. Sind Sie gerade in der Besprechung? Ja, ich... Nee, bin ich nicht. Wir hätten hier eine Anzeige. Eine Anzeige? Ja. Wir melden uns. Wie Spaß, Ritter? Ja, mach ich. Sind Sie ein Ritter? Mhm. Mein Name ist Ritter. Klauen Sie Chinchillas aus dem Zoo? Nee. Haben Sie Fische? Ich bin tatsächlich seit gestern erfolgt. Fische? Nee, hab ich auch keine. Der Herr Fischer hat gesagt, wir sollen hier eine Anzeige machen. Wir wurden nämlich gerade 25 Mal angefangen mit dem Auto. Okay. Siegfried Klause, der wurde doch zur Fahndung ausgeschrieben. Der Fischer hat den gerade verfolgt. Genau. Der steht auch schon auf der Anzeige zu nehmen. Also... Klause. Okay, dann, äh... Dann kommen Sie mal mehr mit, dann gebe ich mir den Nebenraum. Eben schnell. Oh, sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Boah, verschwinden. Endlich darf ich ins Kino. Dann muss ich erst mal... Rieke, Mann, B-Mann. Wo sind meine Fische? Ja, so... Einen Moment. Muss ich jetzt mal so eine Unterlage suchen jetzt hier. Da war es doch. Guten Hunge. Leck mir mal schön weg, Pinsen. Ja. Finde ich erst gleich so, was passiert ist? Ja, klar. Danke. Danke. So, wann ist das vorgefahren? Heute erscheine ich dann, ne? Ja, heute. Heute, ganz richtig. Um wie viel Uhr? Ich würde sagen, vor ungefähr vielleicht 20 Minuten. 20 Minuten? 20 Minuten? Auch das mit dem Park, Tunkie? Okay. Ja, halbe Stunde eher. Ja, ja. Okay, dann 20... 20, 20 ungefähr. Alles klar. War das hier vom PD, oder was? Ne, es fing an... Ähm, beim Stadtpark. Ne, nie. Ja, gut. Hallo. Papa, wir machen eine Anzeige gegen den Typen gerade. Hallo. Hallo. Ja, ja. Ja. Wer von Ihnen will denn die Anzeige direkt aufgeben? Also, dann bräuchte ich den Ausweis. Ja. Wir alle machen eine Anzeige. Wir alle, bitte schön. Ich hab den Ausweis gerade nicht gekriegt. Komm noch mal zu Stück und zur Seite. Wir zeigen den an. Immer diese langen Finger. Ja. Hier, bitte. Danke sehr. Den Bratan. Wen willst du anbraten? Siegfried Klauser. Dann machen wir das nochmal. Tegi. Okay. So. Sind alles meine Zeugen? Mhm. Wir waren alle dabei. Außer der Opa bei der ersten Sache nicht. Ja, ey. Ich bin der Gast und ich bin dabei. Nöre Idee. Ich bin Ronny und die Hosen sind verdammt eng. Ich bin Peanut und bin Zauberer. Ja, Gesundheit. Kann die Lust zum Stinken bringen. Warte. Muss ich untersuchen. Und? Wir brauchen Schmerzensgeld. Mir tut alles weh. Ja, und das Auto muss gescheit werden. Ja, Auto ist komplett schade. Du, ich frag jetzt nur einmal und das vorsichtig, Herr Erdnuss. Ja. Sind Sie schlanger? Wie heißt der Angezeigte? Wie bitte? Wie heißt der, den Sie anzeigen wollen? Siegbert. Weil wenn... Siegfried oder Siegbert? Siegfried oder Siegfried Klausen. Der Herr Fisch hat gesagt, er wird gerade zur Fahndung ausgeschrieben. Siegbert oder Siegfried Klausen. Ja. Herr Erdnuss? Ja. Hey, hey. Der andere. Ich bin Pinsel. Ah. Herr Pinsel? Ja. Ja. Nee. Der andere. Ich bin Pinsel. Ah. Herr Erdnuss? Ja. Was ist? Ey. Ich bin verwirrt. Wenn Sie, wenn Sie schwanger sind, wenn Sie schwanger sind, ist jetzt anscheinend... Ich bin aber nicht schwanger und tue auf, um die ganze Zeit auf mein Gewicht zu gehen. Nee. Das ist frech. Das gehört sich nicht. Das ist frech. Okay. Ich meine Freunde. Wir wollen ja niemanden diskriminieren. Nur weil er ein bisschen mehr auf den Treppen hat, als alle anderen. Ich sage nicht vor der Polizei, dass die dumm sind. Okay. Das wäre jetzt so für dich, wenn du das denkst. Okay. Zum Beispiel. Dann weiß ich, dass das jetzt Gewicht hat, dass ich nicht mehr aufs Gewicht gehe. Das ist sehr wichtig. Ich habe mal ein bisschen Rezepte. Ja, genau. Was ist mit einer Treppe? Oh, geh doch mal die Todessermine Level 15. Ja, genau. Ein bisschen Ärzte fahren. So war es bestimmt noch nie in der Heißgrund, die Tadelle. Weiß ich nicht. Bei Arthas. Der Drücken Pony. Ja. Max Ramos. Ja. Keltusat. Ja. Mhm. Ich kenne mich auch. Frau Smalls, hätten Sie denn eine Telefonnummer für mich? Aber natürlich, aber ich bin eine verheiratete Frau. Au, mein Gott. Ja, das ist wegen der Anzeige. Pass auf die Nummer, der schreibt die auf. Boah. Das ist... Boah, Junge. Ich hasse Trashes so sehr, Alter. Geht sofort weiter. Und Dankeschön, Dankeschön für den Prime im achten. Und Patriot hat man. Ne, danke für den Weezer beim sechzehnten. Und Mr. Tidi hat man, glaube ich, ne? Mr. Tidi, Nox von Nuttix und Luch und Brun2K und Finibu. Dankeschön für die Weezer. Im zweiten mit Prime, im siebzehnten, im elften, im achten mit Prime, im sechsten mit Prime, im fünfundzwanzigsten, sechzehnten und achten mit Prime. It's not a crime. Ich bin überlegen, um mir eine Knarre zu holen mit Peanut. Also hätte ich jetzt ne Knarrebein gehabt, hätte ich den... Auf den geschlotten. Was ist denn U-Left? Diese komische App da, von Unity? Oma? Die Oma ist bestimmt auch immer heimlich im RP und keiner weiß das. Okay. Ja, ich find den auch komisch, aber was willst du machen, das ist RP? Jeder hat seinen Charakter. Also was ist genau passiert? Jetzt fangen wir an. Ey, Hallöchen. Hallo. Hallo. Mal kurz in die Kantine. Was ist passiert? Also wir waren, wir waren, wir sind so ein bisschen rumgefahren, weil wir wollten zum Gewerbeamt und dann sind wir, dann sind wir von da aus sind wir so ein bisschen rumgefahren, wollten, wollten eigentlich auch noch zur Polizei und dann Ecke Stadtpark, da trafen wir das das erste Mal auf den genannten Herren und dieser hat uns dann irgendwie angeschrien aus seinem Auto raus und dann haben wir, also ich habe meinen Mittelfingern zu ihm gezeigt und habe gesagt, bitte belästigen Sie mich nicht. Ja. Daraufhin hat er uns weggepüttelt. Dann fing er an lauter zu werden, ja, ich habe fast geweint. Ich war wirklich erschüttert von dem, was passiert ist. Jedenfalls ist mein Mann hier dann ausgestiegen und hat sein Kennzeichen fotografiert. Ja. Und daraufhin wurde der Mann dann natürlich noch wütender, hat mehr rumgeschrien und dann hat Tina seine Rohrzange rausgeholt und sagte, hey, wenn du so krass bist, dann komm halt raus. Ja. Dann hat er gesagt, ich rufe all meine Freunde und so und dann sind wir eingestiegen, haben gesagt, oh, der hat, der macht eh nix, der hat voll Angst. Dann hat er aber gesagt, ich werde, ich werde euch finden auf jeden Fall und ich werde euch erschießen. Ja. So, dann sind wir zur Polizei gefahren und wollten, ähm, ja, wollten halt sagen, dass wir bedroht wurden und im Gespräch mit dem Fischer tauchte der genannte Herr dann auf und, äh, ne, er hat nicht geschossen. Ähm, er wurde dann gestellt quasi. Dann wurde er, also, er kam dann mit zu uns zur Konfrontation, ne, dann haben wir alles erklärt, er hat Lügen erzählt von wegen, so wäre es gar nicht gewesen und so. Ähm, man hat aber schnell rausfinden können, dass er einfach ein Lügner ist. Oh, ich liebe die, wie die Reden. Und dann war das aber irgendwann für uns auch irgendwie so anstrengend und wir wollten was essen. Ja. Und, äh, dann sind wir losgefahren und dann kam er auf einmal und da hat unser Auto gerammt, immer und immer wieder. Ich hab versucht, irgendwie wegzuhauen. Da war der Opa dann mit dabei. Genau, da war der, da war der Opa dabei. Ähm, ja, er hat immer wieder unser Auto gerammt. Ähm, wir sind zum Krankenhaus gefahren. Ich hab versucht, irgendwie wegzukommen, irgendwie. Und dann hab ich den Herr Fischer angerufen. Genau, und der Piener, der hat den, ähm, Herr Fischer angerufen und dann sind wir Richtung P.D. gefahren. Und dann wurde er verfolgt von Herr Fischer und seinen, äh, und ihren Kollegen. Und, äh, die haben ihn aber wohl verloren, weil er wohl das Auto wechselt hat. Äh, ne, ein Officer würde gerne mit dir reden darüber. Und scheinbar, wo der jetzt ist. Ja, wir machen grad Anzeige. Ja, das ist, äh, das ist perfekt. Dann, pass auf, dann schreibt ihr nochmal jemand ne Nummer auf. Ich soll die Nummer aufschreiben? Ja, noch eine. Okay. 5, 5, 5. 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5. 6, 1, 4. Ja. 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 7, 2, 5. Sie waren jetzt zu dritt unterwegs erstmal am Anfang. Und dann kam der Herr Kessel. Das ist Officer Gagami, ja? Als wir dann das erste Mal beim PD waren. Ja, von Schlümpfel, der? Ja. Äh, heißt der auch der von Schlümpfel, so weiß ich, ja. Also sie waren mit ihrem Mann und mit Ronny Hobbs unterwegs. Ja, ähm, der hat den Herrn gerade, der wird dann mit ihm reden. Wenn die Anzeige dann eh gemacht wird, dann wird er sich damit anschließen dann. Okay. Ja, geht um die Sachbeschädigung. Diesmal ist bitte, ciao. Der Herr Fischer hat mich angerufen, die haben den gerade festgenommen. Und wir sollen uns mit dem Officer Gagami gleich nochmal in Verbindung setzen. Oh, Gagami. Ja, und der Herr Fischer hat gesagt, wir sollen noch ans, wegen Dings, wegen Autoreparatur und so, sollen wir alles aufschreiben. Ja. Jetzt? Der Herr Fischer hat das übrigens gesehen, deshalb hat er sofort die Verfolgung aufgenommen, dass er uns verhängt hat. Sehr oft. Über 25 Mal. Das waren locker 15 Mal. Das waren locker 15. Das war sogar so schlimm, dass der Fischer am Telefon zu mir gesagt hat, ich soll auf den schießen. Aber wir haben keine Pistole. Keine Pistole. Sollen wir uns keine kaufen? Weiß ich nicht. Jetzt haben die den ja erstmal. Ja, jetzt haben die den festgenommen. Wir wollen Schmerz mit Geld. Und er muss die Autoreparatur bezahlen. Ja. Und wer ist dieser hier Gagami? Das ist ein Officer. Ah. Der hat den, glaube ich, gerade festgenommen. Ah. Der Gage. Oder Gage, okay. Gage. Gage. Oh, Fischer Gage. Was hast du für Tastenton eingestellt? Ich? Ja. Ich glaube, das sind blaue K-Caps. Ich rufe den mal. Ja. Also, am Büffelpark kam der Herr Klausen dann. Ja, bitte. Hallo, Fischer Gage. Ja, das ist wichtig. Ähm, der Herr Fischer hat mich angerufen. Ich soll mich bei Ihnen melden. Ja, genau. Haben Sie Ihr Knochen geknackt? Ich hab Gänsehaut ab. Ja. Was hab ich? Haben Sie Knochen geknackt? Äh, nee, in der Tat gerade nicht, sondern gerade noch was zu trinken aufgemacht. Ach, boah, ich dachte schon. Ja, das geht um den Herr Siegfried-Typen, den Mann da. Ja. Da machen wir gerade eine Anzeige. Sie machen da gerade eine? Ja, wir machen gerade eine Anzeige. Das war richtig. Sind Sie aktuell hier im Gebäude, Wendel? Wir sind unten im Aquariumraum. So was darf man es mit dem Officer. Da machen wir gleich eine Anzeige. Ah, ich war Haupteingang. Ja, genau. Okay, ja gut, dann komm ich einfach kurz hoch, weil ich bin auch im Gebäude. Okay, bis gleich. Das kommt dann. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Wir müssen quasi sagen, halt, stopp, bitte helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir, müssen Sie sagen. Ja. Nee? Der Office ist da gerade gekommen, drunter im Aquariumraum. Okay. Du hast schicke Schuhe, ey. Danke, ich kann die nicht sehen, aber ich glaube, die sind hübsch. Sind das Eisautschuhe? Nee, die sind so ein Adidas. Adidas. Ei. Oh, der Gage macht schon seit 17 Jahren RP-Meter. Und immer nur Kopf. Schick. Wo ist der Pinsel hin? Er hat sich verpinselt. Handschuhkack oder so. Ei. Also, Herr Gage kommt jetzt runter, oder was? Ja. Okay. Great. So. Ähm. Also, als er angefangen hat, jetzt diese beiden haben sie dann natürlich dementsprechend auch reagiert und haben dann wahrscheinlich dann zurück, ne, agiert. Ja. Inwiefern? Mhm. Ja, aber nicht mit Gewalt. Nicht mit Gewalt. Nee, 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 das schreibe ich nicht hin, um Gottes Willen. Nee, nee. Stinkefinger gezeigt. Ja, genau. Nur ein Finger. Hallo. 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 Hi. Sind wir halt bestimmt angefahren mit seinem Auto. Oh, wei. Der muss ja beschalen. Aber statt, denke ich immer, das kriegen wir schon hin. Ja, ey. Wie gesagt, wir müssen halt nur warten, bis das halt, ihre Aussage schriftlich und auch unterschrieben ist. Dann können wir halt weiterarbeiten damit. Super. Ja. Okay. Und Sie haben den jetzt festgesetzt? Ja, ist richtig. Wir haben den festgenommen. Ein Ehrenbeamter. Der Herr Fisch hat sogar gesagt, dass der Typ das Auto gewechselt hat, um es zu entkommen. Okay. Gut, wir haben den dann jetzt zu Fuß angetroffen. Aha. Der ist ja richtig kriminell. Ja, davon haben wir viel zu viele hier. Ja, alle ins Gefängnis dürfen. Also zählt. Boah, ich gehe gleich. Alle weg. Ich sage nur ein Wort, lebensmänglich. Ja. Death Row. Die. Records. Shook Knight ist auch im Gefängnis. Ja. Bitte, wer ist im Gefängnis? Shook Knight. Wer ist das denn? Das ist der Label-Melodger von Death Row Records. Der hat damals die Musik von Tupac rausgebracht. Okay. Wie war das bitte weggepittet? Das war am Würfelpark. Hat er den Wagen weggepittet? Immer. Ja, genau. Nein, das war das, die erste Sache, Opa. Ah. Danach haben wir wieder... Ich bin sehr flott. Der hat uns angehalten, haben wir verpackt damit. Mhm. Mit dem Pitten? Ja, der hat uns gerammt, bis wir angehalten haben. Was für ein Drecksack. Entschuldigung. Aber stimmt doch. Ja. Ein Schwachkopf, sorry. Ein Schwein. Ja. Ja. Wir sind tatarbeigerte Menschen. Ja. Und wenn... Wir zahlen Steuern. Ja? Ja. Ja. Beim Taxi zahlen wir Steuern. Von dem, was wir verdienen, gehen immer 70 Dollar in den Start. Mhm. Mhm. Wurrein. Das ist... Da hat er sie zu sich gingen. Wenn sie 70 Dollar verdienen, dann gehen aber doch nicht 70 Dollar davon ab. Nein, dann ein bestimmter Prozentsatz von den 70 Dollar dann. Okay. Und wie groß ist der Prozentsatz? Das weiß ich nicht. Schade. Ihr seid beim Taxi? Ja. Ja. Du willst euch da? Ja. Freut mich. Ich war da auch mal. Ja. Nicht mehr. Ja, warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Doch. Ich war bei den Marshalls. Gar nicht. Ja. Was ist das denn? Hast du wieder geflickt? Ja. So, äh, genau. Ähm, was ist danach nach dem Würfelpark passiert? Also, nach dem Dingens, sind sie dann wieder weggefahren, oder? Ja, dann sind wir hier zum BD gefahren. Warum haben wir eine Anzeige, wenn der Typ gefangen wurde? Weil das angezeigt werden muss. Genau. Ohne die Aussage können wir ihm nichts beweisen. Genau. Richtig. Ach so. Ah. Wollen wir mich schon mal vorab, was für ein Fahrzeug wurde beschädigt? Ein Taxiwagen, oder? Das rote, vor der Tür. Nein, nein, unser Privatfahrt. Unser Ingot. Ja. Rote Ingot steht hier direkt vor dem BD. Ja. Also der ist schon repariert worden? Nein, noch nicht. Okay. Wir sind ja direkt bei der zweiten Attacke wieder hier hingefahren. Genau. Und dann haben wir die Anzeige gemacht. Was hat der denn, was hat der denn, was ist denn alles kaputt an dem Fahrzeug? Wissen Sie das schon? Alles. Nee, wir waren noch nicht in der Werkstatt. Aber alles ist zerbeult. Alles vorne. Alles. So wie ein Auto halt aussieht, wenn das 15 Mal gerammt wird. Kann ich mir die leider nicht vorstellen. Hab ich noch nicht gesehen. Ja, dann gehen Sie mal vor die Tür. Ja, das war nicht so. Ey, Mann, Opa, das hab ich grad gesagt. Ob man sich das Lämmer anguckt, ist immer so ne Sache, ne? Ja. Das lootet ja eher das Autofahrerherz dann. Wir lassen das prüfen von der Autowerkstatt. Ja. Das ist ne gute Sache. Sollen wir dann mit, sollen wir dann so ein Dings ein Schreiben machen lassen? Gutachten, ja. Gutachten. Und das bringen wir dann hier hin? Ja. Mit dem Beleg der Rechnung, richtig? Das ist richtig. Sehr gut, sehr gut, das machen wir. Ähm, Speckschnitchen, bitte schreibt das mit. Okay. Ist irgendjemand verletzt worden während der Sache? Wir waren noch nicht im Krankenhaus, aber mir tut alles weh. Ja, mir, ja, mir auch. An der Seite, wo der mir reingefahren ist. Und die Seite, wie? Sollten sie auf jeden Fall untersuchen lassen, auch da ein Gutachten, weil das ist für, später für die Justiz sehr interessant halt. Geil. Weil sich ja auch darauf hin zum Beispiel auch ein Schmerzensgeld dann errechnen lässt. Und was ist, wenn er kein Geld hat, das zu zahlen? Ach, der meinte doch, der meinte doch zu Prahlen geworden. Die Justiz. Sie kamen zum PD, um das zu melden. Dann werden seine Autos gefunden. Was geschah dann am PD? Also wir haben mit dem... Oh, das hier ist ja wie ein Kinderfeld. Dieter? Hm? Speckschnitchen hieß der Dieter? Dieter Fischer. Dieter Fischer. Mit dem haben wir geredet. Und haben halt ihm alles erzählt. Und dann irgendwann stand der Typ, aber vorm PD. Und dann ist der Dieter Fischer, ist zu ihm gelaufen, hat gesagt, Ende hoch, bewegen Sie sich nicht und so. Also der Herr Fischer hat ihn erkannt, weil die den heute schon mal angehalten haben. Genau. Der wusste, zu wem das Nummernschild gehört. Ja. Dann haben die den sofort festgesetzt. Genau. Und dann haben die den quasi vor uns gestellt zur Konfrontation, damit das geklärt wird, denke ich. Und dann hat der Herr aber nur Lügen erzählt, von wegen er sei ja das Opfer und und und. Wurde dabei auch wieder einigermaßen laut teilweise und leidigen meinem Speckschnitchen gegenüber. Genau. Insel, geht's dir gut? Ja, ich kann nicht mehr stehen. Der war schon laut. Und auf jeden Fall, irgendwann wurde uns das dann auch zu blöd. Wir haben gesagt, okay, dann komm, dann fahren wir jetzt mit dem Opa, fahren wir essen. Und vergessen das einfach erst mal. Genau. Ähm. Wollten wir einen schönen Burger holen. Genau. Oder Zweige. Und dann saßen wir alle im Auto und dann war der Herr da auch schon wieder und rannte da vor dem PD rum, Richtung, also zu seinem Auto. Und ich hab mir da erst gar nichts bei gedacht. Dachte mir so, okay, was will der noch von uns? Der würde ja jetzt nichts machen, wo wir hier waren. Und dann auf einmal hab ich nur gemerkt, was unser Autorahm. Pst. Und das immer und immer wieder. Und ich hab versucht, irgendwie wegzukommen. Also bin ich erst mal im Kreis gefahren, um diese Insel da vorne, hier in der Nähe von PD. Und dann bin ich Richtung Krankenhaus, bin dann rechts in die Seitenstraße gegenüber vom Krankenhaus. Dann waren wir auf der Brücke, da hat er uns sehr stark getroffen. Da hab ich auch, ach, das fühlt mir ganz schön im Nacken, das sage ich Ihnen, aber dann bin ich erst, auch erst mal gar nicht weitergefahren, weil ich war wirklich geschockt. Ich dachte nur, was ist das für ein Mensch? Und dann hat Pien gesagt, fahr, fahr, Zuckerbäuschen, fahr. Und er hatte den Fischer auch am Telefon. Und dann sind wir halt, ich hab versucht, irgendwie zum PD zu kommen. Und das haben wir dann zum Glück auch geschafft. Und dann ist der Fischer direkt mit ihren Kollegen ins Auto und die haben versucht, ihn zu erwischen. Ja, die haben das auch gesehen, dass wir von dem angefangen wurden. Und jetzt, jetzt bitte nochmal ganz langsam von Anfang an, damit der Mann nicht mitschreiben kann. Ich hab schon, äh, ich hab schon so die Hälfte mitgekriegt. Ich, ich schreib das so, wie ich das... Die Hälfte? Ja. Das geht schon. Bleiben wir am Protokollanten. Nee, das geht, das geht schon. Die erste Hälfte oder die zweite. Wir brauchen nur Spekulatius. Und zu spekulieren? Ja. Ah. Wird hier gerade so ein Verpuffes, ey. Und? Wie macht sich der Boden? Ja, ich schmecke dann auch. Ja, aber wir müssen die Anzeige machen. Oh, komm, wir gehen ein paar Erdbeeren flücken gleich. Damit die Verbrecher verhaftet werden können. Heute, heute fühl ich das flücken. Ich fühl das. Wie ist denn der Boden? Kann man, kann man den machen, oder? Der ist gebohnt. Was? Der ist dreckig. Mann, ich komme zu dir. Nehmt euch ruhig, Tinkerpäckchen. Hallo. Spicey und Eggel haben heute einen ausgegeben. Er ist ganz gemütlich. Schett. In der Zeit hättest du schon mal zur Werkstatt fahren können, Pinsel. Jetzt müssen wir das gleich immer Abwasch machen. Ich will ein Tinkerpäckchen. Ein was? Ein Tinkerpäckchen. Okay. Ja, ich würde sagen, wir warten noch kurz. Merci. Das war eine Grille. Bitte, mach mal die Hose zu. Das ist eine Grille, die sitzt hier. Ey. Was denn? Da fliegt eine Grille rum. Darf ich die essen, wenn ich die fange? Ah. Das ist eine sehr laute Grille. Jo, die war verdammt. Das tut mir furchtbar. Es tut mir furchtbar leid, dass ich die einfach nicht gefangen habe. Boah, Opa. Nochmal, weil sind die nicht so laut? Entschuldigung. Schett, sag mal dem Jack, der soll mir ein Geldwurst-Gold sein. Manchmal kommt es so ein. Damit ich mir Infusionen kaufen kann. Ihr müsst ihn doch so überreden, bitte. Aber irgendwie habe ich es nicht gefühlt. Soll ich irgendwas? Ich werde müde. Ja, ich auch. Ich mag Kreise nicht so sehr. Ich habe Allergie. Ich weiß nicht, wie ich gerade deine Finger gerorren habe. Das ist wichtig. Du bist mein Bruder. Manchmal fühlst du dir mal auch Flüsch, oder wie? Puh, ich mag das überhaupt nicht. Das ist wie so ein Hexenkessel den Kreis. Mann, Speckgütchen, wir kommen jetzt aber nicht drum rum. Ja, schrei mich nicht an. Ja, dann hör auf zu meckern. Oder geh, ich kann das auch alleine. Nein, ich warte auf dich, Pulling-Paketchen. Mein Quatsch. Du kannst ja nichts dafür. Der Pinsel steckt mich damit an dir. Ja, ihr haltet jetzt beide eure Klappe. Ja, Sam. Ah, ja, wo ist sie? Oh, Sam. So. Jetzt aber. Pull, Sam, hast du wenigstens schon angefangen? Ja, ich bin schon fast fertig. Sehr schön. Nächste Mal ist nichts mit Infusionen. Hab noch einen Karum liegen. Ja, du brauchst, aber die brauchst du. Alles fein. Ich betel einfach bei Jack weiter. Jeden Morgen, wenn der im Team ist, bekomme ich bei dem. Du, da kannst du mir nochmal 100 Gold leihen. Kannst du mir nochmal 200 leihen. Ich gehöre Freis. Bring mir eins mit. Nein. So, äh, jetzt muss ich noch das noch machen. Also, Beleidigung war das einmal. So, dann fangen wir mal an. Jetzt muss ich mal suchen. Wo ist das alles? Stimmt gar nicht. Ich hab heute kein 200 Gold gebrannt. Vorgestern. Äh, nein, 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 nein. Und nicht mal Gold, du hast mir Ruhen gegeben. Gefährdung des Straßenverkehrs wäre das dann auch wahrscheinlich. Ja, der ist, boah, der ist übel schlimm gefahren. Wo kriegen wir dafür auch eine Strafe, weil ich bin ja auch für sie. Ja, aber wir können nichts dafür, der hat uns gebraucht. Ja, eben. Sie sind ja Flüchtling, also geflüchtet. Was sind wir? Von dem Herrn. Hä? Geflüchtet von dem Herrn. Geflüchtet. Hey. Ah, wo? Ah, wo? Was haben wir denn hier? Ist das nicht ein langweiliger Job, immer alles aufschreiben? Ja, eigentlich schon. Ich will auch immer raus, aber naja. Ist das keine Option, einfach so ein Interview zu führen, wo man das Gespräch aufnimmt? Hier. Danke. Ja, wenn es. Danke. Ich wäre ja für eine Sekretärin, aber naja. Twinkie, kann gut schreiben. Beleidigung. Üble Nachrede. Oh Gott, hier ist ja genau am Anfang. Nein, üble Nachrede nicht. Nee, beleidigung halt, ne? Ja. Ja, ja, ja. Da haben Sie schon den ersten Satz fertig. Sachbeschädigung. Beschädigung. Körperliche Beschädigung. Ich habe ganz schönen Nackenzug jetzt. Körperverletzung. Könnte ein Scheidertrauma sein. We're wise. Ja, aber wir müssen erst im Krankenhaus der Bauch schmerzen. Hm. Ja. Mein Papa hat immer gesagt, wenn was passiert, Twinkie, halt hier immer den Rücken. Damit die Schmerzen verdeutlicht werden. Du hast eine Switch. Wo ist denn die Sachbeschädigung? Ich kaufe doch nicht nur eine Switch. Du musst schon eine haben. Ich habe auch mit diesem Anstieg. Ja, ich suche die gerade hier bei uns im Bußgeldkatalog. Ich finde, ich habe dann doch eine Schnitten. Oben. Soll ich mit Ihnen reingucken? Warte mal. Gucken Sie mal da vielleicht. Wie eine Basegap. Ich kaufe der Mario Party, wenn ich will. Nee, da ist es nicht okay. Nee, nee. Hier? Nee. Sieht ja echt ein Durcheinander aus. Ja, keine Ahnung. Ich habe Betrug gefunden. Aber den Sachbeschädigung habe ich noch gar nicht da. Muss doch gucken. Wenn ich hier weiter stehen bleibe, kann ich die Wand als Kunstwerk betrachten. Ich werde gleich zum Gut. So weit? Groot. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Ach, ich bin Groot. Mein Gott, so. Guckst du keine Marvel-Filme? Ach, das ist dieser Bambus, ne? Der Baum. Ich habe kein Bambus. Ich mache Wurzeln hier. Ach, so. Ich bin Groot. Ich bin schon groß und vier. Komm doch und spiel mit mir. Oh, oh. FIB, open the door. Oh. FIB, open up. Oh Gott. Ich bin Groot. Und das einmal, das einmal, das einmal, das einmal. Vor allem mit deinem Namen. Ich bin Groot. Oh Mann. Ja, schick mir Gold, ich kaufe Equipment. Ich schwöre, ich kaufe keine Infusion davon. Und meine Perle mit mir. Können Sie mal aufhören, rein zu singen? Entschuldigung. Ich will hier raus. Ich mache nie wieder eine Anzeige. Ein Speckbüchen, dann geh ich. Nein. Ich mag auch keine Anzeige aufnehmen. Das ist halt da. Ja, aber wir haben auch wahrscheinlich den sehr kompetentesten Mann hier bekommen. Bald mache ich den National Gold für Goldwurst, äh, Guildwurst Gold. Warte mal, ist das noch, weil ich ein bisschen langsamer bin? Ey, das ist voll okay. Lassen Sie sich nicht von den Idioten stressen. Okay. Ich bin kein Idiot. Yay. Wir gehen nicht erst mit den Bürgermampfs. Wir müssen arbeiten, ne? Wir müssen vielleicht erst mal ein neues Auto bekommen. Ja, und Werkstatt und Krankenhaus. Oh, das wird ein Tag heute. Das wird, das wird mein Untergangstag. Ich sehe die ganze Zeit nur Kreise. Ich auch. Und ich, weißt du, weißt du, wie dumm die Fische schwimmen? Die sind so dumm. Hast du mal zugeguckt? Ritter, kommst du einmal kurz zu mir, bitte? Ja. Nee, nicht unterbrechen. Ich habe jetzt noch länger. Ich bin gleich fertig. Moment, ich muss mir gleich noch eine Unterschrift nehmen. Kürze Werbeunterbrechung. Ja. Oh Gott. Kaufen Sie jetzt. Dumme Fische. Ich hasse mein Leben. Ich hasse Kreise. Ich kann nicht mehr. Könnt ihr nicht alle zusammenreißen? Sonst muss ich froh sein, dass wir nicht mehr jeden Tag im Kreis stehen. Echt? Spielst du nicht mehr, Turbo-Eis? Wir haben eine Gilde, wenn du Bock hast. Geh mir die Griffeln weg. Lass mein Pudding-Teilchen in Ruhe. Sonst pumpe ich dich hier durch den Raum, Opa. Genau. Können wir die Seiten wechseln, bitte? Ich fall gleich in Schlafkoma. Ist das anstrengend, im Kreis zu stehen? Ich finde... Ja? Jungs, dann geh doch bitte einfach. Nein, ich will bei dir bleiben. Nein, wir lieben dich. Mein Gott, ich kann es nicht mehr hören. Genau, wir lieben dich. Ich bin auf Flussufer, aber Servus ist mittlerweile egal. Man kann immer... Weil wir nur beste Freunde sind. Ja. Außerdem bist du voll nicht mein Team. Aber ich seh doch aus wie... Nee. Nee? Ich bin voll hübsch. Haff mich nicht, weil ich hübsch bin. Du geh dieses Gesicht an von diesem... Oh, dieses Bild von einem Mann. Ja. Ich bin Herkules. So, und weiter geht's. Ja. Ja, aber du spielst mir nur Trifzen, weil du Tuber heißt. Buhu. Äh, da, 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 da. Bitte sagen Sie uns jetzt nicht, dass Sie alles gelöscht haben. Nein, ich hab das nicht alles gelöscht. Oh, ein Silence Club. Ach, jetzt. Ich hab gedacht, vielleicht... Ja, es kam... Lass mich da ist. War nur mal Antäuschung. Ja, ja. Also so wie bei Gewitter. Der Blitz kommt als erstes zu sehen und der Donner... Ja, und dann heißt es, der nehmt jetzt gleich Klemmsturm. Was? Nehmt's. Hey. Ja, Tuber heißt, wenn du deinen goldenen Spruchst, ich würd den nehmen. Den, den, den. Wenn du nicht mehr spielst. Ich hasse Anzeigen aufnehmen. Ich hasse... Ich hasse... Ich hasse im Kreis stehen Anzeigen machen. Das hat jetzt bestimmt jeder verstanden. Mein Gott, ihr geht mir so auf den Nerv gerade. Wirklich. Oh Gott. Also, um das... Einer muss es ja machen. Um das nochmal zu unterscheiden... Ich mag nicht, dass wir im Kreis gerade stehen. Ne? Nur, dass ich das auch mal gesagt habe jetzt. Mh. Gut. Vergiss jetzt mal den Namen von dem Herrn. Nach Klausen heißt der. Mein Gott. Caillou. Blödkopf heißt der. Kasler. Psycho. Ach nee, das ist schlimm, wenn sie meinen Namen in der Ansage haben. Ich mag jetzt... Oh nee, stimmt. Ich hab schon Caillou gemalt. Hey, du hast eine Switch. Was ist das hier für eine... Was soll das? Was machen Sachen? Hm. So, was? Ja, Mahlzeit. Ich weiß ja, falls er aufgestoßen. So, dann... Ich würde Ihnen einmal was per Bluetooth zukommen lassen, damit Sie das mal eben unterschreiben können. Könnten Sie, wenn wir einmal... Ja. Natürlich machen Sie das gerne. Ich hab... Ahn... Ja, ich muss jetzt mal suchen. Ja, ja. Ja, ich glaub, ich hab sie gefunden. Okay. Dann einmal... Dann einmal die Unterschrift drunter setzen. Ja, ja, du hast eine Switch, du kriegst nicht nur eine. Du hast keine Switches. Ich hab's so kurz für Möglichkeiten. Das muss ja nicht unbedingt ausführlich sein. Oh Gott. Ja, das sieht ja super aus. Das ist doch toll. Okay. Okay. Du hast gebellt? Ich hab' gebellt. Nee. Ich darf's nicht mehr sagen. Also... Dann schreit trinken sie dann. Ja. Ja. Ich kann's auch nicht mehr hören, Freunde. Ich hab' auch Hunger. Gut. Haben wir sie jetzt? Ja, das war's. Super. Gut, dann kommen wir jetzt nochmal vorbei mit den Unterlagen und dann war's das, oder? Genau, das war's dann. Super. Okay. Alles klar. Willst du mich dann melden? Ja, hier, oder? Wieder vor, oder? Ja. Okay. Alles klar. Dann bedanke ich mich. Ja. Und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Danke. Und Ihnen wünsche ich noch einen angenehmen Abend und, äh, lassen Sie sich nicht von dummen Kommentaren ärgern und allem. Genau, hast du gehört, Opa? Ja. Okay, Freunde, wollen wir... Nein. Ich sag immer, nicht jeder Mensch ist perfekt, aber trotzdem sollte man nicht, äh, wie gesagt, jeden diskriminieren, der irgendwie, keine Ahnung, was anders aussieht. Also, das ist mein Wort. Eine kurze Frage, wollen wir noch gegen Herrn Jutta jetzt eine Anzeige machen? Wir sind ja so im Flow. Nö, jetzt... Nicht noch eine Anzeige, bitte. Nö. Nö. Scheiß auf, Herr Jutta. Ja. Okay, tschüss, ihr möchtet, tschüsschen. Wir müssen aber jetzt... Nein, danke für die Zeitversch... Danke. Danke, wir müssen jetzt gleich noch zum Chef, ne? Ja, ich bedanke mich auch für die Zeitverschwendung. Tschüss. 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 Wir müssen gleich noch zum Chef wegen dem Geheimtreffen. Oh Gott, ich bin froh, ich habe kein kleines Bett. Weiß, das hat er doch gestern gesagt. Was? Ach so. Ja, das ist ein kurzer, das wusste ich auch gar nicht. Deswegen, weil dein komischer Typ da ein bisschen komisch war. Ach, ein komischer Typ war komisch, eine heilige Scheiße. Der Typ, der hat eine Scheiße gelabert. Typ, ob ihr es oder was? Hey, der Typ ist, der, der mich an die Schulter geschossen hat. Nö. Und ich glaube... Nö. Ja gut, ich bin wohl wieder frei. Mein armen Scheiße, Alter. Du siehst doch ganz gut aus. Nur weil du dich jetzt voll gefressen hast... Halt die Kippur. Du bleibst jetzt. Du kommst nicht mehr mit. Du bist blöd, immer auf Gewicht. Hey. Nö. Ich wollte gerade sagen, dass du jetzt... Nö. Nein. Mann. Nein. Okay. Rims. Du bist ein gemeiner Opa. Genau. Du bist ein gemeiner Opa. Tut mir leid. Meld dich, wenn du Manieren hast. Du hast mein Herz gegetan. Meldung. Nö. Nö. Heute ist es vorbei. Nein. Bitte. Nein. Du gehst immer auf Gewicht. Du brauchst jetzt Zeit, um über dein Verhalten nachzudenken. Auf die Treppe mit dir. Bitte verlassen Sie nun das Vehikel. Warum sich aussteigen? Böse. Du bist ein böser Opa. Böse. Böse. Ausschließ sie. Böse. Böse. Böse Opa. Böse mit Küsschen. Böse. 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 So. So. Oh mein Gott. Lass uns zu unserer Werkstatt fahren. Ja, haben die da. Geben die da so Autos, die man dann. Solei Autos. Haben die das da? Weiß ich nicht. Müssten wir fahren. Und fragen. Wo ist unsere Werkstatt? Unten am Flughafen. Weil die Schmackgippe ist. Äh. Da. Hab eingegeben. Oh. Geh. Halt es ruhig. Halt es gut. Ja. Wir können nicht jeden Tag immer Action machen. Nee. Genau. Das ist nicht gut. Aber auch nie jeden Tag eine Anzeige. Dafür sparen. Nee, das mach ich nie wieder. Nächstes Mal steh ich mir ein Feld. Ja, ich bin ein LKW. Ja. 6000. Aber jetzt mal schütt das Ding zurück. Was ist von uns so, was nun mal passiert? Sollen wir uns nicht selbst vertrauen? Verteidigen? Ach. Mh. Guck mal Twinkie, der isst Keks und gibt uns kein... Ich denke, es ist sicherlich gut, etwas da zu haben, um uns zu verteidigen. Aber wenn wir einen Moment der Ruhe finden, sollten wir sicherlich jemanden kennen, der uns ein bisschen helfen kann. Ja, aber wen? Der Chef ist... Der Chef, der hat dir doch letztens eine Waffe abgekauft. Fragen wir ihm erst mal, ob wir die zurück haben dürfen. Ja, warte, der hat mir 20.000 Dollar gekauft. Ja, dann gibst du ihm die 20.000 zurück. Oh. Meinst du nicht, dass wir uns auf die Straße eine besorgen können? Ja, was dann? Der runterruft an, der weint. Na und? Der kann auch später noch weinen. Der ist gemein. Ja. Der muss jetzt über sein Verhalten... Na mein Gott, dieses Auto zieht schon wieder nach rechts, ne? Boah! Das ist kurz. Fährt nicht mehr so gut. Wir sollen uns ja ein Gutachten machen. Pass auf, wir fahren das Auto jetzt in die Werkstatt und dann schreibst du oder du machst dir ein Gedicht und dann tust du dich bei dem ganz schön schuldigen. Aber mach dir was richtig krasses. Mit Mühe. Und schön. Mit Höhe des... Bis dann... Wir reden mit dem Opa. Ich... Ich melde mich später. So. Der ist ganz traurig, der hat... Vor kurzem, der wurde ein Unfall gemacht und der hatte, wie hat er gesagt, Anamnese. Gedächtnis weg, Kopf verloren und so. Ja, das rechtfertige, aber nie sein Verhalten. Ja, deswegen ist es jetzt frech. Vorher war der nie so frech. Der geht die ganze Zeit immer nur auf Essen und Dick sein. Ja, vorher hat er wahrscheinlich auch keine dicken Leute gesehen, so wie hier alle aussehen. La Santos, die Insel der Models. Ja. Ja. Der Dichter, dann sind sie alle hübsch. Wenn ich mal hier geboren habe, dann wäre ich jetzt schon Fußmodel. Und egal, wer hier herkommt. Du kannst auch so ein Fußmodel sein. Ich weiß ja nicht. Aber weißt du was? Irgendeine Marke müssen die ganzen schönen hier haben und die werden herausfinden, was es ist. Außer ihr oberflächliches Verhalten. Es wird kostenlos sofort wieder raus. Oder was meinst du? Na, na, irgendwas muss ja nicht so schön sein an denen. Wie gesagt, außer hier oben. Ja. Ja. Aber da muss es noch was geben. Irgendein schimmeliger Zeh oder ein dritter Daumen oder so. Ein tauber Daumen? Ein dritter Daumen. Da, guck mal, da ist ein Fußmodel da oben. Oh. Der hat es auch geschafft, Twinkie. Die Already. Was ist das? Ja, aber der sieht auch so hübsch aus wie alle anderen hier. Die Already. Oh, ja, guck mal, die steht im Kreis. Lass mal in den Schuh. Och, nee, bitte nicht. Oh, mein Gott. Fahr einfach rein. Wie kommen wir jetzt hier wieder weg dann? Ja, wir brauchen uns zu Leihauto. Ja, da wird alles aufgehoben für das Finale am Montag wieder. Kannst du hin? Ja, ich will vorsichtig sein. Ja. Hör auf, wenn du kreis. Hör auf, dass mein Pulli viel mehr leuchtet. LDD Pulli. Jo, das ist der Akku. Oh, nein, die hasst mich. Hallöchen. Ist ein Mechaniker da? Ja, wir zwei wertvolle. Ja, okay, ihr Süßen, passt mal auf. Wir bräuchten ein Guthaben über die Beschädigung an unserem Auto. Ähm, und dazu auch die Rechnung. Das gehört alles zu einer Anzeige für die Polizei. Könnt ihr darüber schauen, wäre das möglich. Wir hatten voll den Ärger mit jemandem und der hat uns 15 Mal mit seinem Auto gerampft. Jetzt brauchen wir ein Gutachten. Ja. Und eine Reparatur für unser Auto. Macht ihr sowas? 15 Mal? Ja, locker 15 Mal. Der war total irre. Ja, der war richtig verrückt. Und unser Auto hat jetzt Schäden und wir brauchen ein Gutachten, weil der das zahlen muss. Und die Rechnung. Also kommt das ringsrum oder ist das nur eine Vorderfront oder hinten? Der hat uns auf jeder Seite gerampft. Guck dir, der kann fahren. Okay. Gut. Braucht ich mal bitte einmal einen Schlüssel? Ja. Habt ihr Leihautos? Mhm. Habt ihr? Können wir so einen haben? Für die Zeit? So, ich gebe ihm jetzt erstmal den Schlüssel. Ja, ja. Natürlich. Ihr bitteschön. Mhm. Dankeschön. Macht ihr das mit den Leihfahrzeugen? Ja. Ja. Also ich guck mal kurz. Beide stehen da. Ja, doch beide stehen da. Oh, geil. Ich hab irgendwie die Befürchtung, dass der gleich kommt und sagt, ja. Das ist doch gar nichts kaputt. Das ist doch alles in Ordnung. 19.03. Ja, Pferd richtig scheiße, ne? Total schrott die Kaffe. Okay, er spielt jetzt schon mal gut aus. Finde ich super. Ach, du Scheiße. Unser schönes Auto. Einfach kaputt mit dem Vorderreifen. Weil der ist alles kaputt. Ich sag ja, der zieht noch recht. Ja. Dann bräuchte ich einen, meinen Ausweis, damit ich weiß, ob ich den Schlüssel gebe. Ja. So, als uns sehen reicht. Komm, wir ihn weg. Oh, bitte schön. Wohin? Danke. Ach, wir haben weg. Das ist ein super Fahrrad. Boah, das ist ja richtig rötig. Was? Mein Atem? Oh, ja. Hier, nimm mal das hier. Jetzt red ich nicht mehr. Nur noch mal Hand vom Mund. Nein. Du hast mich beleidigt. Nein, es war einfach nur krass. Du hast gesagt, ich stinke aus dem Mund. Jo, das war ja auch wie bei den James-Bond-Filmen. Der Löwe. Welcher Löwe? Das war ja ein Zombie. Du hast ja vor die Löcher eine Zähne. Jo. Du hast ja einen Cola-Zahn. Jo, weißt du warum? Ja, weil du nicht die Zähne putzt. Falsch. Mach nochmal A. Na, das wäre dann noch die 394. Ich zeige dir meinen Ausweis, weil ich finde sie selber rechnen. Ja. Und die 7. Ja. 20. Ja, ungefähr, ne? Warum hast du noch deine Milchzähne? Du bist schon 20. Weil ich habe Angst vor Nadeln. Und was hat denn das mit Nadeln zu tun? Weil die betäuben beim Ziehen. Die fallen von alleine raus eigentlich. Jo, aber ich habe die mal wieder reingedrückt. Wie, du hast die wieder reingedrückt? Na, bevor der rausfällt, hast du den zurückgedrückt. Ja, aber der ist doch locker dann. Jo, aber deswegen hat er immer ein bisschen geblutet. Aber jetzt sind sie fest. Und die sind verdammt lang. Das ist aber nicht gut, dass du mit 20 noch deine Milchzähne hast. Aber die sind verdammt lang, weil die Neuen schon drunter wachsen. Ja, eben. Ja. Wie ist die... Wie ist die... Wie ist die... Ich bin nicht gut. So, ihr Süßen, kommt hier. Okay. Aber guck mal, funktionieren. Was? Wow. Das ist mein Gerät. Kannst du sowas sagen, Twinkie? Ja, klaro. Überleg dir das mal. Kurz, nicht aufgepasst, steck diesen Panzer ein. Dann bis morgen. Bis morgen? Tschüss. Warum ist es morgen? Ja, die melden sich morgen bei mir. Oh mein Gott. Das Ding muss gründlich durchsucht werden. Ich sah es schon. Licht an. Super. Ich habe es schon kaum gesehen. Dann kriegen wir morgen erst das Gutachten. Ja, also die melden sich morgen. Mach das Licht an! Ist doch an! Gar nicht. Wow. Du nervst mich heute. Du nervst mich. Oh mein Gott. Aber ich habe dich trotzdem lieb. Ja, ich dich auch. Ja. Dann sag es mir öfter. Ja, ich habe dich lieb. Komm, wir treiben es in der Küche. Was? 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 Nix. War einfach nur so ein Gedanke. Okay. Oh mein Gott. Ja, dann kriegen wir morgen erst das Gutachten. Und das ist unser Kollege. Und was ist denn ein Krankenhaus? Ja, Krankenhaus müssen wir auch hin. Ja, dann fahren wir da jetzt. Dann haben wir da nach Ruhe. Können einen lecker Burger essen. Und ein bisschen chillen. Ja. Spät ist das. Alter, schon wieder 10 Uhr. Ja, und was haben wir gemacht? Nicht mal LKW-Laden. Wir haben nichts getan. Was für LKW-Laden? Vom Tinder-Feld. Ach komm, du gib Ruhe jetzt. Ja. Twinkie, du bist immer aggressiver, ne? Irgendwas stimmt mit dir nicht. Was soll ich sagen? Ich bin gefrustet. Ja, wir auch. Wir standen auch im Kreis. Ja, ich auch. Und ihr meckert die ganze Zeit. Ja, aber warum meckerst du nicht mit? Warum meckerst du nicht mit? Genau, warum meckerst du gegen uns? Indem ihr einfach mal weggeht. Nein, nicht. Wir wollen bei dir sein, weil wir dich lieb haben. Und weil wir freuen uns hin. Ich will euer Gemecker nicht hören. Immer dasselbe. Ich will nicht im Kreis stehen. 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 Boah, ich will keine Headband pflücken. Ich werde verrückt mit euch. Oh, da links ist das Auto. Das steht ja schon seit gestern. Das ist schon wieder da. Oder immer noch. Was machen wir jetzt? Sollen wir uns eine Knarre auf die Straße besorgen? Oder sollen wir eine Registrierte? Ja, am besten. Warum hast du die Assis? Ja, aber zu welchen Assis? Oder wir klauen uns eine. Ich frage den Hanse-Peter. Ja. So auf geht's. Aber ich habe noch nie geschossen. Du? Ich auch nicht. Pinsel, hast du schon meine Waffe abgefeuert? Seid ihr eigentlich verletzt? Ja, ich habe schon Schmerzen. Aua. Ich nicht. Ich weiß nicht. Hast du schon meine Waffe abgeschossen? Nein, doch. Aber ich weiß nicht, wie das mit einer Leuchtensohle geht. Mann, ey! Die fahren ja aber auch, ne? Wie die wilden Kerle. Aber das war ein Fußballer. Die sind nur Fahrrad gefahren. Warte, Twinkie. Ja. Ich glaube, wir kriegen mehr Schmerzensgeld. Guck mal hier, die sprinten einfach. Die sind einfach am Sprinten. Bin was? Hau mir mal in die Fresse. Dann sehe ich brutal verletzt aus. Damit er mehr Geld bescheiden muss? Ja. Aua. Sie warnen mich doch. Aua. Nicht so feste. Warum haust du so? Du bist ja Mohammed Ali. Ja, es tut mir leid. Du sollst mir ins Gesicht hauen, damit ich ein bisschen Nasenbluten habe. Aua. Sag doch Bescheid. Du schlägst einfach zu. Ja, was soll ich denn machen? Ja, lass mich doch drauf vorbereiten. Okay. Boah. Aua. Du hast schon wieder nicht Bescheid gesagt. Was? Ganz ehrlich. Du musst sagen, Peanut. Okay, ich schlag jetzt zu. Okay. Aua. Aua. Aua, reicht. Okay, reicht. Okay, okay. Klippe. Klippe. Aua. Du spinnst ja wohl. Jetzt bin ich wohl dran. Wir sollten das vielleicht nicht hier machen. Fällt mir gerade ein. Aua. Da vorne können wir hingehen. Aua. Ich bin, ich habe keinen kriminellen Gedanken. Ich weiß nicht, wieso es gut funktioniert. Klippe. Klippe. aga. Aua, meine Lippe tut weh und meine Nase. So, jetzt kriegt der Pinsel einen von dir. Ach so, okay, ja klar. Wie kann man daneben hauen? Du stehst nicht mal einen Meter hoch. Ja, Späckchen, geh du bitte mal weg. Dann treff ich ja auch. So viel Mast ist, wo soll ich denn hin hauen? Oh, du Schumms. Willst du, dass ich ohne Fall sterbe? Hey, der hat doch Stopp gesagt. Geht's jetzt? Ja, noch mehr, gib mir noch eine. Noch eine. Okay. Noch eine, ich hab echt Spaß. Du kriegst auch noch eine, ne? Ach, noch mehr. Gib's mir, Mama. Au. Noch, noch einer geht. Au. Du haust immer auf die selben Stelle. Du musst ihm von der Seite eingehen. Bam. Eine noch auf dem Hinterditz. Eine noch? Auf dem Kopf. Au. Nicht treten. Du sollst nicht treten. Der kann nie wieder laufen. Au. Nicht treten, Twinkie. Okay. Tut mir leid. Ich bin fertig. Au. Ja, jetzt kriegt die Twinkie noch eine. Au. Du hast mir einen Hinterkopf gekickt. Aber mach vorsichtig, okay? Ich kann dich nicht hauen. Wenn du so einfach auf. aber ich kann nicht dein. Du Bossie. Du heils Maul. Heils Maul. Ich hab dir s bilangass in der Fresse. Du heils Maul. Keils Maul. Du schlachst in die Fresse. Oh. Oh. Warum lachst du halt? Das ist nicht wehgetan. Ich meine. Und das zum Thema ruhig, ne? So. Okay, gehen wir rein hier. Warte, ich tritt noch dagegen. Ah, bam! Kickbox! Au! Entschuldigung! Ich hab dagegen getreten, damit ich schumpel, damit mein Bein tut. Meine Hase blutet. Ja, die soll doch bluten. Oh mein Gott! Kommt! Aua! Ja, warte, wir können jetzt nichts sagen. Wir können jetzt nichts sagen. Was können wir nicht sagen? Wir hatten vorhin einen Unfall und kommen jetzt mit frischem Blut in der Nase. Ja, dann trocknen wir das. Wie geht's? Puh, Puh, Puh! Puh, 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 Puh! Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh! Wie sind die, wie sind die, wie sind die Huckulu Gang? Oh. Du musst auch pusten. Puh, 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 Puh. ich muss ich verreibe das mit meinem t-shirt du sollst dein t-shirt nicht essen ok ok mein kopf wir haben schwerverletzungen durch den unteren schwerverletzungen ja oh gut pinsel humpelt nicht, pinsel doch ach so, du humpelst ja ganz schön, stehst du nicht auf du musst treten gegen ein auto der muss treten komm dir jetzt ja, der muss da ja oh mein Gott das war knapp jetzt ist es aber gut mein Fuß oh geil tu die Leckmuschel weg Heidi, ich ging angst Aua Hilfe Hilfe Was ist denn passiert? Roni, seit wann hast du den Afro? Wir waren verrückt da auf der Straße und der hat uns die ganze Zeit gepittet immer und immer wieder ok, im Auto oder was? ja ja, richtig jetzt bräuchten wir einmal eine Behandlung und wir brauchen auch die Rechnung und alles das muss dokumentiert werden für die Polizei ja alles klar das könnt ihr dann am besten auch dem Arzt sagen der euch dann behandelt ok dann würde ich sagen dann ähm wart ihr selber im Auto auch oder seid ihr auf der Straße gelaufen? wir waren im Auto und der hat uns die angefangen jetzt ok bestimmt fünftem Mal fünftem Mal hat er einen Rund gefahren ähm ich weiß nicht wollt ihr mir einer nach dem anderen mal euren Ausweis zeigen bitte? ja ja verschwindet sollen wir so bitteschön will jemand einen Döner? Dankeschön ich will Döner, ich will einen Döner oh ich will auch einen Döner wie schlimm achso ja so guck mal meine Lippe so dick oh lecker mit Knoblauch hm dein Ausweis ist glaube ich grad auf dem Boden gefallen warte mal bitte noch mal aufheben warte mal du hast unter deinem Hut da ich glaube der ist auf dem Boden ne guck ich glaube ich hab den ich hab den noch in der Hand ach Affelkuchen jetzt Peanutsmuth wow bäbel kaltk stabil thankeschön ne ich hab kein ich hab keinen Döner unter dem Hut erzähl das dir sonst ist der Hut gleich ok meine Gesicht Du hast den Döner und deinen Hut? Ja, hier. So, dann haben wir das eingefangen. Danke. Was? Was wolltest du sagen? Alles gut. Wenn ihr Döner wollt, ne? Der hat jede Menge, kann ich nicht sagen. Wie geht der Döner? Der Döner, dann kann der gleich mal hier rüberkommen. Keiner, hallo. Der ist alt, der kann nicht mehr laufen. Müsst ihr zu ihm kommen. Boah, wir sind verletzt. So, also ihr drei. Am besten, ihr setzt euch mal ein bisschen in den Wartebereich und ruht euch ein bisschen aus und die Ärzte kümmern sich dann um euch, ja? Okay, komm, wir holen uns auf dem Weg einen Döner. Entschuldigung. Entschuldigung. Der hat keinen Döner. Der hat keinen Döner. Ja, jeder darf den Gepätschen. Eggel und Spicy gehen heute aus. Dankeschön, vielen Dankeschön. Gepätschen. Aua. Hallo Speckschnütchen. Jetzt kriegen wir Schmerzensgeld. Ja. Aber jetzt müssen wir drei Stunden warten, bis der Arzt kommt. Der hat mir einen Döner gegeben. Ja. Willst du auch einen? Ja. Aber nur mit Schafskäse, grünen Salat, Zwiebeln und das Zickenfleisch. Okay. Ich hab mit Knoblau lecker. Das ist so. Oh. 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 Wir müssen dann so machen, wenn einer ein Gefeiß macht er den Ruf. Für Anzeige und so weiter. Super, danke. Was ist das denn, Pinsel? Ich muss halt üben. Deine Arsch. Warum hast du ihn auf den Arsch gehauen? Weil er geil ist. Lass das, Pinsel. Ja, das mach mal so. Basti, danke für den Weezer von 22. 2-2, Stufe 2, danke. Dankeschön. Oh mein Gott, es knackt. Es knackt. Guck mal, einer da auf den Stuhl. Oh mein Gott. Ich war erst. Ihr könnt auch aufs Fahrrad hängen. Nee, nee, ich geh auf den Stuhl. Warum lachst du? Weiß er nicht. Ich sag hier solitär. Wer so weit. Aua, warum trittst du mich? Wir müssen den jetzt nicht treten. Der Stuhl ist umgekippt. Und jetzt, da fehlt ein Rad. Dann setz dich da in den Ecke. Aus dem Weg, ich muss hier gleich hocken. Das ist ein Ding, das weiß ich nicht. Aber Ronny, bist du eigentlich dicker geworden über Nacht? Der ist ganz schön fett geworden, oder? Mit Zäunen heißen. Ey, Sir, bist du vielleicht durch Glitzer gelaufen? Mit deinen Haaren? Kannst du dich nochmal kurz hinlegen, Ronny? Nein. Auch den Käpfchen? Nochmal, komm. Dann kriegst du noch einen Dünner. Oder einen Fesky. Nur wenn du dich dann noch vor mir hinlegst. So, ich fang mal mit ihnen an, ja? Da lachst du, du Lutscher. So, in den Spalien sprach. Hey, warum gibst du mir den Lutscher nicht? Oh Mann, könnt ihr da hinten mal ruhig sein? Ich würde gerne behandelt werden. Okay, ich schläge mich hin. Ach, und wenn man redet, dann kann es nicht behandelt werden? Nein! Mic drop. Wow. Ja, und da hast du nicht recht. Ja, und der war echt schön. Ja. Der war? Immer schlechte Laune, Twinkie. Ja. Ja, kommt, dann ist er eine schwindelige Übelkeit. Und was braucht er jetzt für die Polizei, für den Anzeiger? Ähm, so ein Dokument, was für Verletzungen wir haben. Und die Rechnung. Ja, Gutachten. Und die Arztrechnung und so. Kann ich denn Sammelgutachten machen oder jeder einzelne ist gut? Ach, scheiße, ich muss aber erraten. Lass dich jetzt mal hinten abdosten, ja? Passt ja auf, wo deine Hände hingehen. Vorsichtig. Wir hatten hier den Krieger-Svergi-Level 19. Genau. Ist da welche Kriegskunst auf dem Computer? Ja. Da hinten am Nacken haben sie die Schmerzen, ne? Oh, mir tut alles weh. Ronny, Finger weg vom Computer. Ist auch eine leichte Verhärtung. Warum? Weil sonst kommt die Security und Tasertisch. Was? Sonst kommt die Security und Tasertisch davon weg. Okay. Los, macht den Golem kaputt. Oh, die rechte Maus. Haben wir einmal ein starkes Ding und großen Behandlungszimmer? Wir brauchen das Gutachten für die Anzeige. Macht das Spiel aus. Okay. Ja, wenn wir jetzt den PC kaputt machen, können wir nichts mehr schreiben, ne? Ja. Ist runtergefahren. Weil wir sitzen. Ja. Und warte. Ja, wieder im Kreis. Ja. Ja, hier ist ein ziemliches Ei. Kein Problem. Negativ hat sich geklärt. Hast du ein Funkgerät? Ja. Wir haben... Ich möchte auch ein paar. ...Splodertrauma der Stufe 1. Ja, wollen so viele. Ich möchte auch ein paar. Ja, er ruft irgendwie die Security-Rufen, aber... Der Pinsel hat ja auch eine Frau-Geschichte. Der hatte ja schon ganz oft Hausverbot. Doch ihr seid wohl müde. Alle müde. Wir sind hier nicht bei Harry Potter. Ich seh's doch. Gut. Wollen wir es einfach machen? Ich werde Ihnen ein Wärmepflaster auftragen, ja? Wärmepflaster. Pinsel ist heute nicht das Derby? Ja. Wann denn? Dann sollte es auch gleich mal wieder besser gehen, ja? Oh mein Gott. So schnell kriegen wir keinen Arzt vorher. Aber die Oma ist immer so spät dran, warte. Die Oma schläft. Okay. Wahrscheinlich besetzt. Ich nehme das Pflaster auf. Julio, danke schön. Für den Wies ab dem 26. So. Herzmedikamente brauchen Sie sicherheitshalber noch dazu, oder nicht? Herr Praktikant. Bitte? Bist du der Praktikant? Ja. Wieso macht der andere Arzt nichts? Wieso musst du alles machen und der steht dann nur und wird bezahlt? Für nix. Er guckt uns an. Er schreibt euer Gutachten, ob ihr eine Anzeige machen könnt. Ja. Danke. Okay. Hm. Laubi, danke schön für den Zap und herzlich willkommen. Lieb schön. Danke schön. Wo ist die Eule? Eule. Oh. Herzlich willkommen, der Hut. Ich habe was gefunden, was dir gefällt. Lass die Finger davon. Aber der Ball. Egal. Ich habe Schmerzen. Okay. Heute ist Freitag, ne? Ja. Ja. Ich musste tatsächlich auch gerade nachfragen. Ich dachte auch, heute wäre Donnerstag. Boah, bin ich gebt morgen eine Party. Ich bin heute müde. Heute sind sie. Ja, und ich habe Schmerzen. Ja, und wir sind müde. Heute ist ein Scheißtag. Da hat ein Psychopath uns angegriffen. Ja. Volle Kacke. Volle Möhre. Ja. 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 Wie war ihr Name, wenn ich fragen darf? Meiner, ha? Ja. Peanut Smalls. Der Frau, der Mann und der Lover von Twinkie Smalls. Und der beste Freund von Pinsel Hobbs. Ja. Es ist so unangenehm ruhig hier. Die Begeisterung lässt sich, wenn ich mich breche. Bitte? So. Nix. Ich wollte dich schnell ablenken. Alles gut. Bekommen wir deinen Zettel mit oder kann die Polizei anfangen? Kann die Polizei hier anfragen? Pinsel, wir brauchen einen Anwalt. Ähm. Ruf den von Gerschein an. Ich kenne ihn einen besten. Okay. So. Die ist sogar da. Sichtig. Sichtig, Schattenbusch. Sichtig. Sind wir schon mal soweit fertig, ja? Frau Venko weiß ich nicht. Ich habe davon nichts mitbekommen. Und dann machen wir mal einen Platzwechsel. Ah, ja. Ich. Ich bin... Aua. Oh. So. Ich bin Peanut. Sie sind da. Hauptsache, wenn er hat den Bau. Ah, okay. Ich bin Peanut. Ja. Ich bin Groot. Sie sind gut. Ich bin Groot. Der Baum. Pinky. So, wo haben Sie die Schmerzen? Also, mein Gesicht und mein Kopf tun weh, mein Rechtsschulter und mein rechtes Knie. Weil der ist voll in uns reingefahren. Mhm. Mein Lippe ist dick und tut weh. Und mein Nase, alles tut weh. Schwindelübelkeit haben Sie? Nee, aber mir war schwindelig vorhin. Das ist ja auf der Tastatur. Nachdem er uns gerammt hat. Nachdem, aber jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Das Auto hat sich auch ganz doll gedreht. Ein paar Mal sogar. Mhm. Rechte Schulter, Gesichter. Also, ich war Beifahrer. Und der ist rechts auch reingefahren. In meine Seite. Ja. So, dann ziehen wir mal das Oberteil aus, ja? Okay. Da brauche ich Hilfe. Ja, natürlich. So, schön vorsichtig. Ja, ja. Nicht meinen Bauch, wenn ich gucke. Ich hatte mal ein Kissen. Alles gut. Alles gut. Da sehen wir schon ein schönes Hämatom. Was heißt das? Einen schönen blauen, einen schönen großen blauen Fleck haben Sie da. Aber der tut, glaube ich, besonders weh. Mhm. Oh Gott. Was? Was ist da so lustig? Hier pullert ich ein Waschschweng oder was war das? Kannst du nochmal die Hände waschen, Sir? Sodass mein Freund nicht sieht. Gut. Wir werden mal die rechte Schulter mal als erster behandeln, ja? Teil der Kuh. Teil des Fischs. Teil der Kuh. Da steht. Aua. Müsst du jetzt nicht klatschen, nice? Guck mal, kannst du mir hier sagen, welcher Finger ist das? Und rechts? Ja. Auf dem Bild? Ja. Ist das der Zeigefinger oder der Müssefinger? Den Deckel hilft aber. Eine Decke? Oder der Deckel? Hallo? Hallo? Wo kann das Arschlau? So. Ja, ich hab schon reingeguckt. Lass mich in Ruhe. Wenn du mich schlägst, dann schlag ich aber volle Kante zurück. So, dann haben wir das ja mal erledigt. Oh, das rechte Knie tut auch weg. Ja, das schauen wir uns. Das kann ich gut verstehen. Es kommt jetzt als nächstes dran. So, ich schieb mal die Hose nachher weiter zurück. Besuch dem Ronny eine Freundin. Besuch. Meine Frau ist heute ziemlich aggressiv. Ich kann generell nicht so gut lesen, wenn ich so weit weg bin. Ich glaub, das ist ein O. Aber nee, da kommt noch ein T davor. Aber ich glaub, das ist ein O. Das könnte ein umgekipptes N, aber auch ein F sein. Jetzt wird's schwierig, ey. Ich muss jetzt zwei Minuten was trinken. Ich glaub, das ist ein F. F und ein P. Ey, was lacht ihr? Das war kein P, das ist ein B. Ach so, oh ja. Ja, jetzt seh ich's auch. Da geh ich lieber radeln. Das kann auch kein Schwein lesen. Und logisch ist das auch nicht, was da steht. Die Buchstaben sind noch viel zu klein, ne, Twinkie? Ja. Sollen wir es dir größer machen? Ja, bitte. Oh nee, ey. Warum ist denn der Ball da vorne gepusht? Hä? Der hat einen Platten. Ich will ja nichts sagen, aber da saß du gerade noch oben da drauf. Was? Wer hat den Ball kaputt gemacht? Ich war's. Pinsel. Nee, war ein Minin, war schon so. Nee, der war vorhin noch gut. Nee, nee, weil... Ist der Berufstätig? Ja, ich bin Taxifahrer. Der Ball ist abgelaufen. Ja. Kann ich nicht mehr arbeiten jetzt? Sollten Sie heute nicht mehr machen, ja? Heute hab ich ihr frei. Jetzt war's Arbeiten. Wir sind alles Taxifahrer. Ach so. Falls Sie meins brauchen, Downtown Cap ist für Sie da. Ich hab eins mit Sirene und Martinson. Aber wir... Sirene und... Wir haben die Lizenz zum Töten. Ich auch. Ich auch. Bei uns sterben pro Monat mindestens drei Leute. Oha. Das ist verdammt eine schlechte Bilanz. Also Freunde, bin gleich wieder da. Eben kurz kacken. Das tust du. Oh Mann, ich muss euch trinken, bitte. Ich muss auch schon die ganze Zeit. Ich werde Ihnen da jetzt mal eine Kompression anlegen. Ja, im Oberschenkel. Ein Kompressor? Kompression. Kompressor. Ein Druckverband. Ach so. Ja? Ich bekomme ein Kompressor eingebaut. Ah, psst. Gebe ich Ihnen nachher noch ein Kühlbag. Okay. Das haltet 15 Minuten. Ja. Ja. Dann legen Sie es eine Zeit lang in den Geführsschrank. Okay. Dann können Sie es wieder auflegen, ja. Okay. Mach ich. Und haltet heute wirklich immer wieder schön kühlen. Ja. Ja, okay. Dann wird die Brillung auch besser. So. Haben wir das auch. Darf ich nochmal her, bitte? Ja. Danke. Danke. Was haben Sie denn für einen coolen Akzent? Kommen Sie gewünscht aus Los Santos? Oder aus Los Wuppertal? Der kommt bestimmt aus Los Saarland. Geh noch tiefer. Noch tiefer? Noch tiefer? Was ist das? Äh. Ronny. Ja? Ich komme aus dem Wald von Elvin. Was in der Ritona frage ich mich? Was hast du denn gesagt? Ich habe nichts gehört. Und gefragt, ob du mütig bist. Halt die Klappe, Unicorn. Ach, Herr Hobsch. Sie kenne ich doch, ne? Wir hatten schon mal das Vergnügen. Ja, du. Den machst du noch viel öfters. Du hast deinen Vergnügen. Hey, geht nicht so bei meinem bestesten Freund. Es soll nicht schlecht gemeint sein, aber der ist halt hier Stammkotter. Der ist ein Knallkopf. Ja. Das ist mein bestester Freund. Wir haben uns schon geknutscht. Was? Vielleicht wollte ich der Rehnsalbe auftragen? Ja. Also nicht erschrecken, ja. Es kommt wieder das grausliche Geräusch wahrscheinlich. Das meinst du? Nicht das. Nicht das. Ich komme da ja wieder in unserer Vorordnung. Ja. Lass man nichts geben. Bitte. Ja. Das ist schrecklich. Was denn? Ich komme nicht runter. Du musst schnell mit Ronny kommen. Herr Doktor, meine Frau kommt nicht vom Pott runter. Die ist gefangen in der Toilette. Können Sie bitte mit dem Ronny kommen? Das ist echt unangenehm. Die ruft mich gerade an. Die sagt, wir sollen alle kommen. Die braucht Hilfe. Und wenn es geht mit Öl oder so. Und wir sollen Öl mitbringen. Die steckt im Klo fest. Mann, wer macht denn solche Stangen neben die Toilette? Oh, das ist so. Ach, Mann. Oh, das schmeckt mich hier. Kannst du mal die Tür aufschließen? Es kommt die Security, glaube ich. Bitte kommen. Meine Frau braucht Hilfe auf dem Klo. Los, schnell. Mädchen in die Toilette. Die Dame am WC braucht Hilfe. Sie kommt nicht mehr vom Pott hoch. Hilfe, Frau in Not. Frau in Not. Frau in Not. Frau in Not. Mach die Tür auf und hör auf. Ja, so verstanden. Wir müssen dir helfen. Das ist meine Frau. Ja, ihr wird schon geholfen. Ihr wird schon geholfen. Alles gut. Alles gut. Ich bin auf der Toilette fest. Es kommt Hilfe. Bitte. Die wird quasi ins Rohr gezogen. Durch den Unterdruck. Ich bin auf der Toilette fest. Ich bin auf der Toilette fest. Ich bin auf der Toilette fest. Aua. Hallo. Oh mein Gott. Ich bin auf der Toilette fest. Dann wären wir auch so weit fertig, ja? Ja. Erdnuss. Guck mal, meine Szene. Komm bitte raus. Meine Frau, die braucht mich. Oh. Ich muss da hin. Yo, und jetzt machst du mich klar. Ich hör sie durch den Lüftungsschacht. Oh, Willi. Willi. Code 6. Code 6. Pinky hängt im Rohr. Komm schnell ins Krankenhaus. Du musst hier rausziehen. Einfach ein Obst. Oh mein Gott. Das hört sich schmerzhaft an. Entweder kriegt die ein Kind oder da geht... Ich hoffe, dass sie kein Kind kriegt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja klar. Danke. Erdnuss. Ich glaube, ich bin Vater. Er ist kleinbraun und hat eine Erdnuss am Kopf. Ich bin Vater. Hi, wie geht's meiner Frau? Da geht's gut. Ich check dich mehr fest. Hast du dir geholfen? Ja. Mit wie vielen Mannen wart ihr drinnen? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, hallo. Komm, was auf? Oh Gott. Das war schrecklich. Pinky, wie nennen wir unser Kind? Was? Wie nennen wir unser Kind? Auf dem Kind. Ach, du warst auf dem Klo oder schwanger? Auf dem Klo. Du hast ja einfach dazu zu einem Kind gebären. Oh, das war schrecklich. Aber da wären wir wieder im Kreis. Sind nicht im Kreis. An die Toilette. Das ist doch abnormal. Ja, du musst erst ein bisschen aufstehen, damit Luft im Bottich kommt, wenn du abspülst. Sonst hast du Unterdruck. Oh, Ria, jemand sollst du sich die Toilette übrigens mal anschauen. Du sabberst. Hast du jetzt ein Knutschfleck am Puppe? Ronny? Hab ich nicht. Ich guck nachher mit Lupe. Nein. Hier ist eine direkt über meinem Ohr. Wir haben übrigens die Toilette vorübergehend gesperrt, ja. Ja, da musst du auch ablegen mit einem Kuzi-Pix. Wenn die auf dem Bottich war. Da musst du 5 A bei Maria sprechen. Da muss ein Kautionsschild vor der Tür. Gefangenzone. Die Kautionsschild. Das Ding muss verriegelt werden wie der Turmbunker. Du seid in drei dann schon fertig mit der Behandlung. Der pinsel noch nicht. Oh, ich will nimm her. Halt es ruhig. Halt es ruhig. Die nimmt doch kein Klopapier, die nimmt selber. Ich nehme Handtücher. Du hast nicht wirklich jetzt die Handtücher dahinten genommen, oder? Das ist am Sanftesten zum Popo. Oh, Twinkie. Die waren wirklich sehr flauschig. Nee, oder? Ja, doch. Kinder, die können da verbrennen. Also die Putzfrau freut sich, wenn sie heute Nacht wieder alles waschen darf. Ja, und Hausmeister habt ihr hoffentlich auch. Das kam nämlich alles auch irgendwie wieder hoch. Bodo, gibt es irgendwie Firmen, die Biomüll entsorgen? Ja, Bauernhöfe. Die hat nämlich kein Klopapier, sondern unsere Handtücher verwenden. Warum, Suhelle, kümmert sich niemand um mich und du sockst Snake? Ja. Ich komme in den Watt dran. Jetzt fahr gegen die Wand und dann ist gut. Es muss ja alles schön kommentiert sein. Nein, kann man aber nicht gegen die Wand fahren. Dann kommt Mama jetzt aber auch dazu. Neben, neben dem Toilettel. Jetzt sind wir auf der Titanic. Vergiss es. Auf dem singenden Schiff. Wie ging es? Lass mal Kissen schlapp machen. Alter, ich habe Brathofer geknackt. Oh Gott, das hat geknackt. Ähm, wir brauchen auch ein neues Bett. Wenn denn schon jemand bestellt, das Ganze für das große Warten. Oh, hi Twinkie. Ich bin's durch. Nein. Doch, nicht vor allem, Leute. Ach, nicht vor allem. Ähm, äh, lässt die Tür rechts. Den behandeln muss. Ist alles okay. Ich kann nicht von dem Klo. Nein, geh da ja nicht hin. Sei ja vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Oh, Cindy, pass auf. Ja, pass auf. Ich habe Pauschmetzen. Hallo. Ich habe Bock auf ein bisschen Fahrradfahren. Such mich. Heute gibt es kein Fahrradfahren mehr. Ja, ich habe auch ein verletztes Bein. Mein Hals. Ja. Ich habe für zu Hause so ein Armfahrrad besorgt. Darf ich das benutzen? Ein Armfahrrad? Ja, das musst du mit die Hände auf die Pedale und dann. Das hast du gemacht. Ja. Ich dachte, du bist am Häkeln. Nein. Hallo. Ähm, das Bett ist durch, ne? Ich bin sehr echt buschelig zwischen heute zwei. Mach mal die Tür auf. Da ruft jemand. Herr Hobbs, wollen Sie da sitzen bleiben oder wollen Sie lieber... Hast du eine Macke? Du sagst doch die ganze Zeit. Da ist der Willi. Und der Chef. Ich sag nicht. Los. Hallo, Willi. Geh nicht aufs Klo. Es ist schrecklich. Seid bloß vorsichtig. Ja, genau. So, Herr Hobbs. Wo haben wir die Probleme heute? Ja. Boah, das dauert jetzt erst so ein bisschen. Pinsel erzählt, welche Probleme er hat. Der hat alle Probleme in der Pinsel. Ja, der hat alles. Mit dem Hinterkopf. Ach. Scheibe, ja? Ruhig heute, ruhig heute, bitte. Es ist so schön ruhig. Es war so schön ruhig. Ach, komm. Bis du auf den Bottich gegangen bist. Das ganz kranken Wasser hat das mitbekommen. Und die... Es soll nicht gehen. Du, das geht nicht. Du, das geht nicht. Nimm Messer mit und stoch er mal drum, damit du abziehen kannst. Du gefälligst, okay. Das war echt peinlich vor dem Ernst. Ich konnte nicht kommen. Ich habe mich nicht rausgelassen. Der stand schon da mit einem Elefantenbetäubungsgewehr, falls ich flüchten will. Okay. Der hätte mir 3000 Milligramm verpasst. Boah, ich saß dir. Das war heftig dahin. Oh. Ja, besser hier als zu Hause. Ja, das stimmt. Es platten uns wieder die Leitungen. Und dahinterkopf, ne? Ich saß dir einfach 10 Kilo abgenommen. Hallo, Willi. Safe, yes. Das ist wirklich... Kina, komm mal mit. Wir gehen schon mal raus, ja? Wir gehen raus? Ja, komm. Wir gehen vor der Tür. Ja, okay. Warte, wir müssen nur noch bezahlen. Ja, machen wir vor der Tür. Okay. Da, Kina hat mich gefunden. Die Löwe. Wir haben heute eine Erfahrung gemacht. Ich wollte jemand umbringen. Was hat er gemacht? Komm, ich erzähl dir alles. Äh, ihr? Äh, der Kina hat's halt. Was hat er dann? Aua. Was hat er denn schon mal angestellt? Was hat er mit Ronny gemacht? Wie sieht der dann aus? Pass auf. Wir waren am Stadtpark. Es war schrecklich. Ja. Okay, erzähl. Und auf einmal drängt er uns so ein Auto ab und pittet uns und sagt, bleib sofort stehen und so. War da so ein Typ drin? Wir wollten mit dem Taxi, aber er ist richtig. Nee, nee, wir waren privat. Okay. Einmal die Rechnung. Ja. Ja, weil... Krieg ich da so eine Quittung? Schreibst du das dazu? Kann ich dazu schreiben. Danke. Ja, das ist wichtig für die Polizei. Da saß so ein Typ drin, der meinte so, ja, irgendwas, bla, bla, bla. Dann sind wir ausgestiegen und ich meinte so, ja, dann komm doch, komm doch. Aber der hat sich nicht getraut. Der meinte so, wenn du jetzt nicht von der Tür weggehst, dann zieh ich mal in eine Knacke und schießt in eine Fresse. Oh. Dann haben wir den ausgelacht, haben gesagt, ja, jetzt hast du Angst und so. Und dann meinte der, aus dem Auto zu rufen, jetzt lacht ihr, aber ihr werdet heute noch sehen. Ich werde euch heute finden und euch umbringen. Hat der wirklich gesagt? Mhm. Dann sind wir zur Polizei gegangen und haben den Herr Fischer das gesagt und dann ist der Typ auf einmal da aufgetaucht. Dann haben wir mit dem geredet und mit dem Herr Fischer zusammen. Das war uns dann aber zu doof. Dann sind wir weggefahren. Dann ist der uns hinterhergefahren und hat uns 15 Mal gerammt oder so, ne? Hat der von auch nach. Das ist die komplette Karre. Komplett am Arsch war. Und dann sind wir, habe ich mit dem Fischer angerufen, während wir verfolgt wurden und gerammt wurden. Und dann sind wir zum Pedi zurückgefahren und dann haben die das gesehen, wie der uns die ganze Zeit gerammt hat. Der wollte uns umbringen. Und was haben die dann gemacht? Die sind sofort hinterhergefahren. Gut. Aber die haben den nicht geschnappt und ein anderer Polizist hat ihn dann 15 Minuten später geschnappt und verhaftet. Gut. Okay, aber euch geht's soweit gut, ja? Wir sind verletzt, deshalb sind wir hier. Wir haben Auto in die Werkstatt bei uns gebracht, wegen Gutachten. Aha. Und wir holen uns hier ein Gutachten, wie eine Anzeige. Aha. Ja. Hier hat der Name von dem Typ mittlerweile. Ja, wie hieß der nochmal, Twinkie? Ähm, der hieß, äh, Siegfried oder Siegfried. Siegfried. Klausel. Der war voll gemein. Du bist auch gemein. Ja, da wollte ich jetzt, was, da war so ein älterer Typ mit Glanzer. Kennen wir uns? Wie kennen wir uns? Bist du Jäg? Das ist doch nicht der Herr Jutta. Dann ist er seit Jutta. Ach so, ich dachte, Herr Jutta. Dann ist der Herr Kassler. On the cover. Kennen wir uns? Und der Herr Jutta hat uns gestern überfallen, ne? Wie? Wie überfallen? Ja, wir haben den zur Verwahrstelle gefahren. Dann springt er aus dem Taxi raus und sagt, ich bezahle gar nichts und rennt weg. Wenn ich dem hinterher gerannt, dann hat er mich verprügelt. Frechheit. Ja. Wie? Ja. Ähm, nicht wieder. Hast du einen, ob der Kopf hier kriegt, Jutta, oder was ist los mit dir? Der hat einen Unfall. Ja, der war auch in dem Auto, als er uns gerannt hat. Ja, und du weißt, kannst dich an nichts erinnern. Weißt du nicht, dass ich ja Willi bin, oder was? Wer sind sie? Oh, du Christlich, wer sind sie? Und der war heute böse zu mir, Pauwildi. Ja. Der hat mich Kitzar genannt und so. Was hast du gemacht? Hab ich gar nicht. Und die sollen aufhören zu fressen und so. Nein, hab ich gar nicht. Wunder. Das ist nicht die Art, ne? Dann haben wir den stehen lassen einfach und sind weggefallen. Hab ich gar nicht gesagt. Hast du schon ein Sekantholz für der Kopf hier kreie? Weißt du schon ein Sekantholz für der Kopf hier kreie hast, du Jäck. Kannst du das so jetzt nicht sagen für meine Peanut. Ich hab so, wenn es nicht gesagt. Von meine Peanut, hast du gehört? Von meine Peanut und meine Twinkie. Und meine Pinsel. Und meine... Ja, ganz richtig. Chef Kieker. Ja, ich bin Jutropik, ne? Das sage ich euch. Das ist nicht. Arschloch, Günther. Ja. Fucker, Günther. Günther, das ist nicht nett. Fucker, Günther. Ich hab auch Probleme hier. Ich bin auf der Kopf geknallt. Ich bin beim Duschen aus, ich bin voll auf der Hängerkopf geknallt. Ja, er hat nur... Was? Das ist ein Peanut. Na, pick dich, Günther. Günther? Oder... Oh, da kommt ne nackte... Ne, die hat Bikini an. Mach mal dein Bluetooth an jetzt. Nö. Doch. Nö. Ich blockier dein Handy. Doch. Ui. Dann lese es halt vor. Äh, Peanut und Twinkie, kann ich euch bitte mal kurz sprechen? Ja. Ja. Natürlich, natürlich, sicher. Mann, ich wollte mich gerade entschuldigen. Ui. Ja, tödlich, tödlich. Alles klar. Alles klar. Wie zufrieden warten ihr gerade mit meinem Azubi? Ja, der war super gut. Ja. Wenn ihr den so bewerten müsst, zuckst du mit Schulnoten. Ganz schlecht. Von meinem? Ja. Ja. Warum guckst du denn jetzt auf den Boden? Warum ziehst du denn die Schuhe aus? Warum ziehst du die Schuhe aus? Von 1 bis 6, also von den Schulnoten her. Hm. 1. Auf jeden Fall 1. Ja, der war echt super. Und super nett. Das soll super sein. Oh, danke. Danke, schau mal dafür. Macht es mir einiges leichter. Und dann wünsche ich euch eine gute Besserung. Dankeschön. Angenehm Tag. Tschüss, tschüss. Es ist der Wiesel. Sie sind auch quasi entlassen und dürfte Hause. Und Könnte die Polizei das jetzt anfordern hier? Genau, das können sie bei uns ja anfordern. Also die Leitung muss das noch unterschreiben. Okay. Und dann können sie einfach die Polizei so behalten. Warte, wie heißen sie? Wenn ich sage, die soll morgen nochmal so entschufen und dann... Okay. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke, Philipp. Philipp? Philipp? Ich hab ein Willi hier. Das heißt nicht so. Der Pinsel hat gesagt, du heißt Philipp. Ah. Hallo. Hallo. Pinsel, du hast gelogen. Warum? Der Arzt heißt nicht Philipp. Welcher Arzt? Der hier. Ich weiß irgendwie der heißt. Du hast gesagt, der heißt Philipp. Stammtisch. Sorry. Von wem? Warum hast du die Arme über den Kopf? Ich hab ein Kühlpeck am Hinterkopf. Ach so. Was? Aber ich will es nicht sagen, warum. Dann kommt gut nach Hause, ne? Danke. Alle Rentner. Bis nächstes Mal. Ja, komm raus hier. Das riecht dir nach Tod. Oh, Pervilli, Chef, Kika, wir gehen raus. Ja. Wenn's für dich in Ordnung ist. Jetzt so, nachdem du auf dem Klo warst, siehst du echt schicker aus. Oh, danke. Was hab ich gemacht? Was? Der schreit mir so rum. Weißt du was? Was? Ich hatte eben schon Angst, der mir nur eine Thai-Massage verschreibt, so wie ich ihn erfunden habe. Hört auf, verdammt. Ich hab extra irgendwann erfunden. Wer schreit hier so? Das ist ein Kassler. Hallöchen. Oh Gott, was ist denn hier los? Da ist ne Katze. Genieße Katze. Miau, miau. Feine Katze. Wie heißt der denn? Warum lachst du eigentlich so langsam? Ich genieße mein Leben, Digga. Auf geht's, auf geht's. Meine schöne Katze. Guck mal, meine Hinsen. Jetzt stehen wir im Weg. Entschuldigung. Tschüss, Pussi. Oh, jetzt ist ein Alligator. Er ist ein Schnabeltier auf einmal geworden. Harry, bist du's? Töni, pass auf, der riecht in den Popo. Das ist okay. Wir machen den ohne immer. Das ist so ne, so ne Sache. Äh, Erdnuss. Äh, wenn du willst, riecht ich dir auf und Popo. Was ist, du böse Opa? Ich möchte mich entschuldigen. Passt auf. Okay. Hallöchen. Hört bitte zu. Äh, ich hab ein Problem. Wir sind frei. Was soll das denn sein? Hallo. Ich möchte mich jetzt entschuldigen. Ja, hast du doch schon. Ja. Nee, ich hab mir extra was vorbereitet. Er hat da mal was vorbereitet. Warte. Also. Warte. Wer? Möchtest du mitlesen? Nein. Okay, dann lese ich es jetzt. Warum sagt runter eigentlich nichts? Warte. Oh, warte. Dann muss ich mal besser zuhören. So. Oh, hat jetzt einer löscht. Eine Entschuldigung an Herr Nuss und Frau Herr Nuss. Ich bin auch gleich voll zuhören. Runter. Wie heißt aber Twinkie. Ja, Frau Twinkie. Oder Little Titi. Okay. Nein. Ich sitze hier und habe eine Entschuldigung geschrieben. Runter. Du wiederholst dich. Das muss ich ja erwähnen. Runter. Keine Frage. Ist mein Wundwerk meine schlimmste Blamage? Und nun in dieser Stunde verzeih mir nun mein Mund. Es war eine schlimme... Es war an einem Sommertag, als ich dabei am Hinterkopf traufte. Durch diesen Sturz verließ mich mein Gewissen. Grob gesagt, es hat sich verpissen. Mitten im Kissen. Warum willst du jetzt kiffen? Nichts kiffen. Oh, was haben wir denn? Okay. Oh. Dann haus um Zug. Er ist wieder klar, dein Scheißfreitag. Ich, Kassler, so wie ich hier stehe, gestehe nun meine Tat als Verrat. Nun lasst es mich wissen, ob ihr die Schuld, die ich trug, nun nicht mehr auf mir lasstet. Dies war ein Vergehen, den ich hab sobald nicht mehr sehen. Eine Entschuldigung reicht nicht mehr. Deswegen fällt mir es nun nicht schwer, ein Lied zu singen, um eventuell euch ein Lachen zu bringen. Doch zuvor möchte ich meinen, euch ein Bild... Ich glaub, wenn du das jetzt machst, dann ist das für immer beendet. Ja, du wolltest dich doch entschuldigen. Wann küsst du dann zu dem Dale, wo du dich entschuldigen, Dale? Ja, was liest du denn da für ein Rezept vor? Ähm, das ist jetzt schlecht. Mein Entschuldiger hat gesagt, er soll sich entschuldigen bei euch. Und zwar schön. Ja, ja. Ein Gedicht. Und ich will das meiner Niedflix einreichen. Vielleicht kommt er eine Serie. Danke. Wo ist denn eigentlich der Twinkie hin? Ich bin hier. Winkie, das geht doch. Ja, ich schmutz mich Brot putze, irgendwie. Doch, und sagen ja, ein Panzer, ich hab mich ja verletzt. Oh, oh, oh. Was, Panzer? Panzer? Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, das ist gut. Oh, mein Gott. Oh, was ist das denn? Will der da, will der jetzt Rindfahre oder was? Oh, mein Gott. Ist der offen? Ja, geh mal gucken, Ronny. Vielleicht ist der oben. Kannst du dir drosten nimmer. Boah, komm mal, Twinkie. Waaah. Hey, Willi. Tret dich mal um. Musst dir mal was sagen, warte Gott. Ich brauch mal Sani, der ist am Panzer. Ich hab einen Schwerverletzten drin. Ich kann bloß selber nicht tragen. Wir können helfen, meinen Tragen. Ja, hinten, hier. Komm schnell. So, die Schaulustigen bitte weg. Sollen wir helfen? Nein, alles gut. Da werden noch mehr kommen. Ich bring euch die schnell mal mit dem Panzer an. Ach, Scheiße. Jungs, macht mal die Straße frei. Das wird alles hektisch. Nicht, dass ihr überfahren werdet. Okay. Oh, hey, hey, hey. Was ist passiert? Boah, was ist passiert? Da fragt man sich, was ist passiert? Wenn die schon mit so Panzer hier rumfahren. Oh, ganz viel Schwerverletzte. Guck mal, da steht ein Chef. Aber jetzt noch mal eine Frage. Ist die Entschuldigung angenommen? Das muss Twinkie... Nein, abgelehnt. Chef, was ist hier passiert? Ich will wissen, was passiert ist. Frau Twinkie. Du hast hergesagt, verzieh dich. Hey. Einfach direkt schon wieder verschissen. Hey. Nee, komm. Jetzt musst du kein Gedicht mehr schreiben. Jetzt musst du halbe Filme drehen. Äh, Twinkie? Ja? Kannst du mir das nicht gefallen tun? Kannst du uns gucken, ob das Taxi oben ist oder Zoo geschlossen? Bitte. Ich weiß nicht, ob das abgeschlossen war. Ja, offensichtlich Zoo. Ja, super. Das ist abgeschlossen. Okay, weiß ich, bitte schön. Danke dir. Ja, wer macht jetzt den Keks? Hä? Willi? Du. Ähm, kann ich vielleicht auf Klo? Ich meine, ihr haltet die Stelle auf dem Kreis oder so? Äh, nee, ich wollt jetzt eigentlich... Bye, have a great time. Hi. Ach hier. Das bist du ja wieder. Äh, ja. Äh, was hier denn dann? Hi, du bist die Ria. Du bist mit dem Opa Willi zusammen. Hä? Es tut mir leid, Frau Twinkie. Äh, Willi, du musst wissen, er meint immer mit jedem, dass ich... Da kommen noch mehr Verletzte. Äh, ich hab keine Ahnung, was los ist. Das ist ja überhaupt nicht schlimm, Ria. Wolltest du nicht Fotos machen? Ich, äh... Da hab ich, äh, eigentlich abgenommen gehabt. Ja. Hab jetzt zurückgerufen, weil mein, der, äh, ist jetzt im IMS. Ja, dat ist eh. So, jetzt ist die Frage, äh, wenn ich den Tag noch hatte, kriege ich Informationen oder nicht. Ja, stopp, stopp. Äh, bist du nur bei? Ich war, wir, äh, ich war auf jeden Fall in Notfallkontakt. Kann aber sein, dass er mich innerhalb der letzten Woche rausgenommen hat. Ja, dann frag doch uns. Da wurde, glaub ich, mies gebrettert, Alter. Da wurde richtig mies gebrettert. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Mieser Eil. Mieser Eil. Mieser Eil. Mieser Fetschke im Ballern. Gibt's keinen, keinen Nachrichtensender, wo man rausbekommt, was passiert ist? Irgendwie nicht. Schwerverletzt in nem Panzer. Komm, wir ziehen sowas auf und du moderierst. Ja, und ich nenn mich dann Bruno und ich bin der Kameramann. Was? Kinky? Ja? Willst du Newsreporterin machen? Hallo, mein Name ist Kinky und die Sache spitzte ich wieder einmal zu hier in Los Santos. Ich geh zurück ins Studio. Zurück ins Studio. Und hier ist Pina mit dem Wetter. Heute wird's... ...erfeucht. Kleiner Scherz am Rande. Aber es kommen paar Wolken aus dem Süden. Feierabend ist schon gewittern. Warum wird gelacht? Ja, hier lacht keiner. Ja, wir lachen ihn. Wir lachen ihn. Wir lachen ihn. Wir lachen ihn. Wir lachen ihn absolut ernst. Wir lachen ihn. Zumal, da steht ein Taxi. Wir sind am Arbeiten, also gibt's hier nichts zu lachen. Wir lachen ihn schwer verletzten Sheriff, aber wir haben gerade die Information bekommen, dass der nicht in Lebensgefahr schwebt, weil die Kette hat den Schuss abgefangen. Wundervoll, wundervoll. Glück gehabt. Klasse. Ich klatsche mit meinem Po. Das hab ich trainiert. Ja, hört man. Ja. Die haben mir jetzt gar nicht gedacht, ob ich mein Armfahrrad benutzen darf. Was für ein Ding? Mein Armfahrrad. Was ist denn? Was? Was? Was ist denn dein Armfahrrad? Das trinkst du mit den Händen so. Ähm, 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 ähm. Was? 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 Ich... Gar nichts. Ich weiß auch nicht, was ich für ein Problem habe. Hast du gekifft, oder was? Äh... Hat der Halschrauschkitzigarette geraucht? Auch nicht. Können wir gleich noch in der Baumark fahren? Ich muss noch so ein Badematt haben. Ja. Weil ich bin... Damit ich in den Minusrutschen... Dinge zurückgeben, hör mal. Ach, nicht, der hat schon verzahlt, Pina. Was denn? Ja, ob ich dir das verzahlt habe. Ich bin doch Evans in der Duschuschirurg. Und bin mit dem Hinderkopf. Wo kannst du mal nicht Polnisch reden? Ich verstehe ja kein Wort. Soll ich ein bisschen langsamer spreche, oder was? Ja, vielleicht einfach mal in unserer Sprache. Ja, per Sub, das ist ja das Problem momentan. Ich bin Evans. Ich spreche langsam. Nein, du bist der Willi. Ja. Und bin mit dem Hingerkopf... Also ich bin ausgerüstet... Das heißt Hinterkopf. Und bin mit dem Hingerkopf... auf in der Dusche... Genau, wenn er auf den Kopf geknallt... Auf dem Kopf gefallen. Und da war ich... Und da wurde ich... Und da wurde ich... Da wurde ich... Bewusstlos. Bewusstlos. Und da bin ich in das Krankenhaus... Und ich habe... Dann bin ich ins Krankenhaus... Ja. Und habe mich ungerüstet... Und habe mich ungerüstet... Und habe mir eingewürgt... Eingewürgt. Ja. Habe ich ungerüstet... Und da ist russigkomme... Habe ich mir klasse eingewürgt. Ja. Da hatte ich zwar nichts am Kopf an... Du hattest zwar nichts am Kopf... Aber schon dieses... Ich weiß nicht mehr, wie die Ärzte das genannt haben... Aber ich habe dieses... Ich spreche jetzt quasi nur noch so, wie ich früher mit meiner Oma gesprochen habe. In meiner Muttersprache. Und da bin ich jetzt quasi nur so, wie ich mit meiner Oma gesprochen habe. In der Muttersprache. Richtig. Ohne Scheiße. No shit, Sherlock. Und... Damit ich jetzt nicht noch ins Ausrutsche... In der Durchbruchschule... Damit ich jetzt nicht noch mal ausrutsche... In der Dusche... Oder die Noppe, die man... Auf der Boden klebt, weißt du? Da braucht man die Noppe, die man auf dem Boden klebt. Boah, leck mich fett, Peter. Die stinkt alle. Ja. Du hast dir Hust an, du Popokopf. Oh, Hada. So ein Beckbeckchen, ich würde jetzt gerne weiter, oder? Ja. Wo ist Pinsel? Auf dem Auto hier? Ja, klar. Oh, ein Leihauto. Kuss zurück. Also, der Typ scheint anscheinend nicht hier zu sein. Oh, da ist... Ist da noch jemand? Das ist... Emma. Emma? Kannst du... Emma? Emma, Emma, Escolin. Äh... Kannst uns gucken, ob da Taxi auf dem Schloss ist? Wo ist Pinsel, Kinky? Ich rufe an. Okay. Der wollte auf Pinsel gehen, hat er gesagt. Doch, wie spät. Mann, es kann... Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass 11 Uhr ist. Es kann verdammt nochmal nicht wahr sein. Es geht nicht ans Handy. Wie schnell vergeht die Zeit? Wir sammeln uns später einfach wieder ein, okay? Okay, wir gehen jetzt noch was essen, weil der Laden macht gleich zu. Ähm, Chef, Kika? Ja? My dude, Ria? Äh, ciao. Peanut. Tschüss. Hallo, frecher Opa. Tschüss, Peanut. Wir haben's. Wir haben's. Ich hab' den Tag, Jim, wart' auf mich. Hab' ich Bullwai vorgelesen? Danke für die Prime, Einzelsta. Du siehst einfach von hinten aus wie... wie Twinkie from the Block. Hahaha. 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 Was hältst du jetzt von der Idee, dass wir uns was Scharfes besorgen? Ja, ja, warum nicht? Ja? Nach heute sicherlich eine gute Idee. Ja. Ist ja auch legal hier. Ist legal? Ja, haben die doch gesagt. Hab' nicht zugehört. Wo kann man... Aber wenn die schon für so einen Baseballschläge 5.000 Dollar verlangen. Ja, wir schauen einfach, ob man irgendwo eine gebrauchte herbekommt. Ja, aber damit darf keine Straftat begangen worden sein. Ja, mal schauen. Ich wollt' den Chef fragen. Oder wir fragen den nächsten Assi, den wir treffen. Ja. Pudi, 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 Pudi. Pudi, 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 Pudi. Pudi, 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 Pudi. Kennst du das? Ja. Pudi, 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 Pudi. Pudi, 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 Pudi. Ist halt Feiertag. Ja, ich weiß nicht, Becknicken. Oh, pass. Was? Nichts, alles gut. Trinki. Trinkiiim. TrinkiiiiNiceIL. TrinkiiiiI. Trinkii! Ich bin kein eingeschlafen! Stimm dir gar nichts. Das würde ich so schnarchen. Boah, was ist denn nach vorne los? Siehst du das? Ganz viel Essen. Kein Parkplatz frei. Trinky? Ja. Wir haben keinen Parkplatz. Da vorne geht Party, guck mal. Das sind Leuchtenlampen. Links in der Seitengasse. Links in der... Oh, da ist Party und da tanzt doch jemand. Und das war ein Hund. Komm, wir gehen gucken. Oder ist das Krankenwagenlicht? Irgendwie ist das Disco-Licht oder Krankenwagenlicht? Aber warum sollte jemand tanzen? Ja, eben. Wenn der Krankenwagen... Stimmt auch wieder. Aber mir geht's dir gar nicht gut, merke ich gerade. Nee. Nee, nicht so gut. Überhaupt, ich bin da vorne so... so hin. Vielleicht ist er besser. Eigentlich mein Schling, aber ist okay. Geh deinen Weg. Geh den geraden Weg. Ähm... Twinkie? Ja, Twinkie! 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 Mann, ich kack ab hier! Ja, ja, warte, komm. Wir machen wir mal... Wirklich! Was gibt's zu lachen? Ach, nix nicht. Hallo. Hallo. Ich mein, da stand gerade was. Ja, das ist gerade ein bisschen schwer. Ja, ja, ja. Verstanden doch. Hallo. Warte, was? Dann sucht euch mal ein Parkplatz. Ja, ja. Ja, ja. Twinkie! Äh, ja, kannst du mir ein Gefallen, Tu? Oh Gott, nein. Oh Gott. Also... Äh, ich rammel unser Auto nicht! Ja. Äh... Können wir ein bisschen vorfahren? Ja, ich glaub, Twinkie ist eingeschlafen. Ja, wir versuchen... Oh Gott! Oh mein Gott! Ich fahr hier weg, Schnauze voll, mir geht's ja echt nicht gut. Du... Du... Aber wo können wir was essen gehen jetzt? Ich weiß nicht, aber da ist nicht gut gerade. Nein? Absolut nicht gut. Ja. Sollen wir einen Puffen, eine Suppe flürfen? Wir lassen Schaun nach oben auf, bis oder? Oh, bis ganz nach... Ja, okay. Aber... Oh mein Gott. Ja, oder nie? Ja, ne, fahr, 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 fahr. Alles ist gut. Boah. Was denn? Was... Was waren deren Problemen gerade? Ach, nix. Vielleicht hast du ein Auto gerammt. Echt? Ich baue mein Gott. Was ist denn hier los? Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, wir hauen besser ab im Norden. Ja. Wir könnten auch mal. Ich weiß ja, dass du Erdbeeren magst. Was lachst du? Soll ich ein paar Erdbeeren pflücken? Was lachst du davon? Nicht gut? Bist du denn das Wahnsinn? Aber warum? Du isst die doch gerne. Mit Schlagsahne. Warum? Lass uns lieber mit einer Spitzhacke ein bisschen Beton abbauen. Lass uns lieber mit Spitzhacke ein bisschen Beton machen. Oder Lass im Plus, wir sind Goldschmiede. Ja, hi. Ja, ein bisschen, ne? Da kam wohl ein bisschen mehr als Pipi oder nicht, mein Freund. Ja, wo bist du? Okay, pass auf. Dann, wir treffen uns auf dem Casinoparkplatz, weil wir müssen raus aus der Stadt. Okay, bis gleich. Mach das doch interessanter für den. Sag, wir werden gesucht. Okay. War ja nur ein Vorschlag. Wie gesucht. Ach, vergiss es. Ach, komm. Ich sag nicht immer so. Das sagst du mir. Das sag ich dir. Ja, richtig. Was meinst du mit gesucht? Du sagst, sag, wir sind gesucht. Ich sag, ja, wie? Und dann sagst du, ja, dann halt nicht. Du wirkst ab. Das ist so nicht richtig. Wo fährst du hin? Ich weiß nicht. Ich wollte mir das mal angucken hier. Ich seh nix. Ich seh es da unten. Was willst du denn hier angucken? Willst du dein Glasauge darüber werfen oder was? Ja, vielleicht. Wo geht's hier hin? Das ist der berüchtigte Tunnel, wo Harry Potter angegriffen wurde von den Dementoren. Boah. Okay, wir warten hier auf den Pinsel. Ja, weil der wird uns hier niemals finden. Ach komm. Aua. Ach, was? Was willst du, hm? Was willst du? Willst du jetzt kämpfen? Willst du kämpfen? Ich will ganz sicher nicht kämpfen, aber willst du kämpfen? Du kannst ja nicht mal das Lenkrad vernünftig festhalten. Ach komm. Was machst du? Ja, wir drehen hier unsere Kreise. Du hast schon wieder Hunger, deshalb machst du Donuts. Ach, gib Ruhe einfach, weißt du. Du siehst voll süß aus, wenn du dich konzentrierst im Auto fährst. Ja, ne? So richtig gelassen. Das würde dich nix interessieren. Aber jetzt hättest du voll den Durchblick geblieben. Ja, so ist es ja auch. Ja, dann solltest du deinen Popo mal sauber machen. Ach ja. Heute ist ruhig. Ist schon schön, oder? Ja, das muss auch mal sein. Hast du... Was ist das... Was ist das... Ja, was denn? Das war knapp okay, sehe ich ein, aber es ist nicht so verrückt. Das war knapp okay, sehe ich ein. Seit wann fährst du so gut? Ja, crazy, oder? Ja, tschisch. Ja, tschisch. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Diese Autos, ne? Diese Lenkung ist geschmeidig. Hast du es mittlerweile raus? Ich denk schon. Also, ich weiß nicht. Mit sowas hier kann ich umgehen. Ich brauch was Großes, weißt du? Ja, deshalb hast du dich um mich ausgesucht. Oh mein, geiler Sack. Wolltest du gerade geiler Sack sagen? Wasch du sofort deinen Mund aus. Ich wollte nicht Sack sagen, ich wollte Sau sagen. Nein, du wolltest Sack sagen. Nein, ich hab nur gemerkt, ich hab geiler Sack. Und das hat mich komplett verwirrt. Was machst du mit Drift-Pommes? Ja. Ich lebe auch mal eine Pinsel. Das ist toll. Irgendwie ist alles zu ruhig. Alle sind auf Party, außer wir. Ach komm. Außer wir wieder. Platz du. Hier kannst du nicht schneller laufen. Mit dem redest du? Mit Pinsel. Gleich beim Taxi? Ja, schneller. Schneller. Warum kommen wir hier nicht ab? Nee, der darf jetzt laufen, ist selber schuld, wenn der so lange pinkeln hat. Und das bestimmst du, das war ein Sonntag. Der kam um die Ecke mit Déjà-vu. Du bist fast da. Du hast wunderschöne Sommersprossen, Pinky. Dankeschön. Wegschnitchen. Ja schön, du hast das auch mal geschafft. Steig ein, Big Pinsel. Hallo, müssen die Reifen hinten so sein? Wie? Nix. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Du bist aus der Stadt raus. Pinsel. Warum? Wir werden gesucht. Nein, wir werden nicht gesucht. Doch werden wir. Nein. Von Cyborg. Cyborg. C18 ist hinter uns her. Oh nein. Nein. Ja. Die hat Stress mit Keline. Du bist hier 17 auch? Ui. Ui. Ja. Ja, bei den Reifen kein Wunder. Sind sie, wir müssen uns eine Schusswaffe besorgen. Okay. Na dann. Ruf mal deinen Kumpel Tyrone an. Frag mal, ob der uns was klar machen kann. Ja. Damit sowas dir heute nie wieder passiert. Nicht erreichbar. Nicht erreichbar. Scheiße. Hast du noch andere Kontakte? Connections? Von den Gangsters? Wir können den Hase Peter fragen. Oh mein Gott. Nicht erreichbar. Der Hase Peter? Ja. Warte. Ich kann noch... Was mit Chefkrieger? Ich habe einen Gangster. Warte. Wem denn? Oh, Gang Gang Homie Bo. Oh, Appenz ist so der Gangster. Ähm, ich wollte fragen, kannst du uns Schusswaffen besorgen? Ja? Und beibringen, wie das geht? Du bist doch Gangster, oder? Du hast keine Waffen? Und deine... Kannst du mal den Sohn von Willi fragen? Kannst du mir weiterhin keine Hilfe? Danke, Sir. Was ist mit Chefkrieger oder Willi? 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 Oh Gott, was ist hier? Oh, was ist denn hier los? Ja. Festival? Ach, hier ist doch Derby. Das ist doch Derby. 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 Können sie was besorgen? Okay. Büchseli. Vielleicht lieb. Oh, vielleicht unsere mexikanische Freundin oben. Sollen wir da mal vorbeifahren, Twinkie? Lobby. Die wohnen doch irgendwo. Ich weiß noch nicht mal... Da vorne, oder? Da vorne in dem Haus. Und wann ist mir Herr Fischkopf? Wie hieß denn der Dings nochmal? Rico? Wie hieß der nochmal? Der da wohnt. Was? Er hat so einen Namen. Oh, fuck. Roni? Ja? Irgendwas mit er. Ich heiße... Coares. Twingo hieß der da. Twingo. Kringo. Kringo. Oh, oh, Kringo ist sauer. Zick, zack, Hühnerkacke. Zwischen Zangen gespuckt. Ja, richtig. Kringo, genau. Wir fragen Kringo. Gerecht? Nee, da vorne. Aua, mein Kopf. Bruder, der Server ist grad am Strugglen. Heute ist echt schlimm. Danke. So, wir starten neu. Aua. Alter, wir haben einfach schon elf Uhr. Nee, das ist kein Unfall. Wir haben einfach schon elf Uhr, Mann. Damals war ich... Ach, damals hat sie jede 15 Minuten Crash gehabt. Und wie geht's euch, Schatz? Ja, Mann, Aino, kann sich wieder aufs Ritaldeli machen. Ja, super. Ohne uns ist okay. Anti-Maid. Schoko, bist du nicht in der Pommes? Patsche, Patsche, Dankeschön für den Freund im Sechsten. Jetzt kann ich mir wieder einen Erdnuss kaufen. Mir geht's auch gut. Ui. Guck mal. Du hast geärgert, Zimmer. Du bist Kriegsfreund. Ne, hier in der Nähe riecht's immer nach Sex. Na? Oh, so? Oh, hallo. Ja, steigens ein. Ja, bin noch drin. Will ich die Schauer setzen? Ich bin dann fahren gewohnt. Nein. Na, Twinkie? Na? Na? Will ich nütchen? Guck ich dir verpeile? Ja, das sah du. Das sieht ein bisschen aus wie ein trauriger Zitterall. Oh, der kann manchmal ein Zitterall werden. So, jetzt steck ein. Hey, das war doch der See, ne? Wo wir die Orcas anlocken wollten. Ja, richtig. Boah. Na, ich muss schon näher. Ja. Deine lecken Speisen, ich fahr einfach. Boy, ne, bist du dann zu Hause? Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Ich glaube links, ja. Schön hier, ne? Boah, ich finde, mit den Reifen könnten wir auf den Schienen fahren. Ach, was? Ja, wir bräuchten nur noch so einen... Boah, Twinkie, das ist wie zu Hause. Ja. Wirklich schön. Ja. Aber die haben keine Kühe. Ich glaube geradeaus. Geradeaus glaube ich auch unter dem Reh. Oh, ne, der Herr Jutta ruft an. Ich hasse den. Ich auch. Da, da wohl. Ja. Ich hatte angerufen. Ja, ich habe mich verwehrt. Tschüss. Gringo, bist du zu Hause? Gringo. Oh, Gringo ist sauer. Schick ein McNuggets. Zehner süß-sauer. Zehner süß-sauer. Gringo? Gringo. Gringo. Sei nicht mehr sauer. Wir vertreiben auch die Geister, versprochen. Aber du musst dafür zahlen. Gringo? Gringo. Kuba? Ach, ne. Kein Gringo zu Hause. Ja, sieht wohl so aus. Oh, aber warte mal kurz, ja. Wo gehst du hin? Ich habe die noch nie so rennen sehen. Das muss dringend sein. Doch, einmal im Bullsch an der Kante. Die geht verringert aus rein. Warte mal, ich gehe zu weit umsonst. Oh, Mann. Die hat das Auto angelassen. Ich muss warten. Das scheint echt dringend zu sein. Ich glaube, die ist in der Küche. Ich glaube, die ist in der Küche. Wähl die Knutschen mit dem Gringo. Oh, guck mal, da kann man gucken. Oh, schlägt zurück. Hallo? Hallo? Die Sturmgebeer. Wer ist hier? Ja? Ich bin im Auto. Ja. Was hast du gemacht? Ich habe nur mal kurz die Rohre überprüft, ob alles super ist. Warum prüfst du die Rohre hier? Ja, das ist wichtig für die Geisterjagd. Ach so. Du hast dann was am Mundwinkel. Ja, das ist... Was ist da? Was ist da? Das ist noch ein bisschen was vom Blut. Ach so. Ja, okay. Warum versuchst du da mit deiner Zunge hinzukommen? Scheiße, wo sind wir hier jetzt gelandet? Auf dem Acker. Ja, ich acker ich mir jetzt hier keinen ab. Das ist so, wie steht fest. Ich will auf die Straße. Boah, ich würde schon gerne wieder Bauernhofe, ne? Ja, mir fehlt das auch. Ja. Oh, sei ja vorsichtig. Sei bloß... Boah, guck mal, die haben den Mixo Mix 3000. Wow. Die Wasserpumpe. Hey, weißt du noch den Hof von gestern? Hier sind Orangenbäume. Ja, soll ich da mal hinfahren? Ja, lass uns den mal anfangen. Wo war das nochmal? Ähm, das war im Wald. No shit, Sherlock. Ja, rauf jetzt. Das war irgendwo hier, glaube ich. Wo? Haben sie ein Navi eingegeben. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was hältst du von einer Farmpinsel? Da kannst du Kühe melden. Bin dabei. Bin dabei. Fuck that shit, I'm in. Jeze. Jeze. Weißt du, wo das war, Twinkie? Ja, ja, ich glaube so grob. Aber meinst du, das Landleben ist noch was für uns? Ich meine, wir sind ja richtige Stadtkinder. Ich sag's dir, da wächst du nie raus. Manchmal brauchst du einfach die Ruhe. Das waren meine Klamotten. Aber du hast schon siebzehnmal dasselbe. Ja. Frag dich mal, warum? Alles verschiedene Größen. Damals hatte ich so eine Kappi mit einem Propeller drauf. Oh, wir müssen da rein. Du kannst da nächsten rein. Oder du lächelst. Was war unsere... Ach, ich wollte durch mein Handy gucken. Hi, Peter. Hi, Peter. Lisa, Marco. Ich ruf mal Lisa an. Oh, Lisa. Ihr Telefon kündigt. Hi, Peanut. Hi, von dir hört man auch nix mehr, Lisa. Nee, momentan ist ganz viel Stress. Warum? Das sind ganz viele Leute, die einfach irgendwelche Sachen sagen, die man nicht sagen darf. Oh, wir hatten heute auch ganz Stress. Du hattest auch Stress? Ja, uns wollte jemand umbringen. Oh, was? Ja, so ein Verrückter. Wer macht denn sowas? Oh, sei vorsichtig. Wie hieß der noch, Mattynki? Ähm. Weißt du, wer das war? Ja, das war so ein Siegfried und irgendwas. Der hat uns mit seinem Auto gerammt und wollte uns umbringen die ganze Zeit. Äh, 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 äh. Wir waren gerade beim Gringo, aber das ist nicht zu Hause. Nee, aber wir kommen jetzt gleich. Wir wollten was fragen, ob ihr uns was besorgen könnt. Ach, was willst du denn haben? Zur Selbstverteidigung. Zur Selbstverteidigung? Ja. Dann geht ihr doch in einer... Ja. Dann geht ihr doch was in einem Waffengeschäft holen. Wir waren in so einem Waffengeschäft, aber das ist teuer. Ja, das stimmt wohl. Wir wollen mit einem Geistbeschläger 5000 Dollar. Oh, so viel? Ja. Alter. Ich hab lange keine solche Waffen mehr. Wir haben auch nach Pistolen geguckt, aber das ist schon sehr teuer alles. Alter. Und der Gringo ist doch schon ganz böse, oder? Nee, der Gringo ist doch kein Böser. Nein. Nein. Da standet der vor unserem Taxi. Und die hatte Pistolen. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal gerade weg. Reden so laut. Ich glaube, ich weiß, wo wir die herkriegen. Wir kommen gleich mal vorbei, die sollen wir mit dürfen. Äh, muss ich vorher abklären. Wir haben gerade ein bisschen Stress bekommen. Okay. Wie gesagt, da hat einer ein böses Wort gesagt. Ja, dann musst du den verkloppen. Na, haben wir ja. Deswegen hat der ja das böse Wort gesagt. Hau dem Brett vorm Kopf und immer von rechts pusseln. Ja, die Mediziner haben den jetzt mit reingenommen. Wir dürfen nicht rein. Ich, ich, ich. Ich ruf mal Gringo an, ob das okay ist, wenn du vorbeikommst. Und dann melde ich mich danach. Okay, ich melde mich bei dir. Dann bis gleich. Ciao. Warte, warte. Ich hab den nicht. Ich salte auch viel Ärger, Gringo. Und Gringo. Wir haben jemanden in den Krankenhaus geprügelt. Die sind alle kriminell. Hier war das? Ich glaube schon. Ja, hier, oder? Ja. Meinst du, hier wohnt jemand? Guck mal, im Auto verpackt. Guck mal, vor ist das? Vor ist das? Das ist das? Oh, guck mal. Wow, hier in der Scheune. Da kann Ronny leben. Ja, Pinsel lebt in der Scheune bei den Kühen. Ja. Ähm. Und hier wären wir dann. Aber da steht ein Auto. Oh nein! Ach, komm. Da sagen wir den Hansepeter Bescheid, der soll ihn abschleppen. Ja, die Frage ist, wie lange steht der da schon, ne? Egal. Mindestens drei Tage. Vielleicht ist der Vermieter der eine von den Russen von gestern. Vielleicht können wir da Miete wohnen. Das wäre schon cool, ja. Pinsel, wen wolltest du anrufen? Ähm, ich habe einen guten Gangster. Wie denn? Was ist das? Oh, schlimm, Fini, ein Ecklingel. Ja? Du hast dich nie mehr bei uns gemeldet. Twinkie und ich sind sauer auf dich. Oh, äh, oh, 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 ah, oh, ah, nein, wie heißt du nochmal? Ich habe, oh. Ja, warte, warte, du bist der... Mann, scheiße. Ja, du hast dich ja auch nicht bei mir gemeldet. Ich hatte deine Nummer ja noch gar nicht. Doch. Na, eben nicht, die habe ich gar nicht eingespeichert. Weißt du, wie traurig Twinkie ist? Twinkie hat gedacht, du bist so ihre Freundin. Bin ich auch. Ich habe euch so vermisst, aber ich hatte ja keine Nummer. Du hattest mich nicht an dem Tag wieder zurückgerufen. Warum lachst du? Entschuldigung. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Wo sind wir? Gemeinschlimphine. Nein, wo seid ihr? Wollt ihr nicht auf die Party kommen? Nein, die Party ist nicht cool. Doch, da bin ich. Nein, da gehen seltsame Dinge ab. Wieso gehen hier seltsame Dinge ab? Ja, UFOs und solchen Quatsch da. Oh, okay. Wie lange seid ihr denn noch wach heute? Was ist das für ein komischer Geheimdienst? Weiß nicht, wir sind ein bisschen unterwegs. Wollt ihr einfach mal rumfahren? Ich muss hier auf jeden Fall bis 0 Uhr bleiben. Hier ist dann so eine Verlosung. Mal gucken, ob ich was gewinne. Okay. Und danach hätte ich Zeit. Dann meld dich mal bei Twinkie. Ja, ich hab meine Nummer nicht. Ja, dann meld dich über mich bei Twinkie. Dann gehen wir mal zwei Torten oder so essen. Ja, das mache ich. Ihr kriegt alles, was ihr wollt. Wir kriegen alles, was wir wollen. Twinkie, was weißt du? Ja, zumindest was Essen angeht. Entschuldigung. Ja, was hast du denn gedacht, was wir jetzt sagen? Ja, weiß ich ja nicht. Hallo, Büchse. Oh, Büchse ist mein Freund. Oh, du selbst? Büchse, ich soll dich grüßen. Von Peanut. Von Peanut. Er sagt hallo und er hat dich lieb. Ja, ich hab auch schon gesagt, die sollen kommen, aber die wollen nicht. Mir geht nicht, das ist Aua. Was kriegt der? Das gefährliche Gegend. Ach so, du kriegst eine Büchsenumarmung, wenn du kommst. Nein, der soll mal duschen gehen, das stinkt. Das stimmt. Ich, okay, dann meld dich mal. Ja, mach ich. Bye, have a good time. Bis nachher. Warte. Das hier ist auch Fossale. Was ist das, Fossali? Fossale. Aber das sieht nicht so schön aus. Ich will das spüren. Das andere ist viel hübscher. Ja. Dann müssen wir das Auto abschleppen lassen. Pinsel, hast du dein Gangster jetzt angerufen? Nicht. Ja. Hab ich. Ja, und was sagt das? Weshalb wartet das Telefon? Ich glaube aber runter. Der Opfer, den ihr weggeschickt habt. Ähm. Warte, Chris. Ich muss, ich muss überlegen, was ich sagen würde. Ach, das war der vom Derby. Ich glaube, der runter ist ein, ist der Papa von einem Gangster, würde ich sagen. Tausch, ich weiß, wer uns ne Knaller besorgen kann. Oh hier. Moin, Kollege. Wie zu? Bruder. Bruder, was los? Kannst du uns ne Knallere Darts-Belüfte besorgen? Eine Knallere Darts-Belüfte? 50er oder normale? Jemand will uns umbringen. 50er oder normale, was willst du haben? Was ist 50er? Ja, willst du schweres Kaliber oder normales Kaliber? Ich hab noch nie in meinem Leben geschossen. So ne handliche Frauenpistole. Äh, dann kann ich, dann die normale 9mm, wenn du eine willst. Wie teuer ist die? Boah, kostet 30 im Laden, aber wenn du willst, kann ich dir eine geben. Ja, wie teuer? Äh, ja, wenn du einen Laden kostet 30, wenn willst du die Abkaufung oder was. Nein, wie teuer bei dir? Ach, gib mir einen 10er oder so. Okay, 10 Dollar. Gib mir, was du für richtig hältst, so Bro, das ist mir ganz egal. Kannst du uns auch beibringen, wie man schießt? Boah, das ist kein Problem. Okay, kommst du, hast du Zeit jetzt oder bist du auf Party? Ich steh grad Palito oben, äh, Krankenhaus. Hey, wir sind auch oben im Laden. Ja, ich bin Palito, weil ich ja beim EMS, mein Kollege vom Krankenhaus ist. Dann treffen wir uns da. Top, ich warte, ja, bis gleich. Töpchen. Töpchen. Hau rein. Hau rein. Wir werden beobachtet von der Polizei rechts. Wo? Gar nicht. Bist du noch meinen Kumpel, der, der Schaumschläger? Nein. Von der Werkstatt? Nein. Twinkie, du? Nö. Warum bist du denn jetzt angepisst? Ich bin nicht angepisst. Dann gib mir deinen Mund. Ich will knutschen. Ja, wie wär's, wenn du erst mal zu Ende erzählst? Ach so, was wollte ich denn erzählen? Ja, dein Kumpel. Ach so, unserem Kumpel, der Schaumschläger. Ja. Der hat, der besorgt uns einen für 10.000. 10.000? Der ist oben im Paleto am Krankenhaus. Boah, 10.000. Das ist nicht viel. Ich hab vom Hasenchef, von unserem Chef 20.000 bekommen. Und der zeigt uns auch, wie man schießt. Also kriegen wir komplette Army-Ausbildung. Für nur 10.000 Dollar. Wow. Für Selbstverteidigungszwecke. Fahren wir da hin? Ja, wohin? Paleto Krankenhaus. Bitte. Ja. Elementix, danke schön für die Prime 28. Sie bin ins neuen Lauf. Mach weiter so, danke schön. Fühlst du die dann, Twinkie? Fühlst du die Pistole? Ja, okay. Oder soll ich? Ja, nee, mach du mal ruhig. Okay. Aber ich seh dann aus wie ein Cowboy, ne? Nein. Und ihr seid sicher, dass das legale? Ähm, ja, es gibt... Also, es gibt... Ne, legale Waffe hatte der Chef doch gesagt. Frag den doch. Dann gucke ich den Dieter an. Nee, der Chef hat er es gesagt. Welcher? Der Dieter? Na, nee, unserer. Ich frage den Dieter, den Pistole. Hallo. Sheriff Dieter? Ja. Man kann doch, ähm... Also wegen dem Vorfall heute Mittag. Ja. Wir haben sehr viel Angst um unser Leben. Hm, darf man... Wo kriegt man einen Waffenschein her? Flughafen? Ah. Auch am Flughafen? Ja, kriegst du gleich alles. Das ist das, äh, äh, fühl dich, äh, fühl dich wohl-Paket. Okay. Das Waffenschein, Ausweis, Führerschein. Brauchst nichts machen. Hier kann jeder Idiot alles machen. Ja. Das sollte man vielleicht mal ändern. Nee. Kann ich den einfach im Waffenladen so... Du kannst im Waffenladen gehen, wenn du über 21 bist, hast du sozusagen den Waffenschein schon automatisch. Das geht ums Alter hier. Kann ich mir einen Nunchakus kaufen? Ja. Neben der Sterne? Ja, bestimmt. Flammenwerfer? Hm? Flammenwerfer? Was? Flammenwerfer? Was willst du damit rösten? Mein Spanferkel. Schwein ist Haram? Ja, Haram. Ja, Haram. Schwein ist Pitsch. Was ist Pitsch? Ähm, Schwein. Pitsch. Wie Pitsch? Ja, Schwein ist Pitsch. Was heißt Pitsch? Ja, Pitsch. Ja, Pitsch heißt doch... Und alle, Baba, dass die Kerle mal Pitsch oder was mit Chuchu heißt. Ich hab dich sehr lieb und ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Nein, das ist irgendeine Beleidigung. Das führ ich raus. Nein, das stimmt so nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Wallah, war der Korani? Stimmt nicht. Okay, Dankeschön, Sheriff Dieter. Ja, können Sie einfach... Ich bin kein Sheriff. Aber können Sie einfach holen, ja. Ja, danke, Dieter. Bitte. Bye. Okay. Man... Mit 21 darf man das führen. Was? Die hat eine Waffe. Wohin? Gershi? Ja, bei sich tragen. Oh. Weißt du, wie mich Dieter erinnert, Twinkie? 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 So. Bald wird er nicht ein bisschen für dich. Wusstest du, wenn deine Fel... Wusstest du, wenn die Felgen abgefahren sind, entstehen Schurikensterne? Was sind Schurikensterne? Von der Roten... Hier, fahr meinen Fußnagel! Oh. Oh. Twinkie? 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 Ich steig aus. Twinkie? Nee, besser nicht aussteigen. Warum? Weiß nicht. Also. Aber ich muss zur Apotheke. Ja. Brauchst du auch was? Ähm... Ich glaube, ich habe noch Bomben frei. Ich habe noch Bomben. Okay. Twinkie? 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 Oh. Oh. Stimmt. Was ist das denn? Wo bin ich das denn her? Twinkie? 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 Komm, Kopf. Den behalte ich für später. Wo bin ich das denn her? Weiß ich nicht. Twinkie? Mhm. Was ist denn los mit dir? Bist du nicht gut? Mir geht es heute nicht gut. Nein? Nee. Nicht gut heute? Ja, heute geht es mir nicht gut. Aber du... Was zum... Was war das denn? Kannst du nicht fahren? Sexy Dance. Fahrt so gut, ja. Mhm. Musst du bei deinen Problemen nachdenken. Winkie? F steht für Freunde, die was für deine Leben... U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich. Haben wir mal Spaß. Ganz friedlich. Twinkie? Du fährst nach Hause? Beziehungsweise... Lieber einer von... Okay. Hm? Bon! Willst du nach Hause? Nach Hause, Twinkie? Nein? Okay. Déjà vu! Geht's dir gar nicht gut? Twinkie? Twinkie? Hallo? Ja? Musst du ins Krankenhaus? Warte mal, Twinkie. Da vorne sind Hotels. Willst du im Hotel übernachten? Twinkie? Twinkie? Patins Hotel. Ja, besser. Dann kannst du dir mal so einen richtig freshen Beauty-Tag machen. Deine Fußnägel schneiden. Deine Haare waschen. Oh je. Déjà vu! Hier ist Hotel. Ja. Twinkie? Ja, das... Ich hab keinen Schlüssel für die Knochen. Oh. Twinkie? Twinkie? Hm. Twinkie? Hm. Twinkie? Hm. Vielleicht meditiert sie. Hallo, hallo? Twinkie? Ja, komm schnell. Ja, geh im Hotel, okay? Ja, okay. Ja. Machst du hier Beauty-Tag? Pinsel schläft dann bei uns. Okay, ich geh jetzt hier gleich wieder weiter. Pinsel schläft dann bei uns, okay? Ja, okay. Okay. Dann gute Nacht. Ich wohne noch gegenüber. Guten Nacht. Du schläfst bei mir, Kollege. Jawohl, schläfst du. Ich kann nicht, ich brauche was zum Kuscheln. Ich will aber nicht ohne dich schlafen. Dann kommen wir hier ins Hotel zu dritt. Dann schlafen wir auch hier. Nummer, nimm nur mal sieben. Oh Gott, ist oben. Nimm nur mal zehn. Nein, nimm neun. Neun? Was denn jetzt? Nimm zehn, sieht gut aus. Warte, ich glaube, mir geht's wieder besser. Ja? Ja, ich glaube, ich hoffe. Oh Mann, ey. So eine Scheiße heute wieder. Ja, hört weiter auf. Bald kommt dein Fitnessgerät an. Dann ist alles gut. Au, ma, aua. Scheiße. Geht wieder? Ich hoffe. Jaja, ihr Computer ist komplett am Arsch. Aber ich habe hier schon einen. Ich muss den nur los schicken. Mal tight. Park einfach hier drüben. Perfekt. Geht? Trink ich? Weißt du was? Vergiss es, ich hau ab. Nein. Diese Scheiße. Grüße, tachsam. Alter, gut. Trink ich. Wo rollt die denn hin? Die muss kacken. Warum rollt die jetzt so sch- Oh, jeder. Die muss ganz dringend. Ja. Kennst du das, wenn man, wenn du im Schnee bist, wir sagen, wir immer fetter? Was? Ja, wenn du dich im Schnee... Hey, beleidigst du jetzt mein Törtchen? Dein Törtchen? Trifst du worden breit. Oh, bitte nicht schlagen. Ich hab hier was für dich. Oh Gott, oh Gott. Bitte. Ich auch nicht, hier. Oh. Okay, und du willst schießen lernen? Ja. Ist ganz einfach, Alter. Ich geb dir mal... Alter, die Schläuche. Oh, das ist... Pass auf, ich erzähl dir unsere Geschichte. Ja, ich bin hier. Heute hat uns jemand angehalten. Ja. Und der meinte, ich werde euch heute suchen und euch umbringen. Weißt du, hast du irgendwelche Infos über den? Ja, der hieß, der weiß nicht mehr. War so ein Mann mit Glatze. Ich weiß den Namen nicht mehr. Okay. Siegfried irgendwas. Ist aber auch egal. Krause. Siegfried Krause oder so. Ja. Wir sind dann zur Polizei und dann ist der auch da aufgetaucht. Dann haben wir so gequatscht mit dem. Und dann sind wir weggefahren und der ist uns hinterhergefahren und hat uns gerammt. Ungefähr 15 Mal. Der wollte uns umbringen. Und jetzt müssen wir uns selbst verteidigen. Okay. Falls der nochmal auftaucht. Ja. Sonst brauchst du Security oder so. Ja, nee. Kein Leitschutz. Bestimmt, Leute, die hat das sonst gemacht. Nein. Schlaf gut und machen. Ja, also es gibt drei wichtige Sachen beim Schießen. Ja. Wenn du in deinem Auto am besten... Von rechts pushen? Wenn du Funkgerät hast, wäre ein Funk ganz gut. Ich habe aber kein Funkgerät. Das ist doof. Dann musst du ganz laut brüllen und hoffen, dass die dich hören. Wer soll mich hören? Nein, ich will mich nur selbst verteidigen. Achso, ja gut. Dann ist rechts pushen ja eh relevant, weil du am Auto stehst dann oder alleine bist. Okay, ich muss mich hinterm Auto stellen. Ja, am besten suchst du dir eine Deckung, wenn du schießen musst. Wirklich. So? Ja, oder du... Das zählt auch schon als Gaswaffe. Okay, such mir Deckung. Ja. Also Deckung suchen. Dann versuchst immer so, also wenn du ihn größtmöglich erreichen willst, versuchst du auf dem Oberkörper zu zählen. Ja, aber... So wie bei Ronny. Jetzt guck mal bei Ronny einfach hier auf seine... Über den Rucksack, dem Ding hier, die drei Punkte zum Beispiel. Nochmal. Welche Punkte? Ja, guck mal. Siehst du auf seinem Pullover die drei leuchten und Sachen da. Ja. So in dem Bereich bei jeder Person so, da ist das so am besten hinzuziehen. Ist es nicht besser, wenn man in die Luft schießt, dann kriegt er Angst? Das ist, wenn du den... Also wenn der auch eine Waffe zieht, dann ist es ja doof in der Luft. Warum sollen wir dem direkten Terz schießen? Nee, es geht... Es ist ja nur... Es ist ja nur gemäß des Falles, er zieht auch eine Waffe. Ja, okay. Wir reden ja vom Extremsfall. Ich gehe natürlich nicht davon aus, dass du direkt auf Personen schießt. Das wäre ja keine Straftat. Nur zur Verteidigung. Nur zur Verteidigung. Aber der erste schießt, gewinnt meistens auch. Aber das ist was anderes. Okay. So, und... Schon mal... Schon mal schon eine Waffe in der Hand gehalten? Ja, aber noch nie abgefeuert. Achso. Du sollst mit der Waffe machst ein bisschen... Also das ist die hier. Guck mal, die ist nicht so groß. Okay. Das ist eine 9mm. Das ist das Kaliber. 9mm. Gestern bedrohte mich ein Gangster. Das ist ein gutes Lied, ich bin ehrlich. Aber ja. Ja, Roddy, du wurdest bedroht. Nein, gestern bedrohte mich ein Gangster. Hey, ich ramm dir gleich meinen 9mm in den Arsch. Ich lachte ihn aus. Ja, sorry. Da hätte ich gesagt, merke ich eh nicht küsselt, nur... Mhm. Juhu. Ich kenne jetzt nicht, er ist mein Bauch im Weg. Okay. Man sucht sich Deckung und man schießt dahin. Auf die Brüste ins Herz. Und der zuerst schießt, gewinnt. Was ist, wenn ich keine Kugel mehr habe? Du kannst im Omnation einfach neu kaufen. Du kriegst ein Magazin in die Hand gedrückt. Es gibt auf der Waffe so ein... Also du entsicherst die Waffe und dann kannst du das Magazin entfernen und ein neues reinstecken. Ah, Jute, Jute, Pumas, Jute, Pumas. Wie rum? Am besten... Ja, genau. Also warte, ich gebe... Ich habe sogar... Guck mal, warte, ich zeige dir das hier, dann hast du... Ich habe jetzt aber kein Geld dabei. Guck dir das jetzt an. Kann ich mir Karte zahlen? Ja. Ich habe leider... Ich habe leider kein EC-Geld dabei. So, da hast du ein Magazin jetzt. Du kannst von mir beschallen. Das ist aber... Das ist eine Ammo-Box und kein Magazin. Ja, die musst du aufmachen im Magazin. Die musst du aufmachen im Magazin. Drop die mal hier hin. Hast du ein Ammo-Kit dabei? Oh, boah. Okay, da. Top. Also die... Dann machst du die auf, da sind ja zwei Magazine drin. Ja. So, dann nimmst du dir mal eins raus und dann siehst du, das ist so klein und handlich. Genau für die Waffe zugeschnitten. Zugeschnitten? Ja, dass das direkt reinpasst. Nicht, dass irgendwelche Probleme das festhakt oder so. Du musst ja flüssig das... So flüssig reinstecken können. Ja. Das soll ja nicht irgendwie haken oder so. Ja, das... Du musst nicht... Du musst doch nicht unbedingt vorher an. Ich will zu Hause eine Balder-Balle. Ja. Manche Leute haben Probleme damit, aber manche nicht. Okay, dann tut man das Magazin unten rein, ne? Ja, ja. Und dann hast du... Dann ist das nachgeladen. Dann kannst du die Waffe wieder entsichern und nachladen, indem du das Ding kurz... Also oben den Schaft zurückziehst. Dann kannst du wieder schießen. Das geht ganz schnell, wenn du... Boah, das ist so kompliziert. Ja. Kann ich nicht einfach so ein ganz großes Magazin da dran machen, da ist tausend Schuss So ein Trommel-Gun? Ja. Achso, du könntest schon. So ein Trommel-Ding. Trommel, ja. Ja, oder Pinsel hat das auf dem Rücken und über seinen Schultern in meine Pistole rein. Und dann geht es... Tatatata, I'm in the ghetto. Tatatata. Ja, das ist schwierig, so an sowas ran zu... Also man kommt an sowas ran, aber es ist schwierig, dass du das dann bekommst. Warum? Ja, weiß ich nicht. Das ist... Das ist ganz... Ich kann mich beteiligen. Ich kann seine Munition für die Waffe im Rucksack tragen und laufe wie so ein Hund neben ihm her. Also so wie jetzt? Ja. Hey, Pinsel ist mein bestester Freund. Ja, wir sind ein bisschen Freunde. Oh, Zauilone. Guck mal, der sieht aus wie ich. Ja. Zieh mal deinen Hut auf. Jawohl. Dann weißt du, weil der blüht. Ja. Hast du eine Steckdose gefasst? Nee, oben ist ein Loch, weil da war kein Platz für meine Frisur. Du meinst, der Hut ist einfach nur so ein kleines Umhänge-Käppi? Ja. Ich wollte dafür schützen, dass es nicht hinter die Brille regnet. Ja. Ja. Ja, das hilft gut. Hast du manchmal so das Problem, dass du nasse Kopfhörer hast? Oder ist er einfach nur so dicht? Head and shoulders, knees and toes. Knees and toes. Head and shoulders, knees and toes. Head and shoulders. Head and shoulders. Gute Marke, gute Marke. Knees and toes. Ja, gib mal her, das Moppet, was du da hast. Das Moppet. Sag mal. So. So. Die ist am besten, also, warte, ich sicher dir die Waffe, da du dir jetzt nicht sinnlos rumballern kannst, erst mal. Geht nicht. Ja, ja, das ist gut. Passiert nix. Ja, ja, das ist gut erst mal, weil die ist noch gesichert. Okay. So, jetzt, wenn du, ja, ich wollte gerade sagen, wenn du auf einen von den Leuten gegenüber ziehst, aber das lass es mal lieber nicht, das gleich zurückschießen. Wer schießt auf mich? Warum? Ja, nee. Mit in Deckung. Kurze Frage. Mit in Deckung, Pinsel. Die wollen auf uns schießen. Ja, nicht so, nee, nee. Ich zieh da aufs Herz, okay? Ja, mach das am besten bei dem mit der Lidern in den Hosen da drüben. Nein, aber der hat mir nix getan. Das ist Holy. Der kann das ab. Wer? Holy. Warum machen wir das genau hier vorm Krankenhaus? Nein, der will sein. Dass die direkt behandelt werden können. Ich will nicht hier schießen. Ja, du sollst auch nicht schießen. Es geht erst mal drum, so, also steh auf mal, wir ziehen uns auf keine Leute. Okay. Geh mal irgendwo hin. Also such den Ziel raus. Können wir nicht hier? Du hast ja vorne so eine, so eine kleine, so eine kleine, er hat nicht ihn mir auf den Kopf am besten. Okay, da. Andere. Da? Dreh dich mal um einfach. Zieh dich, dreh dich mal kurz um. Ich? Nicht auf. Ja, gut. Du hast, du hast ja vorne auf der Waffe so eine kleine, so einen kleinen Pinöpel ganz vorne. Ja. Wenn du jetzt ein Auge so leicht zuknallst und da durchguckst, dann siehst du ja ungefähr, wo das Ding hinzieht. Da hast du ja so einen kleinen Punkt. Jetzt zieh ich die Waffe nicht mehr. Du guckst immer nur mit beiden Augen. Ja, du, am besten das. Welches Auge soll ich zumachen? Was ist dein stärkeres oder bist du gleich gut auf beiden? Boah, ich hab mit beiden trainiert. Sechs Kilo. Dann, dann, mit den Hoden. Gut. Dann nimmst du, mach einfach das Rechte, dann kneif ein bisschen zu, dann siehst du ja ungefähr, wo du hinschießt dann. Ja. Will ich Flaschen aufstellen? Ich hab noch ein Fälschgelinge. Ja, jetzt zieh dich da. So, jetzt hast du ja ungefähr, wo du hin gezählen willst. Ja. Jetzt, und jetzt normalerweise, wenn du jetzt abdrückst, die Waffe hat einen Rückstoß. Ja. Ja, soll ich die in... Deshalb macht man, muss man nach vorne lehnen. Ja, dann... Soll ich dir die Waffe mal entsichern oder du schießt einfach mal? Das ist ja richtig ganz egal. Aber nein, nicht hier. Wir können auch kurz hinter das Gebäude gehen. Ach, das... Ist doch ein Schalldämpfer drauf? Du kannst auch ein Schalli kurz draufbauen. Du kannst ein Schalli draufbauen, aber weißt nicht, hast du schon genug Erfahrung gesammelt mit der Waffe? Ich hab noch nie in meinem Leben geschossen. Ja, dann ist das DSD auf 1 so gesehen. Das geht noch schlecht mit dem Schalli. Du brauchst ein bisschen Erfahrung. Ja, ja. Du musst ein bisschen abholen. Du musst sie leveln. Ja, ja, darum. Du musst ein paar Kills, Mann. Ich wollte gerade sagen, für jeden, den du umgeknallt hast, dann kannst du dem... Du hast so eine Trefferkarte, wie bei der Tankstelle, und mit jedem Zehnten kriegst du eine Stufe hoch beim Waffendealer. Ihr verarscht mich doch. Ja, nein, tun wir niemals. Das stimmt nicht. Es gibt bestimmt einen Waffendealer. Ich bin hier nicht in der Revive. Du Lügner. Vielleicht aber eine Classic, ich weiß es nicht. Hast du nie? Victor gesagt? Nee. Zebaui. Zebaui lebt, ich sag's, so wird es... Ich zieh hin. Dann soll ich den Regler hier. Ja, dann ziehst du... Jetzt ist gleich noch eine Blockade davor, aber wenn ich jetzt... Guck mal hier, ich klicke da mal... Ich klicke das hier runter. Jetzt dürfte... Da hast du kaum noch Widerstand... Also jetzt vorsichtig, jetzt hast du kaum Widerstand hinter dem... Wenn du jetzt den Regler zurückziehst. Ja. Wenn du den jetzt zurückziehst, schießt du, dann spürst du einen kleinen Rückstoß. Was soll ich mich erschrecken? Ja, das ist das Problem. Dann werf ich die weg. Du solltest die... Nicht am besten nicht wegwerfen. Nein. Nicht wegwerfen. Ja, ja, also das Ding ist... Guck mal, ich kann dich verstecken. Und dann, hey, was geht, Cowboy? Ha, warte, warte, warte. Ich bin Peanut Luke. Okay, und dann schieß ich, dann kommt Rückstoß. Ja, dann ziehst du... Also, das kannst du, aber ich denke, du kannst es gut kontrollieren. Du hast ja Kraft in den Arm, oder? Bist du ein starker Typ. Klar, ich bin Bodybuilder. Bist du ein starker Typ, so. Bin Cosplayer. Cosplayer? Wovon? Mmh, Essensmarken. Essens... Oh, wie fehlt. Snickers und so? Ja. Oder was? Mars. Wingo in die Mine. Boah, wenn du mit Twingo direkt an eine Goldmine oder auf ein Aramidfeld... Was ist ein Aramidfeld? Ja, das sind Leute, die arbeiten. Es gibt hier Getreide, Beton und so weiter. Und Aramid gibt es auch noch irgendwo. Ja, Beton macht man mit einer Spitzhacke. Am besten ist Gold. Da können sie es mal ein Schild aus dem Fluss schlücken. Schlücken? Okay. Ja, schlücken. Boah, ich fühle mich stark jetzt, ne? Ja, das kannst... Also, du solltest halt am besten nicht... Boah! Was habe ich getan? Was habe ich gemacht? Ja, das ist... Ja, das ist, wenn du dich wahrscheinlich zu weit nach vorne gelegt hast, hast du eine Rolle gemacht. Ich habe es irgendwie gespürt, dass ich die Bewegung machen soll. Ja, wenn du zielst, dann kannst... Also, wenn du dich dann... Guck mal, wenn hier... Wenn ich jetzt auch ziele und mich zu weit nach vorne lege... Oh! Was? Ich schie... Ich packe wieder weg. Bitte nehmen Sie mir nichts! Ah, ne, ich bin kein Gangster. Ich bin ein... Ich bin Straßenpolizist. Okay. Ich habe Straßenabitur, würden manche Leute sagen. Und du kriegst 10.000 Dollar jetzt. Können ich das so morgen zahlen? Ja, ja, alles gut. Aber der ist schon mit vier. Oder was? Aber der ist schon mit vier. Ich meine, die ist schon Battlescared. Und das Pettern ist auch nicht so gut. Das ist eine fucking... Das ist eine Case-Hand. Das ist kein Case-Hand. Die ist nicht blau. Guck dir den Blue-Anteil an. Guck doch genauer hin. Da ist da blau dran. Nee, ist echt nicht. Wo ist da blau? Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Ey, das ist eine Graphite. Das ist... Das ist neuer. Das gibt es eigentlich nur für der AWP, aber jetzt gibt es das auch für die Piste. Habst du mit der Waffe illegale Sachen getan? Ich würde mich enthalten zu dem Thema. Aber die ist... Die ist aber... Das ist offiziell eine gelistete Waffe, die man auf dem Ammonation hat. Auf die ist aber noch keine Straftat gelistet. Die ist abgenutzt, will ich damit sagen. Die ist... Ach, die ist Minimalware. Die ist minimale Gebrauchspann, siehst du da drauf. Okay. Hm. Dann gehen wir auf Flaschen schießen. Gut. Wir können kurz... Also du kannst natürlich auch hier, aber wir können auch kurz hinter das Gebäude gehen. Aber dann kommt der Sheriff. Ach, der Sheriff hat genug zu tun im Krankenhaus gerade. Nee, nee, nee. Der ist sogar noch da drin, wie so ein Hinterthaus. Ich gehe in die Wüste fahren. Mit dem Pinsel. Ja, wie gesagt, nimmst du dir das Türchen, wenn sie vom Kacken zurück ist? Nee, ich glaube, die bleibt drin. Oh. Drückt so da? Ja, ja. Das ist immer so eine Tortur mit der. Alter, hast du der Cave-Sie gegessen? Oh, boah. Nee. Hashish. Hashish geraucht? Hashish. Kriegst du den Pfiff von der Hashish? Hashish. Also, warte, nicht jetzt für einen Preis. Ich habe... Vier habe ich dabei. Oh, warte. Ich habe auch noch sechs... Ich habe sechstausend Dollar bei mir, glaube ich. In meinem Umschlag noch. Umschlag wovon? So, hier. Jetzt kann ich von der Taxifahrt. Mitte. Danke für die vier Dollar, Ronny. Keine Ursache, sure. Ich gebe dir dafür sechstausend. Sieben? Wie, sieben? Ich habe sechstausend Dollar Bargeld dabei. Den Rest gebe ich dir morgen. Ach, alles gut. Dann, wenn du da bist. Pipole. Das ist cool. Kannst du Paperfine und Friends, bitte. Oder nimmst du Bitcoins? Ich würde auch Bitcoins nehmen, tatsächlich. Ich habe auch Sto-Coin. Wir können Skins verschalten. Boah, ich würde, also... Ja, warte, du willst 4K dann noch. Ja, du kannst bei sich ein Butterfly Fade und ich würde dann noch eine Medusa zunehmen. Vielleicht noch eine Hole, wenn du da hast. Wann ich mit einer Red Line? Boah, so viele Red Lines hast du, glaube ich, gar nicht. Das fehlt dir. Alter, nimm mal den Umschlag. Da müssten sechstausend irgendwas drin sein. Echt, Cee? Ich vertraue dir da. Bin ich jetzt kriminell? Nee, doch, bist du nicht kriminell. Nein, das ist legal, ne? Du darfst die legal mitführen in der Stadt, aber du solltest nur im Norden die offen tragen. Also, kann ich mir nicht so ein Holz da holen? Das musst du mit den Cops ersprechen. Das weiß ich leider nicht. Also, ich immer, wenn ich die in der Stadt getragen habe, egal was ich denen erzählt habe, die haben gesagt, das ist eine Straftat. Die haben sich gar nicht auf meine Geschichten eingelassen, aber... Toll, dann mach schon, pass auf. Ja, gut. Ich glaube, bei dir würden die nichts dafür sagen. Du bist direkt ein sympathischer Kerl, du hast keine Tattoos... Falls der Psycho-Mulder wieder auftaucht. Ja. Aber du sag dem immer, bevor du schießt, sag erst... Nee, ich hab ne Waffe dabei. Also, warn ihn am besten immer vor. Also, nicht direkt schießen. Boah, ja, das zählt als Warnung. Okay. Ui, 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 ui. Ich hab ne Waffe. Ja, zum Beispiel. Und ich weiß, wo man hinschießen muss. Ins Herz. Ins Herz. Ja, vielleicht sagst du dem Medic nicht, wo du hingeschossen hast. Das könnte problematisch werden. Ich darf nicht sagen, da liegt ein bisschen Gehirn auf dem Boden. Du kannst sagen, dein Arm ist so komisch verknickt. Der guckt in die falsche Richtung. Okay, dann gehen wir mal... Oh, Chef ruft an. Ach, Chef, du bist schon am Ohr. Hörst du noch Taxi? Ich hab... Nein, ich bin verletzt. Ich kann auch kein Taxifahren. Äh, fährt Ronny noch? Oh, toll. So ruft der Michele an. Ähm, ne, der steht neben mir. Was ist mit dem Holländer? Weiß ich nicht, wo der ist. Äh, du weißt aber auch nicht, ob der Taxi fährt, ne? Äh, aber Willi ist vorhin Taxi gefahren. Äh, ja, okay, alles klar. Danke dir. Bye, have a good night time. Ha, der wird uns Arbeiten schicken. Ah, wir haben ein Verbot. Ja, wir haben eine Verletzung. Äh, schau. Da wurden von Polizisten angeschossen. Was weißt du darüber? Äh, das hab ich gesehen. Das war ganz schön heftig. Da haben die 187, x Grove, x Bloodies gegen die Cops geschossen. Wer? Ja, ja, und... Ja, das sind irgendwelche, das sind irgendwelche Straßen. Was will der? Was will der, ja? Was willst du? Ich glaub, der wird Stress. Wird der Stress? Nein, der will keinen Stress. Okay, wir gehen mal in der Wüste. Auf Flaschen schießen. Wollen wir mit dem Auto hier fahren? Ja, müssen wir doch. Ja. Wir können nicht mal, wenn wir entschuldigen, mit der Hilfe. Alles gut. Okay. Das ist jetzt, wie gesagt, wenn du den Morgen nicht hast, ruf einfach durch. Ja. Ich bimmel. Ich bimmel durch. Bimmel ist wie eine Bimmelbahn. Danke. Kein Problem, wenn du irgendwie Hilfe oder brauchst oder Stress hast, ruf mich an. Stress? Ja, falls du mit irgendwem, wenn irgendwer meint, dass er ganz krank ist, dann... Von Ronny, die Freunde wollten mich abstechen. Oh, Ronny, was sagst du dazu? Das Mädchen. Welche? Das Mädchen wollte mich abstechen. Mädchen? Der Lauf in Aschenbecher. Die sind meine Freundinnen. Deine Freunde. Ah, nee, das Eicher, die haut man mal aufs Maul. Ja. Und der Opa Jutta hat uns beklaut und überfallen. Ja. Ganz schön. Also, wenn du den mal siehst, wenn du weißt, wer das ist, da würde ich 500 Dollar für zahlen. Komm, 600. Für die Freunde von Ronny. Nein, für den Opa Jutta. Opa Jutta? Ja. Oma oder Opa. Mit dir die Nummer? Aber dann weiß ich doch, wer, also... Der muss noch eine Rechnung zahlen fürs Taxi. Willst du? Ja, ja, dann warte, dann schreibe ich rein. Ich nenne den, wie heißt der? Jutta. Jutta. Ein Geld Jutta. Der heißt Jutta. 555. 139. Ja. 0534. 555. Okay, 555 schuldet ihr euch? Aber da musst du aufpassen, ne? Das ist die Mama von dem Gangster, von dem Aschenbecher. Ja. Von dem Aschenbecher, du meinst Testo Ascher? Ja. Das ist die Mama. Die klingt einfach männlicher als ich, aber manche Leute sagen, das ist nicht schwierig. Hallo, Mila. Wie kann ich... Ja, ich muss sagen, deine Stimme ist jetzt nicht so brutal. Ich wollte gerade sagen, man denkt nicht, ich fang Gangster, aber ich hab Straßenabitur. Ja. Du hattest ja auch sechs Anläufe dafür oder sieben oder acht oder zehn schon. Ich hab's nicht... Ich bin einfach immer wieder durchgefahren und wird weggeschickt. Aber ich bin wieder... Ich sag dir, ich bin wieder Mänderis. Du bist hartnäckig. Ich bin wieder Mänderis. Ich komm jedes Jahr wieder. Ich hab jedes Jahr wieder posiert und irgendwann hab ich das Straßenabitur bekommen. Und sieh mich an, ich hab es geschafft. Ja. Du hast nicht mein T-Shirt. Ja, das ist... Ich hab hier der T-Shirt... Nee, das Spackbruch, Scheiße. Wer sind sie? Ah. Weißt du, wer das denn ist? Der hat mir die Schulter geschossen. Der mit dem Fahrrad. Ich glaub, der ist das. Der mit der weißen Mütze. Der jetzt reinläuft. Ja. Warum hat er auf dich geschossen? Weil ich sein Fahrrad mit meinem Taxi gerammt hab. Aus Versehen. Und dann schießt man? Also rübergehen und Stress machen. Nein, nein, nein. Ja, aber ich bin dabei. Alles gut, das sind meine Leute, die da vorne stehen. Nein. Ja, meine Leute stehen da vorne. Und dann fahren wir Taxi und dann verkloppen wir uns. Dann schreib, dann rufst du mich und dann kommen wir da hin. Welche sind meine Leute? Ja, die mit der blauen... Hier, direkt gegenüber. Die mit der blauen Hose. Ich geh denen nur mal Hallo sagen. Ja, komm mit. Peanut, komm mit. Wir sagen Hallo. Ich hab aber Angst. Ich hab richtig Bock auf den Kreis jetzt, muss ich sagen. Ein bisschen Kreischen und... Ein bisschen Kreis... Mach mal eine Rechteck. Ich will auf Plaschen schießen. Ein paar Kreisfritten, Junge. Nur einmal Hallo sagen. Du wirst mir zu gefährlich, Spinnsel. Ich weiß nicht, ob wir noch abhängen können. Du wirst einfach auf der Straße stehen. Du... Du wirst mir zu gefährlich. Was? Du driftest voll ab in die Kriminalität. Nein, ich will Hallo sagen. Ronny, komm. Das sind der Peanut und der Ronny. Hallo. So, komm, wir gehen Flaschen schießen. Ja. Wir haben keinen Bock im Kreis zu stehen. Ja, das ist... Das machen die von der Gröfe immer schön. Das müssen wir ja nicht auch noch machen. Ich geh zu Flaschen schießen. Ja, wie gesagt, Peanut, du meld dich, wenn was ist und wenn du Hilfe brauchst. Ja, danke. Rhein, Bruder, wir hören uns. Tschüss. Bye. Stay cool und so weiter. Wie läufst du? Und wie lauf ich? Yo. Yo. Also, sie sehen, wie krass ich bin? Hab nicht mal rechts und links geguckt. Ja, du dürftest... Du dürftest ab. Das gefällt mir nicht. Wir können nicht mehr mit dir befreundet sein dann. Wohin abdrifft hin? Ja, du... In die Kriminalität. Aber warum? Ich hab nicht mal ne Waffe. Ja, aber du verhälst dich schon. Sonst hälst du eine. Ich wollte nur Hallo sagen. Ich bin mit allen Gangsters befreundet, damit ich keinen Stress hab. Deswegen bin ich immer nett. Nee. Doch. Ich sag immer mal. Da ist Twinkie... Wir lassen Twinkie heute Haie machen. Ja. Die sollen einen Beauty-Tag machen. Beauty-Nacht, meinst du? Nein, noch Tag. Okay. Wo können wir hinfahren? Ich weiß, wo. Wo? Gibt's denn... Ich hab keine Ahnung, aber... Ich sag's dir. Wo? Gleich rechts. Aber das ist mitten auf dem Highway. Nein. Doch. Ja. Nein. Was? Angst. Also vervolle Nase. Oh mein Gott. Und zwar... Jetzt hier rechts rein. Da. Déjà-vu! Was ist das? Übungsplatz. Kommune. Erst du Camp. Aber ich bin kein Camper. Aber... Da sie... Wo führst du mich hin, Pinsel? Da wurde ich am ersten Tag hingeschleppt. Da kommt sich keiner holen. Michalina vermögt. Auf die Schilder können wir schießen. Zum Beispiel? Wohnt hier keiner? Vielleicht in den Zelten. Fahr mal rüber, ob einer drin ist. Oh. Das ist das Beton. Da liegt wohl ein Spitzsack drin. Da ist auf jeden Fall keiner drin. Da, wir können auf die... Auf die Schilder. Ja. Ich brauche auf jeden Fall eine Schilder. Hast du schon mal geschossen? Nur mit einer Leuchtwiesole. Okay. Da dran. Okay. Ich schieße jetzt auf das Schild. Und welche Buchstabe? Ich versuche erst mal, eine Schild zu treffen. Okay. Welches? Das Weiße. Okay. Geht nicht. Lässt dich nicht zurückziehen. Ähm. Dann musst du... Ich glaube, wir müssen den Knopf wieder anmachen. Den Knopf zurück. Oh. Oh. Pass auf, Pinsel. Jetzt geht. Okay. Okay. Ich versuche, das zu treffen. Ähm. Ja. Das ist einfacher. Das ist einfach. Echt? Ich habe immer getroffen. Ja, ich habe es gesehen. Boah, ich bin voll gut. Du hast fast immer ins Ohr getroffen von Revo. Ja. Das ist ja krass. Oh, 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 oh. Hey, das ist ja voll einfach. Ist easy. Willst du auch mal? Oh je. Oh je. Ist da viel rückstoßende, dass ich im Auto sitze? Auf einmal? Ja, das ist schon viel rückstoßend. Das ist ja. Das ist schon viel. Dann liebe nicht. Du schützt mich doch. Ich muss den Knopf wieder anmachen. Jetzt geht nicht mehr. Okay. Ich weiß, wie es funktioniert. Dann pass du auf. Hast du gesehen, wie ich gelaufen bin dabei? Wie eine Judo-Rolle? Weißt du, wie das aussah? Wie denn? So, wie wenn du danst. So? So ähnlich. Wie wenn du einen Boxfeind startest. Ich bin erst eins mit der Waffe. Ich hole mir auch eine, aber ich werde dann die nur zur Verteidigung sagen. Ja, nur zur Verteidigung. Ja. Ja. Shit, you wanted my codies. Oh. Willi. Hallo? Ich habe Durst. Hallo, wo bist du? Wie kommst du hier? Ich suche den Teddy und den Blumenstrauß und die Präline für Twinkie. Und ich habe keinen Fetchkin mehr. Oh, warte. Ich habe Fetchkin. Für Jinx, die Dank für den WeSup im 33. Und das Kuss, mein Freund. Dankeschön. Ich kenne dich doch offen. Für den Prime im 26. Danke für die tolle Unterhaltung. Hat der noch auf? Gibt es bei der Party was zu essen? Komm, fahre dahin. Wo ist die Party? Ich weiß wo. Beim Bürgalladen. Ja, dann kommen wir bis gleich. Ich bin jetzt gefährlich. Wir sind jetzt krass. Nein, erzähl niemanden davon. Was? Wir lücken, dass ich jetzt eine Pistole habe. Okay. Wir sollen gegenüber von Codys kommen. Okay. Meinst du, Twinkie geht's gut? Äh, ja. Ich habe einen Blumenstrauß für die gekauft und einen Teddybär und zwei Pralinen. Nur zwei? Ja. Warum denn? Das sind zwei ein Kilo Pralinen. Oh. Da ist ein ganzes Glas Nutella drin. Ganz gut. Voll, das ist voll weit, ne? Und ohne die Reifen ist das nicht so schnell erreichbar. Man, süß Sache. Ich hasse diese Schnellstraße. Ich auch. Die ist nicht so schnell, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich mag das Auto nicht. Ich will mein Auto zurück. Aber ich finde den Shurikun ganz cool. Ich finde Naruto cool. Weißt du, wo man so ein Kissen herkriegt? Welches Kissen? Ja, so ein Kissen mit Anime. Ja? Twinkie verbietet mir eins zu kaufen. Warum? Weil die ist eifersüchtig dann. Aber die sind so cool. Weißt du, weißt du... Hast du auch eins? Nö, ich habe so einen Arm. Damit ich denke... Egal. Ich darf auch keinen K-Pop hören. Und auch keinen Animes gucken. Echt nicht? Na, Twinkie will das nicht. Das ist traurig. Dann machen wir einen Jungsabend. Das erlaubt Twinkie niemals. Ja, aber... Die scheint immer lieb zu sein, ne? Aber wenn ich zu Hause mit alleine bin... Dann packt die den Gürtel aus. Die hat mich schon oft geschlagen. Echt? Ja. Ne, dann weißt du jetzt Bescheid. Drei Schüsse über die Brust? Nein, ich kann die nicht anschießen. Das war nicht. Das war meine Frau. Ja, war. Ich habe der Mann einen Bananen-Shake gebracht, obwohl die Erdbeere wollte. Aber Erdbeere war schon aus. Und dann? Dann habe ich im Kleiderschrank schlafen müssen. Oh je. Ich kenne das. Und ich musste die beobachten, wie die Schipps ist. Und die hat mir zwei Stunden nichts zu essen gegeben. Und du hast dir nichts geholt, weißt du, wenn sie weg war? Ich war eingeschlossen im Kleiderschrank. Ah ja, stimmt. Hast du ja gesagt. Oh je. Ja. Dann würde ich niemals... Deshalb schreit sie mich auch immer so an. Sie ist immer gemein zu mir. Nein, ist sie nicht. Aber manchmal ist sie gemein. Manchmal gemein. Aber manchmal muss man gemein sein. Weil wenn alles nur Friede, Freude, Eier, Kuchen wäre, wäre es langweilig. Ja, aber du darfst mich nicht mehr hauen. Nee, darfst nicht. Nicht verwachsen. Guck mal, da links ist ein Auto. Bist du reinlusten? Nur mal gucken. Bitte, du nitt auf Spaß. Da steht drauf, take me. Nur mal kurz dunseln. Lüge, Mila. Lüge. Schnell weg, Pinsel. Hast du noch einen Fetschki? Ja. Ist es frei, links? Vielleicht. Ja, links ist frei. Oh, es ist fertig. Mein Schokorik. Der liegt schon Schokorik im Handschuhfach. Ja, das ist mein Reserveglas, den da drinnen. Oh, oh. Was denn? Da ist ein Auto. Oh. Ich glaube, der hat einen Unfall gebaut. Wir sind mal da. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Ich und mein, ich und mein, ich und mein. Aua. Eigentlich schlägt mich nicht. Ich erfinde das. Warum? Deja vu. Ich glaube es auch nicht. Ich passe super zusammen. Ja. Oh, oh. Was denn mal hinkommen? Beim Cody? Bei Cody so lange gegenüber. Ja, das ist da vorne gegenüber, oder? Ich behaupte mal dort, wo viele parken. Oh. Hallo, geht's Ihnen gut? Hallo? 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 Was geht's? Geht's Ihnen gut? Ja, mir geht's gut. Ah, geil. Bisschen aufs Maul bekommen. Warum? Weil dem Dollar schuldig. Ja, das geht halt auch nicht. Der ist Geld gerichtet. Ist das für eine Party? Ja, ja. Noch eine? Und wo ist die andere Party hier? Wo ist denn noch eine Party? Ist das Ronny? Boah. Jo, hi. Ich koste mal. Ist ja schon mal passiert. Ach, du Heimatland. Hier, guck mal. Mein Möscher. Wild, Mann. Dieses Wild. Irgendwenn hast du wieder verloren, dass du ein anderes Abschied tragen möchtest. Schlaf gut. Eich. Komm, Pinsel. Wir sind Partner, Luke. Wir wollen noch das Party. Bis dann. Und Twinkie kann nicht mit dabei sein. Denn dann... Ich brauche... Die Tänzen mit der Gänse. Ähm... Was denn? Bonnie, du hast eine Delle in Jiggies Auto gemacht. Das war ich. Schnell weg. Oh. Nein. Der will uns niemals finden. Ja. Oh, warte. Warte. Da wird bestimmt nur Kaffee spät. B.U.D., ich muss leider Musik ausmachen. Auf dich. sector Termin. Komoty. Da wird es nicht noch fence lugar. Dieъber steunen kann, du haste, wir bist. Wir brauchen dasędとか, wir brauchen auch dieonton! Herr! Ich darf nicht mehr. Oder? Pader disks stehe zu Ende. Und nun… Das ist kabul 근데 addicted ist. Wir brauchen das zugrunde. Das ist mit meinerseits. Vielen Dank. 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 Heute ist... ... Warum tanzt ihr auf den? Hallo? Hallo? Na? Wie lange liegt der da schon? Ist der betrunken? Kommt der von der Party? Ne, der entspannt sich gerade. Ich entspann mich gerade nur. Du hast doch eine Fresse bekommen, hast du gerade gesagt. Ja, wegen einem Dollar. Wie geil sich das ist. Ich habe gerade 10.000 verloren. Ich auch. Ich habe zwei Lose gekauft da drüben. Ist denn von euch eigentlich der Fahrer? Ich bin der Fahrer. Darf mal die zurückholen? Bin ich gar nicht. Ja, doch. Darf ich die 10.000 zurückholen? Ich mache die fertig. Da sind locker 5 Meter Platz. Doch, komm, da ist Platz. Soll ich den Zollstock rausholen? Ja, komm, mach bitte. Lauf da mal durch. Wenn du da durchpasst, ist da noch Platz. Ja, lauf mal durch. Okay. Siehste? Passt. Sag ich doch. Ohne Beule im Kofferraum, Jiggy. Läuft bei dir. Danke für die Beule. Ja. Aber springen kannst du. Du bist am Auto, jetzt in der Hose. Äh, okay. Ich gehe schlafen. Schlafen Sie. Und pass mir auf meinen bestesten Freund Pinsel auf. Wie, du nimmst hier nicht mit. Nein, dann mach Party noch hier. Ich weine jetzt nicht. Lass uns würfeln. Hör auf zu weinen. Und nimm meine Hand. Bye, have a good night time. Pogas in the chest. Ab in Haia. Wir sparen uns unsere Energie für Montag. Kein Versprechen. Oh mein Gott. Deja vu. Ui. Ja, hier sind auch alle müde heute. Heute. Heute bin ich gespannt. Aber ich muss ohne Twinkie Haie machen. Ui. Aktivität check. Hallo? Chat? Wer ist noch da? Sucht euch jetzt schon mal aus, wohin ihr wollt. Ist so Pfein noch da? Oder ist Johnny oder so online? Du Pender lässt mich nicht ohne Auto. Ich komme Twinkie abholen. Boah. Du musst... Oh mein Gott. Baby, baby. Wof ich jetzt schon den Weg nach Hause auswählen? Ich kann... Tü, tü, tü. Tü, 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 tü. Iiii. Tü, 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 tü. Ach. Abgeschlossen. Nex ist noch da. Okay. Aber Johnny und so ist keiner online, ne? Dopp, doppel, doppel, doppel. Hört ja keiner die Peanuts-Stimme, wenn ich Video die ausgemacht hab. Nimm den Pinsel nicht zu krass auseinander und seid lieb. Ich bedanke mich für heute. Schön, dass ihr dabei wart. War wundercool. Wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Beziehungsweise nachher, 19 Uhr, ab 19 Uhr, okay? Ja? Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gute Nacht. Tschüss. Und vielen lieben Dank nochmal. Tschüss. Bye-bye. 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 Tschüss. 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 Tschüss.